willkommen zu einem neuen game und da kommt direkt eine inhaltswarnung my child lebensborn das wurde mir von sehr 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 vielen leuten im live stream empfohlen und falls du auch mal im live stream dabei sein willst komm gerne auf www.twitch.tv unterstrich live denn spielen wir immer tolle dinge und haben sehr viel spaß und ja hier steht schon inhaltswarnung dieses spiel enthält heikle themen wie mobbing und verweise auf tätliche übergriffe und kann für manche spieler aufwühlend sein ich wurde gerade auch schon aufgeklärt was lebensborn ist werden wir auch gleich noch mal genauer darauf eingehen und uns diesen mehr als traurigen game annehmen lebensborn e.v. war in der zeit des nationalismus nationalsozialismus ein von der ss getragener staatlich geförderte verein dessen ziel es war auf der grundlage der nationalsozialistischen rassenhygiene und gesundheitsideologie die erhöhung der geburtenziffern arischer kinder herbeizuführen und darum geht es das heißt lebensborn das heißt dieses kind ist wahrscheinlich herangezüchtet oder als aria wahrscheinlich und wir fangen einfach an ich würde sagen neu spiel los geht's um kurz an die optionen das passt alles oje das spiel wird glaube ich richtig traurig ne so kapitel ok neu spiel 1940 der zweite weltkrieg wütet in ganz europa norwegen ist von deutschland besetzt 1945 der zweite weltkrieg endet und norwegen wird befreit die nation feiert 1945 nach fünf jahren der besetzung können die zeichen der nazi besetzung verwischt werden groß auffüllung ist heute übrigens mit sehr viel schmerz traurigkeit 1948 drei jahre später adoptiert du ein kind oh ja danke dass du klaus aufnimmst er kann nicht hier wer kann nicht hier bleiben süß das ist klaus adoptiere klaus oder karin online ich will beide nehmen ort ist ja fürchterlich diese entscheidung diese entscheidung ob gott ok die community hat entschieden wir nehmen das mädchen so adoptiere karin 1951 süß ok oh gott ich bin zu hause hey hattest du spaß mit liv hi karin war liv lieb zu dir es wird spät wir machen dich jetzt bereit fürs bett hattest du spaß mit liv ja wir hatten so viel spaß liv ist meine beste freundin im wald fanden wir diesen coolen irgendwie gruseligen aussehenden baumstumpf es sah aus als könnte dort ein schatz sein ein echter schatz aber dann hat es angefangen zu regnen aber wir haben trotzdem unseren schatz bewacht höre geduldig zu wie unglaublich mutig von euch aber jetzt wird es spät wo sind die entscheidungen wichtig und dann 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 okay bla 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 und dann fanden wir heraus dass der baumstumpf leer war aber vielleicht legen die trolle dort später einen schatz ab wir werden später zurückgehen und nachschauen meine güte das ist ja großartig schön das klingt das hätten liv und du viel spaß gehabt im regen herum zu rennen ist keine gute idee ja schön das klingt das hätte dir viel spaß gehabt oh es ist schon etwas spät die sonne ist schon fast verschwunden zeiteinheit schreite im tag voran indem du deine verfügbaren zeiteinheiten einsetzt verschiedene aktionen kosten zeit um sie durchzuführen zeiteinheiten werden oben links angezeigt okay liv schau mal ein geschenk wurde ja abgegeben für meinen geburtstag morgen kann ich das jetzt schon öffnen ich mache auch ganz schnell tja warum nicht ich glaube das würden ich glaube würde wollen dass du wartest was nein warte bitte wird liv würde wollen dass du wartest ich schätze du hast recht sind meine antworten jetzt schon wichtig wo ich frage mich was es ist das post erhalten drücke den umschlag um ihn zu öffnen das kostet keine zeit oje die zeit ist wichtig nachbarschaftsrat es wurde eine katze gesichtet die blumen aus dem blumenbeet gefressen hat wir fordern dass der katzenbesitzer sie von nun an drin behält okay jede einzelne antwort ist wichtig ach du scheiße alles ist wichtig okay community sagt jede antwort ist wichtig ach was ist das ach nur ein erwachsenen kram du willst du gehst doch nicht ins arbeitszimmer oder es ist so langweilig und wir hingehen außerdem hast du mir ein bad versprochen oje die badewanne ist im badezimmer sie wird karim ihre kleidung säuber das kostet jedoch auch eine zeiteinheit warum ist die zeiteinheit so wichtig was süß ich kann sie waschen blieblä bläschchen oh gott was tun wir hier okay so es ist bald was zeit fürs abendbrot warum sagt das kind mir wofür zeit ist das essen findest du in der küche karim kann in einer zeiteinheit so viel essen wie sie möchte okay macht es spielen wie angst wohin setzen was gibt es denn heute gibt ja nicht viel auswahl ich würde sagen brei let's go nummer vier ja es ist nein setz dich hin du sollst essen ist wieso ist sie nicht so ist zwei oder vier hübsch ach witzig kann sie lenken kannst du das bitte einfach aufessen ach so ich muss sie füttern na hör mal wie alt ist die denn die kann doch selber essen mensch helikopter mutter kann ich bitte noch mehr haben schmatz schmatz oh es ist aber schon dunkel ne gell es ist spät selbst die sonne schon ins bett gegangen so müde es muss schlafenszeit sein aussteht ich hab voll verkackt oder okay das sieht aber jetzt echt scheiße unglücklich aus ne ich möchte sofort einschlafen damit es schnell morgen ist ich werde richtig erwachsen sein und ich bin so aufgeregt live hat die ganzen zu drei geschenke zu ihrem geburtstag bekommen wie viele werde ich wohl bekommen du bekommst auch ein paar schöne geschenke keine sorge drei geschenke klingt das würde live gerne mädchen erzählen märchen erzählen wir sollten dankbar sein für das was wir haben aber wirklich ja vielleicht wie wäre es wenn du dich einfach darauf konzentriert spaß zu haben wir werden eine menge spaß haben versprochen wie auch immer zeit oh es klingelt moment ich wäre so eine gute mutter okay ich habe ein brief bekommen über die zeit sammeln sich briefe und zeitungen an in einer zeiteinheit kannst du beliebig viel davon lesen okay in den nachrichten die nationale produktion von eiern geht zurück es gibt nicht genug eier für den transport und das bereits die zweite woche in folge die debatte über den export eines solch essentiellen lebensmittel wird fortgeführt der gewinn wird dringend benötigt aber das produkt ist selbst ebenso okay aus süß guck mal süß süß wie arm süß und süß kann ich mehr okay mehr gibt es hier dann wohl nicht kann ich auch schlafen gehen wer bin ich eigentlich wer bin ich das weiß man ja noch gar nicht kann ich bitte auch schlau aus süß wie sie da liegt was kann ich denn da machen wenn du bereit bist den tag zu beenden gehen karins schlafzimmer und tippe auf die lampe um das licht auszuschalten okay wort auch gott leute ich glaube wir werden so viel verantwortung kann ich doch gar nicht tragen guten morgen oh gott was denn los wecke karin auf und wasche gesicht geht zum waschbecken im bad kann sie das nicht selber machen guten morgen ich hab's ich hab geburtstag ich hab geburtstag ich hab die ganze nacht kaum geschlafen ich bin jetzt sieben jahre als sieben sehe ich anders aus war karin karin du bist das ich hätte ich fast nicht erkannt sie sei nicht albern sonst passiert nicht übernacht doch karin du siehst ja ganz wo hau ich bin richtig erwachsen geworden ja voll live wollte mir einen geburtstagsbrief schicken wer ist denn eigentlich live können wir mal nachsehen auf gott hoffentlich kam was ja da ist was herzlichen glückwunsch dem geburtstag es tut mir leid dass ich nicht da sein kann ich kann es kaum erwarten dass die schule wieder anfängt so dass wir uns wieder täglich sehen können du bist super live ps ich habe gestern einen troll berührt aus ihrer freundin aus der schule das ist ein brief von live sie hat wirklich ein toll ein troll gesehen ich wünschte ich könnte heute und alle tage mit live spielen aber sie besucht ihre tante in joten jothunheim heimen was lives geschenk das hätte ich fast vergessen ich kann es doch jetzt schon öffnen oder jippie ist ein ball mein ganz eigener ball können wir gleich damit spielen tippe um mit karin ball zu spielen für das geburtstagskind natürlich vielleicht später nein nicht jetzt kann also ich habe die möglichkeit voll ist es zu sein oder voll nett zu sein ja gut dann natürlich ist ja dein geburtstag juhu sehr witzig dass sie mit hier spielt vom zum glück hält der bildschirm selber okay wo ist eine zeiteinheit ergangen also was machen wir jetzt freie zeit du entscheidest wie du deinen tag verbringst aber zeit ist kostbar du kannst nur sieben zeiteinheiten pro tag in denen du dich um den haushalt und ein kind kümmern musst bist du spielen da zieh dich mal um weißt du wegen meines geburtstages also live sagte dass ihre mutter ein kuchen für sie gemacht hat oh scheiße meinst du ich könnte ich könnte auch ein bekomme ich liebe kuchen natürlich habe ich schon eigen gemacht wenn du ein gutes mötchen bist können wir vielleicht einen zusammenbacken natürlich besorge sofort ein frischen bist du sicher dass du nicht lieber kohl möchtest wie ein erwachsener das wäre meine antwort okay kann wir machen zusammen eins ich werde mich übernehmen versprochen okay einkaufen aussieht wir brauchen sowieso habe ich eigentlich das nicht schon geplant ist doch eigentlich voll normal dass wir eigentlich das früher besorgen acht scheiße was ist denn das eigentlich von spiel also weil es so kompliziert ist es so ja immer mit es ist so umfangreich hast du das kochzeug bekommen schon okay ich komme schon allein zurecht ich habe doch alles was ich brauche oder habe ich kann jetzt nicht in die küche und kopf hab's doch oder wo sie noch mal raus hat doch gekauft oder jetzt habe ich okay jetzt habe ich es ist zu beleid ich habe in den pfützen gespielt und bin dreckig geworden mein hemd ist ganz nass und eklig umziehen in ein trockenes kleid für karin im schlafzimmer das umziehen kostet eine zeiteinheit wo scheiße dann haben wir freuen schon voll die zeit verschwendet und mädchen jetzt hast du halt wieder dein altes zeug an sei das nächste mal vorsichtiger du brauchst dir nicht so viel sorgen zu machen kleider werden manchmal schmutzig das ist in ordnung also ich bin so dass es mir wurscht ist wenn meine klamotten mal einen fleck haben aber bestimmt muss ich sagen dass sie das nächste mal vorsichtig ist oder denke ich mal aber mir ist es halt sowas echt wurscht jetzt mal nach ok das ist ja gut zu wissen so ist es nicht zeit den kuchen zu backen okay das ist aber nicht gut jetzt wird jedes mal dreckig sein scheiße ich bin keine gute mutter kacke bin so aufgeregt habe nie kuchen gebacken ich auch nicht doch habe ich schon aber so schnell geht es ja genau so schnell geht es geil es hat echt spaß gemacht so und jetzt können wir auch essen yes damals maul auf das war wirklich gut danke es ist zeit für meine geburtstagsparty scheiße ist schon dunkel mann okay was soll das heißen geburtstagsparty was meinst du mit geburtstagsparty ich habe nichts organisiert ich bin voll die schlechte muttermann oder was auch immer ich bin am 18 august hat die also geburtstag ich muss hier zum essen gehen muss sie echt hinsetzen aber sie hat doch schon gegessen njam 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 heute gibt es wieder brei ich mag kuchen dein kuchen ist der beste den ich je gegessen habe das ist brei oh du hast mir ein geschenk mitgebracht oh ich frage mich was es ist lass mich raten ein buch feuchtgebiete ja mal stiffer du hast dich daran erinnert was mir gewünscht haben sehr schön gerne geschehen karin und rate mal du kannst sie benutzen wenn du nächste woche in der schule anfängst stimmt oh ja das hätte ich ja fast vergessen ich kann es kaum erwarten vielen dank für mein geschenk ich liebe es ein kinder wirklich so nett oder probieren wir sie sofort mal aus du kannst mir beim malen helfen wir können mein zimmer gehen und malen komm mit ich finde das kind übernimmt ein bisschen viel die kontrolle über mein leben so schnell geht mal das ist natürlich geil so geil ich bin so die tante die immer sagt wenn das kind spielen will hey geh doch mal zur tante der und der die ist viel cooler als ich lass mich in ruhe okay ja was können wir noch machen bin ich eine gute mutter mir gerade nicht so sicher ist noch ein bisschen die muss ja die zeit gut nutzen habt ihr gesagt was gibt es denn noch so kann ich auch zwar schon tausend mal essen jetzt wieder briefe ich würde sagen ich bin mit der jetzt noch ein bisschen okay let's go kommt macht so bock was für ein langweiliger geburtstag es tut mir echt leid aber hauptsache sie ist glücklich das hat spaß gemacht ich liebe meine neuen stifte ich kann nicht noch etwas länger auf bleiben bitte nein ich möchte nicht dass mein geburtstag zu ende ist nein es ist zeit fürs bett könntest ja wach bleiben aber wenn du schläfst wächst du wächst du vielleicht noch mehr ich glaube dass wir sie ich würde jetzt mal direkt sagen ab ins bett okay sorry aus gar nicht so viel punkt und punkt machen ab ins nest jetzt rein mit dir heute war echt richtig lustig warum sieht sie immer so krank und schrecklich aus in sie im bett liegt das wäre alles schlimm gute nacht hattest du einen schönen geburtstag das hatte ich wirklich danke wir hatten so viel spaß ich wünsche null effäre hier gewesen oh mein gott kind glaubst du ich bekomme noch mehr geschenke wir müssen einfach abwarten du solltest froh sein mit dem was du bekommst karin aber wirklich ne ich bin froh darüber was ich bekommen habe wirklich da geht doch man kann ich aufhören so traurig zu gucken das ist ja schrecklich kannst du mir eine gute nachgeschichte vorlesen lass mich in ruhe dieses gespielt sagt mir auf jeden fall dass ich keine zeit für kinder habe sicher für dich tue ich alles ist aber nicht gut nein nicht heute abend vielleicht morgen es ist jetzt zu spät für eine geschichte sicher ich tue alles für dich ist halt wieder so helikopter mama so wenn ich jetzt keinen bock mehr habe dann will ich jetzt auch mal meine ruhe und ein bisschen story of season spielen diese überzüchte traurigen augenbeine welten ja okay kommen sicher für dich tue ich alles um eine geschichte vorzulesen tippe das buch an bis karin einschläft endlich so dann lese ich noch meinen wisch habe ich nichts irgendwie neues da sind doch zettel okay ich hab nichts neues bekommen dann machen wir die lampe aus leute der nächste tag kommt gewiss okay hallo ich bin wach die schule beginnt am dienstag oh gott wenn du so ein kind hast du stehst auf sie steht schon fertig da ich bin wach ich freue mich auf die schule bist du ein kind ja stimmt bist du aufgeregt das ist richtig wüstig bereit korrekt du wirst das toll machen ich hoffe es keine ahnung was das überhaupt für einfluss hat wenn ich das hier alles tue ich weiß dass die community sich gerade richtig im chat aufheizt und es richtig geil findet was ich hier gerade tue ich habe keine ahnung die schweine wissen ja schon was passiert okay heute gibt es mal toscht naja rein damit so lecker gut dass die alles schmeckt vielleicht können wir bald mal was anderes essen jetzt wird war nicht frech wir essen das ziemlich auf sich vermisse warmes essen ich auch so mir bald einen job und dann bekommst du vielleicht besseres essen um besseres essen zu kaufen brauche ich einen job ich versuche einzufinden ich weiß ich werde einen tollen job bekommen und wir können jede menge essen kaufen und ich bin mal ehrlich dann hoffe ich dass du einen job findest den du magst ein job finden es gibt arbeitsstellen für die du dich bewerben kannst geh ins arbeitszimmer lesezeitung auf die mut komme ich erst nachdem mein kind mir sagt ich soll mal ein bisschen mehr arbeiten alles klar geil dann gehe ich mal kurz zu suchen jetzt einen job titanik wir brauchen mehr ab wir arbeiten in alten fabriken fester job von montag bis samstag früher war nur sonntag freitag ein freier tag die leute haben sechs tage die woche gearbeitet ich weiß nicht ob ich mich da bewerben soll oh gott ich muss tippen um zu schreiben ich las ihre stellenausweise abschreibung für die fabrik und möchte mich hier mit bewerben ich arbeite hart und wäre sehr dankbar für einen festen job oh ich weiß nicht ja komm kann ja immer noch kündigen oder weiß ja was gut ist wenn ich den ersten job annehmen kann ich jetzt gleich mal mein kind erzählen da heute sonntag ist wie wärs wenn wir den wald erkunden ach so muss ich immer dafür gucken dass das hier voll ist heiße sie hat noch hunger du musst nicht immer alles kaufen wir können auch essen suchen gehen was gut ist da der laden sonntags immer geschlossen hat aber sie hat ja noch nicht mal sich gewaschen kind bist du ich hab dich noch nicht mal gewaschen so okay tatsächlich muss ich immer gucken ihr seht es hier das geht hoch wie lange kann ich ihr gesicht waschen so dass sie auch fit ist das kann sie noch machen und eigentlich wollte ich nicht baden und wir verschwenden voll viel zeit scheiße aus der wanne mann okay essen wäre halt noch nicht schlecht gewesen hier dennoch hunger will sie nicht mehr okay müssen jetzt raus meine das nur auf die bedürfnisse bezogen die macht echt ebri weil ich das gefühl habe es passiert was schlimmes oh sie mal viel zu pflücken ich würde keine pilze aus dem wald essen wenn ich mich auskennen würde juhu pilze juhu beete ja geil wir haben genug gefunden ich hätte nicht gedacht dass wir heute irgendwelche bären finden nicht mehr noch irgendwie okay okay dann haben wir jetzt bären gepflückt dann kann ich doch jetzt richtig hunger ne okay keine ahnung warum und wieso und weshalb aber können wir daraus jetzt irgendwas machen oh 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 shit ich möchte mein bett nah und da zu nix gegessen du musst du leider erst ich hinsetzen und es ist. Es. Yum, yum, yum. So. Ich bin so schlecht koordiniert. Okay, jetzt aber ganz schnell ins Bett. Scheiße. Ich schläft echt gleich ein. Also, ich habe heute gemalt und hatte eine Idee. Ich kann uns helfen, Geld zu finden. Wir können meine Bilder verkaufen. Das ist eine tolle Idee. Wir werden hart zusammenarbeiten, wir beide. Du solltest nicht über solche Dinge nachdenken. Das ist meine Aufgabe als Erwachsener. Das ist süß. Alles, was ich heute brauche, dass du weiterhin so lieb bist. Ja. Hey, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich kann wirklich helfen. Eine Geschichte vor dem Schlafengehen wäre schön. Hast du Zeit? Ich habe Zeit, aber keinen Bock. Es ist wirklich spät. Es ist längst Schlafenzeit. Oh, alles klar, dann gute Nacht. Hat es doch für mich hier irgendwas? Nein. Was soll ich denn geboren? Oh, süß, wir haben ein neues Bild. Gott, Leute, ich glaube, das Kind ist... Ist das in guten Händen bei mir? Kann das Kind doch sterben? Also meine ernst gemeinten Frage. Guten Morgen! Liv ist heute zurück. Oh nein, guckt mal ihr blödes Oberteil an. Das ist nur, weil ich gesagt habe, dass es nicht wichtig ist, auf sein Outfit aufzupassen. Verdammt. Nur weil ich gesagt habe, es ist nicht wichtig. Sie sagt, ich könnte heute Nachmittag mit dir spielen. Du gehst jetzt erst mal in die Küche fressen. So, ganz schnell. So. Äh, isst. Willst du nicht sehen, was in der Post ist? Nein, ich will erst, dass du isst. Du verhungerst gleich. Ihre Bewerbung. Wir freuen uns, Ihnen eine Stelle, für die sich keiner beworben hat, unsere Fabrik anzubieten. Bitte treten Sie Ihren Dienst ab dem für Sie frühestmöglichen Zeitpunkt ab dem 21. August an. Uff. Scheiße, das ging viel zu schnell. Was steht drin? Ich habe einen Job bekommen, was gut ist, aber ich werde tagsüber weg sein. Das ist gut, aber ich werde dich vermissen. Oh je, war das überhaupt gut, Leute? Wie wäre es, wenn ich mitkomme? Ich kann auch einen Erwachsenenjob machen. Sei zuerst einmal gut in der Schule. Das ist jetzt das Wichtigste. Vielleicht kannst du mit mir kommen, wenn du ein bisschen älter bist. Fabrikjobs sind langweilig. Du solltest so viel Spaß wie möglich haben. Oh, okay. Ich mag Dinge, die Spaß machen. Okay, okay. Du hast recht. Ich stimme zu. Mein Kind verhungert, Mann. Jetzt isst endlich was. Da. Und zwar komplett, bis du voll bist. Ja, Schmatt. Oh, shit. Das macht ja gar nicht satt. Kacke. Wir haben kein Essen mehr. Oh nein, Hilfe. Äh. Kann ich das Kind wieder zurückgeben? Ich kann es nicht halten. Okay, komm, wir machen noch was. Geil. Pilztoast. Aber du hast gesagt, du könntest bald ein paar meiner alten Sachen wieder reparieren. Die sind schön. Ich mag sie bis auf die Löcher. Löcher sind nicht gut. Danke. Ich gehe mit Lift spielen. Ich werde nicht zu spät kommen. Tschüss. Hey, du sollst essen. Dein Pilzbrot, Mann. Das Kind hat viel zu viel Eigensinn. Wieso esse ich eigentlich nie? Scheiße. Ist nichts da, was ich waschen kann. Äh. Nichts da. Nichts. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ey, Leute, ich werde so eine schlechte Mutter sein. Ich habe nicht mal Garn oder irgendwas. Ach du Scheiße, ey, das sieht wirklich aus, als hätte ich es gemacht. Sag mal, ähm, Leute, warum, oh mein Gott. Die sieht doch nur so aus, weil ich gesagt habe, dass es nichts Schlimmes, oder? Ist es wirklich so, weil ich gesagt habe, dass es nichts Schlimmes, wie sie aussieht, dass sie jetzt jeden Tag so kommt? Kann ich bitte nochmal neu anfangen? Ich ertrage es nicht. Oh mein Gott. Ja, ich habe eine Zeichnung für dich versteckt. Such sie zu finden. Ich möchte bitte dich einfach nur erst einmal waschen. Du bist einfach nur unfassbar dreckig und ich finde es ganz schrecklich. Ab in die Wanne. So. Das ist wirklich, und du verhungerst auch schon wieder. Oh Gott, Leute, ich kann das nicht. Das ist ja schlimmer als Sims. Ab ins Bett. So. Ähm. Ah, okay, jetzt hat sie ein neues Kleid. Ich sehe. Oh scheiße, das Kind ist müde, hat noch nichts gegessen. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Oh fuck. Nein, Kind, bitte, 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 du musst erst mal was essen. Oh, wir haben nichts zu essen. Doch, hier, iss. Oh nein, sie kann nichts essen. Oh Gott, sie geht ohne Essen ins Bett. Oh scheiße. Wenn ich aufwache, werde ich tot sein. Wenn ich aufwache, werde ich ein Schulmädchen sein. Ich frage mich, wie es wohl der Schule sein wird. Du scheinst wenig nervös zu sein. Freust du dich drauf? Ich weiß nicht, ich denke schon. Ich hoffe nur, dass viele neue Freunde finden werden. Sie kann wegrennen, das Kind verhungert. Arbeite hart und wirst es schaffen. Und schau, wenn jemand gemeint zu dir ist, ignoriere sie einfach. Sei einfach ein gutes Mädchen, alles wird gut. Ähm, ich werde mein Bestes zum Versprochenen. Oh nein, mein Kind verhungert. Ja, dafür lese ich dir eine gute Nachgeschichte vor. Oh Gott. Ich kann ihr gar nicht. Es ist schon längst, es ist zu spät. Okay, gar eine gute Nacht. Scheiße, ich habe schon wieder verkackt. So, scheiße. Mein Kind muss essen. Das Erste, was es jetzt tut, ist essen. Heute ist es soweit. Ich werde verhungern und ich fange in der Schule an. Ich werde ein großes Mädchen. Bist du aufgeregt? Ja, sehr. Ich habe so lange darauf gewartet, zur Schule zu gehen. Oh, und es ist auch dein erster Tag auf der Arbeit, ne? Vielleicht können wir uns bald einen schönen Rucksack leisten für die Schulbücher. Ich glaube, ich habe einen im Laden gesehen. Ich versuche dir einen zu besorgen, aber ich muss erst sehen, ob wir uns leisten können. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich bekomme einen Rucksack gut. Scheiße. Nein. Du bekommst Jeesies im Wert für was weiß ich wie viel. Wir haben nicht mehr zu essen. Oh nein. Kind, es tut mir so leid. Du gehst immer hungrig ins Bett. Ich matsch dir das kurz zusammen. So. Jetzt geht es noch mal essen. Muss ich nicht jetzt in die Schule? Ähm, ich bin nervös. Denkst du, du könntest mich zur Schule begleiten? Natürlich. Tut mir leid, Karin, ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen. Sei nicht aufgeregt, Karin. Du wirst das mit links schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann, aber wie wäre es, wenn wir einen Teil des Weges zusammen gehen? Ja, das ist doch süß. Wirklich, danke, du bist die Beste. Zur Schule gehen. Um Karin zur Schule zu schicken, gehe nach draußen und tippe auf die Schule. Muss ich jetzt oder kann sie noch was essen? Okay, ciao. Danke, dass du mich hergebracht hast. Oh Gott, sie hat nicht mehr Pausenbrot mitbekommen. Die Schule ist wirklich groß, nicht wahr? Sei stark und selbstbewusst. Zeig allen, wie klug du bist. Wenn jemand Ärger macht, erzählst du es dem Lehrer. Sei einfach nett und höflich. Alle werden dich mögen. Ich werde nett zu allen sein. Mach's gut. Oh mein Gott, Leute, ihr kleinen Sadisten, schaut ihr doch nur gerade gerne zu, weil ihr sehen wollt. Oh shit. Zu Hause, Überstunden. Ich gehe nach Hause. Ich bin zu Hause. Oh nein. Wie war dein erster Schultag? Die Schule war komisch und überhaupt nicht nett. Ich habe versucht, ein paar Freunde zu finden, aber naja, alle haben mich angestarrt und keiner hat mit mir geredet. Du hast nichts falsch gemacht. Sie kennen dich nur nicht. Das tut mir leid. Hast du versucht, mit jemandem zu reden? Du hast nichts falsch gemacht. Also wenn die mich erst kennenlernen, können sie vielleicht nett sein und dann können wir Freunde werden. Du brauchst erst mal was zu essen. Oh, was ist das? Oh nein. Das ist so traurig. Kind, wir haben nichts mehr zu essen. Was mache ich denn jetzt, Leute? Ah, doch noch ein Brot. Oh Gott. Echt, mehr habe ich nicht? Kann ich nicht mal irgendwie was... Kannst du mir helfen, etwas in meinem Schulbuch nachzuschauen? Mein Lehrer könnte uns ab morgen abfragen. Ja, natürlich. Oh, danke. Das Buch ist in meinem Zimmer. Bereit, jetzt loszulegen? Kannst du mal glücklich schauen? Ach, ich muss Essen einkaufen. Gott. Was sagt ihr mir jetzt? Wenn Lin und Per jeweils einen Apfel haben und Lin und Per ihren Apfel gab. Also, wenn Lin und Per jeweils einen Apfel hatten und Lin ihren Apfel gab, wie viele Äpfel hatte Per? Er hätte drei, er hätte zwei. Eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Dann hat er zwei. Aber kann ich jetzt noch einkaufen gehen? Ich heiße Per. Per, echt? Witzig. Sag Pärschenplay. Einkaufen, da wo du den Kuchen gekauft hast. Kann ich da jetzt noch einkaufen oder ist es schon zu spät? Die wird wohl gemobbt wegen ihres Aussehens in der Schule. Ja, das dachte ich auch. Okay, die nächste Frage. Wenn Per dann einen seiner Äpfel gegessen hätte, wie viel hätte er dann noch übrig gehabt? Einen. Hm, alles klar. Die letzte Frage. Wenn Pärs Mutter vier weitere Äpfel mitbringt und sie sagt, Per und Lin, sie sollen alle Äpfel fair teilen. Wie viele Äpfel soll Per dann Lin geben? Zwei. Aber Per hatte davor schon zwei Äpfel. Das wäre also nicht fair. Ach, scheiße. Das habe ich ganz vergessen. Das war schwer. Ich hoffe, wir haben es richtig gemacht. Oh Gott, Kind. Du wirst so gemobbt werden. Ich muss mal ganz kurz raus einkaufen. Ich kann nicht einkaufen. Doch, kann ich. Oh ja, hier bitte das mal. Ich muss. Oh, und die Tasche. Oh, und die Tasche. Okay, oh krass. So, habe ich das gekauft? Nee. So. Ich muss noch ein bisschen was einkaufen, Leute. Jetzt geht es noch nicht. So ein Käsebrot kostet so viel. Sehr pervers. So, okay. Schnell nach Hause. Kind, du musst essen. Sieht aber nicht glücklich aus. Oh, scheiße. Ich könnte eine ganze Woche schlafen. Nein, du. Okay, dann gehst du jetzt pennen. Rein da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Schule mag. Sogar die Lehre und Mrs. Hensons wirkte irgendwie hinterhältig. Erwachsen werden bedeutet, aus den Herausforderungen zu lernen, denen man begegnet. Vielleicht hast du... Vielleicht habe ich meine Meinung geändert. Vielleicht will ich doch kein Erwachsener sein. Und es ist okay, wenn du mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Natürlich. Oh, danke schön. So, die Arme. So, den Rucksack kriegt sie morgen. Boah, das ist echt hart, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich jemals irgendwie... Echt schrecklich. So, was habe ich denn hier drin? Wieso? Ach so, ich kann nicht, weil ich jetzt schlafen gehen muss. Boah, das ist so schwer, weil du musst irgendwie immer deinen ganzen Tag einplanen. Perfekt. August 21. 22. August. Das ist auch noch Sommer. Wir bekommen bald den Rest unserer Bücher. Oh nein, die ist ganz dreckig. Ich habe aber keinen Rucksack. Die anderen Kinder haben Rucksäcke für ihre Bücher. Ich bin mir nicht sicher, ob er so wie es aussieht, werde ich bald einen Rucksack besorgen. Wirklich? Oh toll, ich hoffe, wir können uns den leisten. Muss. So. So viel Post. So, du musst jetzt erstmal dein Gesicht waschen, sonst werden die dich wieder mobben. Oh Gott, Leute, das ist wirklich schrecklich. So, und dann würde ich sagen, ganz schnell was essen. Hm, Schmatz, Schmatz. Das hatte ich ja überhaupt nicht satt gemacht. Aber sie kann jetzt so viel essen, wie sie will, ne? Damit sie mal satt ist. Das Kind frisst mir alle Haare vom Kopf, Mann. Scheiße. Okay, dann mal schnell jetzt. Ich hoffe, sie kommt jetzt nicht zu spät. Oh nein, ich habe sie nicht zur Schule gebracht. Und ich bin nicht zur Arbeit gegangen. Ah, ich kann ja auch was anderes anziehen. Das bringt jetzt ja eh nichts, oder? Ich bin nicht sicher, ob ich gehen will. Oh no. Aber ich muss gehen, sonst wäre Liv alleine. Vielleicht wären die Kinder netter, wenn ich wie sie wäre und einen Rucksack hätte. Die anderen Kinder haben alle einen. Sag ja zum Rucksack. Sag nein. Sag, du bist nicht sicher, was den Rucksack angeht. Kann ich einen haben? Oh Gott, vielleicht aber nur zum Schutz deiner Bücher. Ein Rucksack ist nicht dazu da, zu beweisen, dass du was wert bist. Vielleicht, aber es macht die anderen Kinder wahrscheinlich nicht netter. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich sag mal, das... Okay. Okay. Ab. Und ich gehe hier hin. Oh Gott, Leute. Das ist schrecklich. Okay. Geht's nach Hause? Jemand hat mich heute beschimpft. Sie haben gesagt, ich sei ein Bastard, weil ich keine richtige Familie habe. Oh, unsere Familie ist viel besser als ihre. Das ist nicht nett von denen. Unsere Familie ist ein bisschen anders, aber anders bedeutet nicht schlecht. Das ist falsch. In vieler Hinsicht. Wir sind eine wunderbare Familie. Sie hatten Unrecht. Oh, also ich schätze, sie haben gelogen. Ich bin froh, dass du unsere Familie magst. Das tue ich auch. Aber sie haben alle eine Mutter und einen Vater. Niemand wurde zurückgelassen. Wir sind meine Eltern. Ich will es wissen. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du würdest mir erzählen, wenn ich groß bin und schaue, jetzt bin ich groß. Warum? Warum sollten die mich ein Bastard nennen? Das Wort bedeutet, dass deine Eltern nicht verheiratet waren. Das ist wahr. Ich weiß nicht warum, Karin. Du bist zu jung, um dir solche Dinge Sorgen zu machen. Boah, schwer, weil sie will ja nicht jung genannt werden. Oh nein, ich stimme nicht zu. Jetzt werden wir erstmal nicht narrisch, sonst gibt es kein Essen. Du musst versprechen, sie zu finden. Karin, bitte, du musst es versprechen. Nö. Versprich es mir, versprich es mir, dass du es herausfindest. Nö. Bitte, du musst es versprechen. Nö. Versprich es mir. Och. Dann erfahre ich endlich, wenn meine Eltern sind. Kontaktiere Karins biologische Mutter. Lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Das Kind braucht erstmal einen Rucksack. Ich habe nicht mal genug Kohle. Ich will ja eigentlich, dass sie kauft jetzt einmal. Ey, das ist echt schwer, ne. Ich habe überhaupt keine Kohle für irgendwas. Wir haben gerade mal Geld und muss essen. So. Schwierig. Ich habe ja auch nichts mehr, ne. Okay, dann musst du jetzt weniger essen, damit du einen Rucksack kriegst. Karin landet am Bahnhofstor, wirklich. Hey, bist du traurig? Wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen mahlen? Das ist schön. Tolles arme Kind, Mann. Mobbing ist so scheiße, Leute, echt. So. Okay, sorry, Kind, du musst leider hungern. Und bitte jetzt ins Bett gehen. Die Schule ist anders, als ich erwartet hatte. Die anderen Kinder sind nicht so lustig, wie ich dachte. Aber vielleicht macht es Spaß, neue Dinge zu lernen. Bist du dort, um zu lernen? Die Schule ist zwar schwer, aber du bist ein kluges Kind. Du schaffst das. Lass dich von den anderen nicht ablenken. Die Dinge werden sich ändern, jetzt wo ich erwachsen bin. Du bist noch ein Kind. Du musst dir um diese Dinge keine Sorgen machen. Ja, wenn man erwachsen ist, kann man die Welt auf eigene Faust entdecken. Selbst wenn du größer wirst, wirst du mein kleines Mädchen sein. Das ist nett. Ja, ja. Bin jetzt groß, weißt du? Ich kann auf mich selber aufpassen. Ich werde immer da sein, um mich um dich zu kümmern. Nun, ich schätze, du bist schon älter als ich. Sie war so happy am Anfang, es wird sie gemobbt, ist schrecklich. Aber ich kann mich auch um dich kümmern. Zu beleid, wenn ich dich verärgert habe. Ich brauche keine anderen Eltern, ich habe dich. No. Es wäre einfach schön, etwas über sie zu wissen. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Jetzt geh schlafen, Mann. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen, die ich so gerne mag? Ja. Ja. Juhu, Dankeschön. Oh ja, ich muss auch mal... Ja. Ein neuer, hat wohl ein Tagebuch eingefügt. Kannst wahrscheinlich auch nichts mehr lesen. Nee, ich muss mich mal an meine Briefe jetzt mal kümmern. Am nächsten Tag. Das Kind raubt mir alle Nerven, Mann. Ich habe keine Zeit mehr für mich selbst. Es ist sehr schön draußen. Die Fabrik ist unterbesetzt. Aufgrund der Unterbesetzung werden wir sie bitten, von Zeit zu Zeit Überstunden mit erhöhtem Lohn zu machen. Die Überstunden werden am Abend enden. Ach du Scheiße, Kind, ey. Okay, bitte setz dich hin und iss. Oh, sie wie ein Rucksack. So voll der Wink mit dem Zaunpfahl hier auf einmal so ganz ruhig so ein Ding hinsetzen. Was braucht sie sonst? Ich würde vielleicht nochmal was zu essen machen und sie zwingen, dass sie essen muss. So, setz sie nochmal hin und nochmal essen. Ach, geht nicht. Sie muss jetzt gehen. Ein Rucksack wäre gut. Raus mit dir jetzt. Ab in die Schule. Ich habe auch nicht mehr Zeit, irgendwas zu kaufen, ne? Der Rucksack ist ja auch gar nicht mehr da. Scheiße, wo ist der Rucksack? Leute, der Rucksack ist weg. Ich finde, dass das Spiel wirklich schön gemacht ist. Es zeigt einfach, wie brutal es sein kann. Oh Gott, ich muss Überstunden machen, ne? Ich weiß nicht, Leute, was ich machen. Geht jetzt erstmal heim. Und hole jetzt den Rucksack. So. Das wird sie mega freuen. Und dann... In den Wald kann ich nicht, ne. Danke, kiffendes Fisch. Vielen Dank. So, okay, wir haben jetzt nichts mehr. Oh, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Meine Bücher sind so schwer. Ich wünschte, ich hätte einen Rucksack. Ja, ja, ja. Kann ich ihr den jetzt geben, den Rucksack? Äh, ich habe einen Rucksack. Wieso kann ich ihr den nicht geben? Oh, ich habe ihn nicht eingekauft. Oh. Okay, jetzt habe ich ihn. Was ist das? Es ist eine Überraschung. Es ist ein Rucksack. Es ist einer, oder? Es ist einer. Es ist einer. Ja. Du hast einen besorgt, wie versprochen. Danke, danke, danke. Er ist perfekt. Karin vertraut dir nun mehr als zuvor. Gern geschehen. Sei nur vorsichtig damit. Versprochen. Oh Gott, bestimmt machen die Arschlöcher den fertig. So, du musst jetzt unbedingt essen, Kind. Du verhungerst. Ich habe ein paar Stöcke auf dem Heimweg von der Schule gefunden. Schau mal, vielleicht können wir daraus etwas machen. Bitte iss erstmal einfach nur. Alles auf, was geht, damit du mal satt bist. Und das war es auch schon wieder. Ah, Mann. Oh, eine Angel. Es ist schon spät. Egal, du guckst mir jetzt zu. Jetzt hast du eine Angel. Oh. Okay, das Kind muss wirklich schlafen. Mann, es bleibt nie viel Zeit ab. Dreckig ins Bett. Könntest du mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Nein, vielleicht morgen. Oh, gar eine Gute-Nacht. Ich muss auch mal meine Rechnung lesen, Leute. Ich habe für nichts mehr Zeit. So, jetzt. Nein, schon wieder nicht. Oh, das gibt es so nicht. Das Kind frisst mir alle Haare vom Kopf. Liebe Karin. Heute habe ich dir versprochen, mehr über deine Eltern herauszufinden. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die Antwort finden werde, die du dir erhoffst. Also finde ich, dieses Tagebuch zu schreiben. Ich werde es dir geben, wenn du alt genug bist, und es zu verstehen. Sollte ich nicht dazu in der Lage sein, die Geschichte deiner Eltern zu erfahren, sollst du zumindest wissen, dass ich es versucht habe. Und du wirst mehr über den Krieg wissen müssen, was danach geschah. Dies ist, was ich weiß. Vor drei Jahren antwortete ich auf deinem Zeitungsartikel, welcher lautete, dreijähriges Kind zur Adoption freigegeben. Hinweis, Kriegskind. Ich wünschte mir so sehr ein Kind, und ich hoffe, du weißt dies in meinen Herzen. Deine Mutter erzählte mir, dass dein Vater ein deutscher Soldat war, und dass sie bloß 16 und unverheiratet gewesen war, als sie dich 1944 zur Welt gebracht hatte. Sie weigerte sich, mir mehr zu erzählen. Sie hatte einen Mann aus dem Widerstand geheiratet und musste ihr Versprechen, dich aus ihrem Leben herauszuhalten. 23.08. Ich habe deiner Mutter geschrieben. Es könnte sein, dass sie dir helfen möchte, obwohl sie keinen Kontakt wünscht. Es ist schwer zu verstehen, warum eine Mutter ihr Kind im Stich lässt, aber viele Mütter, die Kinder mit deutschen Soldaten bekamen, gaben diese weg. Schätzungsweise wurden 12.000 dieser Kinder während des Zweiten Weltkrieges in Norwegen geboren. Die meisten Mütter waren Junge da, Frauen und Jugendliche wie deine Mutter. Außerdem musst du wissen, dass du gewollt bist. Du bist mein Kind und meine einzige Familie, und ich verspreche dir, für immer für dich da zu sein. Das ist die wichtigste Aufgabe, die ich habe. Dich in Sicherheit zu halten, dir zu helfen, mit allen umzugehen, was passieren mag. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das Beste für dich zu geben. Oh, süß, süß. Scheiße, ich kann schon wieder... Mann, das Kind, das kommt mir jeden Nerv hier. Scheiße, Leute. Das Kind verwahrlost. So, ich hoffe, es war jetzt einen schönen Tag. So, Nachbarschaft. Dies ist eine Warnung. Wir haben unzählige Beschwerden darüber erhalten, dass in der Nachbarschaft Deutsch gesprochen wird. Dies ist nicht akzeptabel. Okay. So, Kind als allererstes. Waschen. Halt. Nein, 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 nein. Ab in die Wanne. Sonst hassen dich wieder alle. So. Wunderbar. Und essen oder umziehen. Essen, oder? Wir haben nichts. Oh Gott, ich habe nichts zu essen. Ah, aber ich kann jetzt nachher den Ding fertig machen. Dann können wir nämlich angeln. Jetzt. Okay. Wow. Hast du eine Angelroute gemacht? Das ist ja cool. Ich habe leider nichts zu essen, Kind. Wir haben nichts. Nix, 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 nix. Es gibt nichts zu essen, Leute. Überleg dir das mal. Okay. Dann. Mein Rucksack ist so schön. Ja. Endlich. So. Ich muss jetzt aber auch mal kurz an meine Briefe gehen. Darf ich jetzt kurz? Scheiße. Ich habe schon wieder keine Zeit, verdammt. Okay. Ab in den. Ich gehe ab in die Arbeit. Ich mache keine Überstunden, weil ich muss mal meine Briefe lesen. Nein, nach Hause. Ich bin zurück aus der Schule. Hat es so einen schönen Tag? Die ist ja immer schmutzig. Heute waren alle sehr aufgeregt. Eigentlich sollten wir einen anderen Lehrer bekommen. Den Herr Sollheimer. Aber der kann nicht arbeiten. Ich weiß nicht, warum. Also bekommen wir jetzt einen anderen Lehrer. Der Herr Berg heißt. Ich frage mich, wie er wohl sein wird. Ich hoffe, er ist nett zu mir als die Frau Hansen. Mein Rucksack ist wirklich schön. Ich muss erst mal Essen kaufen, Kind. Wir verhungern. Macht es eigentlich auch ein Kuchen mehr satt? Macht es mehr satt? So was? Ja. Ich hoffe, das Kind ist mal satt. So, jetzt muss ich jetzt erst mal eine Briefe machen. So, okay. Oh, was ist das? Oh, Adoption. Name der Mutter. Siri. Relf-Kief-Seim. Adresse. Stand Gata 41. Sog Sand. Schreibt die Mutter. Tippe an. Liebe Siri, ich weiß, dass ich dir versprochen habe, dich in Ruhe zu lassen. Aber ich muss dir nun schreiben. Karin hat mit in der Schule begonnen und es ist passiert, was wir befürchtet haben. Sie muss wirklich die Wahrheit über ihren Vater erfahren. Oh Gott, das ist einer aus der SS, oder? Ich glaube, das ist einer aus der SS, oder? Ich glaube, dass es so ist. Siri. Werbung, kaufen Sie Ihre Rucksäcke bei der Stees Landsport nur diese Woche. Wir haben verschiedene Farben und Modelle. Praktisch zum Wandern, außerdem haben wir eine große Auswahl. Okay, da habe ich die erf... Okay, was gibt es hier? Nachrichten. Luftangriff über Korea. 17 amerikanische F-86 Jets und beinahe 60 kommunistische MiG-Flugzeuge trafen heute in einem gewaltigen Kampf über Nordkorea aus. Okay. So, dann habe ich jetzt mal alles. Hier, neue Sachen. Jetzt ist sie wenigstens glücklich. Oh, das ist echt süß. Man sollte ja nicht echt adoptieren. So, okay, jetzt Kind, als allererstes Mal. Wir müssen leider schon wieder was vorbereiten. Ich gebe dir deswegen den Kuchen, weil du musst jetzt essen. Sehr gut. So. Oh je. Again. Oh no, Kind. Warum bist du immer so schnell müde, Mann? Du wärst keine gute Strümerin. Ach, die isst jetzt auch gar nichts mehr. Oh Gott, ey. Sie geht schon wieder ohne Essen ins Bett. Es tut mir so leid. Hm, Herr Berkeley. Klingt nach jemandem, der streng sein könnte. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen, die ich so mag? Ja. Hätte schon nichts. Oh Gott, das Kind ist auf Dauerdiät, Mann. Oh je, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das Kind durchbringen. Morgen. Es ist Samstag. Also keine Schule heute. Hurra. Ich habe Liv versprochen, dass wir heute zusammen spielen. Aber davor müssen wir dich erst mal fertig machen. Ah ja, okay. Du musst jetzt erst mal essen, Kind. Ist ja echt nett, dass dich das nicht juckt, aber. Oh Gott. Ich habe einfach so wenig zu essen. Es wird nicht satt. Das ist schrecklich. Na, schön. Aber nicht so lang. Alles erledigt. Viel Spaß. Ich gehe dann. Oh Gott, die ist schmutzig. Scheiße. Die geht jetzt schmutzig. Und ich muss arbeiten. Stimmt, ist ja Samstag, ne? Oh Gott. Ich kaufe noch ein Käsebrot. Wenn mir das heute Abend wenigstens was zu essen gibt. Oh Mann, ich fühle mich so scheiße. Okay, let's go. Arbeiten. Dann mache ich jetzt aber heute mal eine Überstunde, weil die es eh spielen den ganzen Tag. Braucht mich heute nicht. Überstunden. Oh Gott. Oh Gott, ich habe auf dich gewartet. Oh Gott, Kind. Bitte als aller... Kann ich schlafen gehen? Nein, bitte. Du musst erst was essen. Jetzt kannst du schlafen gehen. Und zwar dreckig ins Bett. Eine Geschichte von dem Schlafen gehen wäre schön. Hast du Zeit? Es ist zu spät. Es ist schon längst Schlafenzeit. Oh Gott, scheiße. Ich habe keine Zeit mehr für mich. Angeln gehen. Angeln gehen. Das kann ich morgen machen, weil dann kann ich jetzt ja auch mal ausschlafen. Ich kann auch keine Briefe mehr lesen. Ist eh nichts da. Ich kann auch nichts kochen. Nein. Scheiße. Na gut. Das ist echt cooles Spiel. So, jetzt kann ich mal angeln gehen. Oh, ich bin so hungrig. Ach, scheiße. Heute ist Sonntag, also kannst du heute mit mir rausgehen. Und wenn wir eine Angelstange haben, können wir angeln gehen. Liv und ich haben ein paar Bären gefunden. Vielleicht können wir sie pflücken gehen. Ich gehe als erstes mal. Oh, scheiße. Ich kann doch nicht. Ich habe nichts zu essen. Das ist ja wirklich grausam. Kind. Oh doch. Wir haben was zu essen. Ah, du kannst dich auf deine Mutter verlassen, Mann. So. Jetzt erstmal hier hin. Bis. Ja. Gut. Was ist das hier? Oh, ich möchte angeln gehen. Wie die mich immer so mit so Bildern drängt und hinweist, was hier zu tun ist. So, erstmal sauber machen. So, warum guckt die so unglücklich? Was ist denn jetzt das Problem? Bin ich etwa keine gute Mutter? Du ziehst jetzt mal bitte das an. So. Ich möchte wirklich gehen und malen. Ja, ja. Willst du mitkommen und mir helfen? Das klingt toll. Malen wir etwas. Wollte ich nicht fischen gehen? Nicht jetzt. Bitte. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Bitte, bitte. Nein. Vielleicht ein andermal. Bitte, ich flehe dich an. Du wirst nicht aufgeben. Mann, ich will aber nicht. Ich will doch eigentlich was ganz anderes machen. Ich will eigentlich Essen kaufen, Mann. Ich versage gerade völlig. Die Suppe gibt es am meisten. Danke, dass du mit mir gemalt hast. Das ist wirklich gut geworden. Findest du nicht auch? Natürlich. Ist es das? Gute Arbeit. Danke. So, jetzt muss ich mal kurz angeln gehen. Ich kann nicht mehr angeln. Doch. So, rein damit. Da ist nichts dran. Scheiße. Oh Gott, wie wirklich frustrierend. Okay, die Angel rote. Oh Scheiße, es wird spät. Ich glaube, wir sollten zurückgehen. Du hast recht. Immerhin hatten wir Spaß. Ja, voll, ne? Kacke. Und sie hat nichts zu essen. Ich bin müde. Oh Gott, ich bin so eine schlechte Mutter. Das ist wirklich schlecht. Seltsame Worte. Du weißt schon, Worte wie Omi. Auch andere seltsame Worte. Liv sagt, sie klingen lustig. Sag diese Worte nicht mehr, Karin. Du solltest vorsichtig sein, von wem du diese Worte sagst. Nun, solange du sprachst, weil... Was für Omi? Wieso? In der Nachbarschaft gibt es Leute, die... Ach so, weil es deutsch ist, oder? Warum sind sie... Hm, okay, weil es deutsch ist. Habe ich schlimme Worte benutzt? Nein, kleiner. Ich meine nur kleine. Aber einige schlechte Menschen haben sie immer benutzt. Also sag sie nicht draußen, okay? Es sind seltsame Worte, wenn man sie nicht kennt. Diese Menschen mögen sie nicht. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Aber ich werde aufhören, solche Worte zu benutzen. Seine Wahl hat Karins Herz verhärtet. Ist es okay, wenn wir einen gute Nachgeschichte vorließen? Oh Gott, es ist zu spät. Ich will noch kurz meine Briefe anschauen, wenn ich welche bekommen habe. Nee, Scheiße. Kann ich da mal irgendwie gucken, ob wir noch was zu essen haben? Wir haben nichts mehr zu essen, ey. Kacke. Da ist nichts mehr zu essen da, Leute. Ich muss wieder Essen kaufen. Mein Kind verhungert. Das ist fürchterlich. Die geht morgen wieder ohne Essen in die Schule. Mann. Boah. Ich hätte frei kaufen sollen, Leute. Ich habe schlecht geschlafen. Boah, die wird ja dünner, oder? Nee. Ja, ich glaube, dass du schlecht geschlafen hast, Kind. Zieh dir die ganze Post an. Das mache ich. Es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich habe ein neues Leben und kann es nicht mit Fehlern meiner Vergangenheit belasten. Ich bin nicht länger für Karin verantwortlich. Schreib mir nicht wieder, Siri. Du Drecksau. In den Nachrichten. Stelle köstliche Preiselbeermarmelade her. 3 Kilogramm Fruchtsalat. 1 Liter Saft. 2 Kilogramm Zucker. Nutze ganz schöne Beeren für die Marmelade und so weiter und so fort. Okay. Kann ich in den Wald gehen? Nee. Kann er noch nicht einkaufen. Oh doch, ich kann einkaufen. Gut. Dann würde ich sagen, gibt es hier nochmal neues Zeugs. Ich brauche mal so ein bisschen Zeug, weil das ist was, was ich nicht kochen muss. Das kann ich direkt ihr jetzt in den Rachen reinschieben. Und sie muss es essen. Ich liebe meinen Rucksack. Ich wünschte, du könntest mit mir zur Schule kommen. Wir sehen uns nachher. Lerne heute viel, okay. Ich versuch's. So, jetzt erstmal der Schlund voll hier. So, rein in den Kessel. Sehr schön. Und nochmal. Ich will, dass mein Kind mal satt zur Schule geht. Yes, man. Endlich. 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 Oh Gott, Leute. Endlich. So, ab in die Schule und ich geh ab. Brei, Brei. So, zu Hause. Ich geh jetzt nach Hause. Sie, die haben meinen Rucksack zerrissen. Es tut mir leid. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ich habe versprochen, auf ihn aufzupassen. Und jetzt ist er ruiniert. Bitte sei dich böse auf mich. Diese kleinen Bäger. Das muss aufhören. Oh nein, geht's dir gut. Es ist nicht deine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Mir haben die nichts getan. Ich bin nur traurig. Du hast zu hart gearbeitet, mir den Rucksack kaufen zu können. Und ich konnte nicht genug auf ihn aufpassen. Sei nicht traurig, Karin. Ich werde das in Ordnung bringen. Alles, was zählt, ist, dass dir gut geht. Diese schlimmen Kinder sind daran schuld. Ich kümmere mich um die. Ich sag mal, alles, was zählt, ist, dass dir gut geht. Ich habe diesen Rucksack geliebt. Ich werde einen Brief schreiben, damit das aufhört. Okay, ich hoffe, sie hören auf dich. Nö, ich würde es dem Lehrer schreiben. Ich brauche erst mal wieder essen. Essen. Wir haben jetzt genug zu essen. Das Kind ist auch satt. Hier, setz dich hin. Jetzt gibt es erst mal was zu futtern. Sehr schön. Noch mal rein in den Kessel. So, es wird gebadet. Das Kind sieht einfach nur unglücklich aus. Ich kann das nicht ertragen. Das ist einfach nur schrecklich. Mann, jetzt hör doch auf, so zu gucken. Oh ja, gut schlaf in der Wanne. So, die anderen Kinder sind so gemein. Diejenigen, die nett zueinander sind, werden auch freundlich behandelt. Man erntet das, was man sieht. Ja, Karma, so bitch. Okay. Gute Nacht. Will Leute K. keine Geschichte haben. Beschweren. Schreibe einen Brief an die Schule, um diese Hethi-Fahrerfälle zu informieren. So, schreibe ich jetzt einen Brief, so dass man hier richtig Rampage gemacht hat. Schreibe den Brief jetzt und gib ihn morgen Karin. So, tippe. Manche der Schüler waren sehr grausam zu Karin und gestern zerstörten sie ihre Schulsachen. Ich bitte die Schule, mehr gegen dieses Mobbing-Problem vorzugehen, bevor es außer Kontrolle gerät. Hallo, der wichtigste Satz überhaupt. Außerdem müssen diese Arschgeigen den Rucksack bezahlen. Wie wäre es mal damit? Ich würde da, glaube ich, ich glaube, ich wäre später keine gute Mütter. Ich glaube, ich verprüge später Kinder, die meine Kinder mobben. Musik so hart. Danke, B-Becky, für sechs Monate. Hi. Oh Gott. Die sieht ja grausam aus. Guck doch mal, bis sie ein glücklicher. Soll ich hier einen neuen Rucksack kaufen? Ich bin mir irgendwie so unsicher. Ich ziehe mir mal was anderes an. Was gibt es denn hier eigentlich noch zu tun? Warum ist der... Achso, wir haben nicht genug gespielt. Ich weiß, dass große Mädchen zur Schule gehen müssen, aber es ist wirklich schwer. Bring diesen Bericht zu deinem Lehrer. Der sollte helfen. Glaubst du, es wird helfen? Das tue ich. Wir dürfen sie nicht damit durchkommen lassen. Ich hoffe, es irgendwer wird zuhören müssen. Vielleicht macht es Dinge tatsächlich noch schlimmer. Boah, ich weiß es nicht. Was meinst du? Was meint ihr? Wir dürfen sie damit nicht durchkommen lassen. Du hast recht, das werden wir nicht. Dann werde ich ihn abgeben. Ich mag die Schule nicht. Aber wenigstens hilfst du mir. Natürlich, Mann. Wir sind... Ah, nicht wirklich... Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Ich hätte ihn reparieren können. Scheiße. Okay, das mache ich nachher. Geht's nach Hause? Die braucht mich. Oh, sie ist gar nicht da. Ah, sie ist in ihrem Zimmer. Kann ich trotzdem kurz den Rucksack reparieren? Ja. Oh je, ist das erbärmlich. Ja, wo ist sie denn? Wo ist denn mein Kind denn? Oh! Laura, danke für drei Monate. Oh, du hast es geschafft. Du hast meinen Rucksack repariert. Er ist fast wie neu. Mach dir keinen Vorwurf, falls das nochmal passiert. Ähm. Okay. Deine Wahl hat Karins Herz verhärtet. Ich wünsche, du hättest mich nie gezwungen, diesen dummen Brief abzuliefern. Oh Gott, was ist passiert? Die Lehrerin hat den Brief in der Klasse laut vorgelesen. Sie sagte, ich sei ein Verräter. Dann ließen sie mich mit ausgestreckten Armen im Geschichtsunterricht stehen. Ich kann es nicht glauben. Wir können nicht meine Lehrer trauen. Du hättest diesen Brief nicht schreiben sollen. Scheiße, Leute. Tut mir leid, dass ich so wütend war. Du wolltest mir nur helfen. Das tut mir gut. Ich bin müde. Ach du Scheiße. Boah, ist ja fürchterlich. Kann ich die irgendwie noch waschen geben? Ja. Ja, aber es gibt wirklich Lehrer, die mitmobben, ne? Das stimmt nicht mit mir. Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist perfekt. Glaube dir nicht. Mit dir ist alles in Ordnung, Karin. Tja, bist du aber. Aufwand, sie zu denken. Okay. Könntest du mir vielleicht die Geschichte vorlesen? Ja, auf jeden Fall. Nee, kann ich nicht. Ist zu spät. Okay, dann gute Nacht. Boah. Scheiße, das Kind wird voll der Eisklotz wegen mir. War gar nicht gut. Dass die Mutter aber auch nie persönlich hingeht, ne? Soll, glaube ich, so richtig Rampage machen. Rüchterlich. Ja, sie sagt, dass ich mir den Lehrer nicht trauen kann. Ich bin, hier bin ich. Guten Morgen. Bin froh, dass ich meinen Rucksack wieder habe. Ja. Es erst mal. Kann das Kind auch mal glücklich sein? Wir müssen gleich mal wieder ein bisschen mehr spielen, oder? Oh. Ist gar keine Ding. Was ist denn für ein Tag? Was ist denn für ein Tag? Hm. Können auch nicht angeln, ne? Was ist denn für ein Tag? Kann ich mit dir nicht spielen? Ich sollte bald zur Schule gehen. Pass auf dich auf, werde ich. Oh je, dir hat gar keinen Bock. Ich fühle das voll. Ich hatte auch zeitlang gar keinen Bock. In die Schule gehen immer Bauchschmerzen gehabt, weil die anderen so kacke waren. Wir gehen nach Hause. Warum sagen die Leute, ich sei ein deutsches Kind? Ich bin nicht deutsch. Diese Belgier haben keine Ahnung, von sie reden. Diese Fieslinge, sie wollen dich nur ärgern. Haben diese gemeinen Kinder wieder auf dir rumgehackt? Nein, Frau Hansen hat das gesagt. Sie hat das ganze, das ganze Klassen, sie hat das der ganzen Klasse gesagt, dass ich ein deutsches Kind bin. Hör gar nicht auf die, auf keinen von denen. Das ist nicht wahr. Du besitzt die norwegische Staatsbürgerschaft. Oh Gott. Was soll ich da sagen? Warum sollten sie das sagen? Geht es um meine Eltern? Ich sage Karin, was du weißt. Du wolltest diese Art von Geräte am besten ignorieren. Willst du später darüber reden? Du wirst nie darüber reden. Ich habe mich entschieden, es ist am besten zu warten, bis die Zeit reif ist. Es ist nicht fair, dass ich warten muss. Doch. Gut. Dann lass mal Ball spielen. Jetzt komm. Ja, ein bisschen mehr glücklich sein. Jetzt komm. Hey, Ball. Hey, toll. Nochmal. Hey, toll. Ball spielen. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Sei glücklich. Wir dürfen uns glücklich schätzen. Das war es auf jeden Fall. Ach, jetzt geht es dir besser automatisch. Ah, okay. Deswegen war sie so traurig. Na, siehst du. Geht doch. So, jetzt wird gegessen. Ach, geht gar nicht. Okay. So. Boah. Sie so gemein sein müssen. Frau Hansen und einige der Erwachsenen, sie sehen mich an, als hätte ich etwas Gestohlene kaputt gemacht. Ich habe nicht. Habe ich nicht. Ich bin lieb gewesen. Wirklich lieb. Nicht meinen Rucksack zu haben hat geholfen. Ich bin. Vielleicht stimmt etwas nicht mit mir. Sonst, Kinder sollten sich über sowas keine Gedanken machen. Liv und ich und du, wir sind die einzigen guten Menschen. Sie mag es nicht, wenn die anderen Kinder wütend werden. Dann versteckt sie sich. Ich werde auch versuchen, mich mehr zu verstecken. Kann es sein, dass Liv gar keine echte Freundin ist? Aber mein bestes Versteck ist hier. Weil du hier bist, um die bösen Menschen zu vertreiben. Ich bin müde. Könntest du mir eine Nachtgeschichte vorlesen? Hab jetzt nashed. Ich muss auch mal wieder meine ganzen Briefe lesen, ne? Okay. Äh. Kapitel Ende. Du und 72 andere kauften einen Rucksack. Du und 37% anderer erzählten Kari nicht von den Eltern. Du und 56% andere warnten vor deutschen Worten. Okay. Interessant. 11. September. Guten Morgen! Oh Gott, dann ist es wieder total dreckig. Was ist denn los? Läuft's? Alle in der Schule nennen mich einen deutschen Bastard. Ich will, dass sie mich wenigstens bei meinem Namen nennen. Wann wirst du mir sagen, wer meine Eltern sind? Ich werde dich wissen lassen, sobald ich herausfinde, versprochen. Ich wünschte, ich könnte ihnen meine Eltern zeigen. Dann würden sie aufhören, mich zu beschimpfen. So, jetzt erst mal essen, Kind. Ich bin fast verhunger. So, nochmal. Rein da! So, dann erst mal... ...nur Gesicht waschen oder ist die generell dreckig? Ich habe das Nussgesicht. So. Sehr gut, sehr gut. Super. Wuhu! So. Fikarpeta Christan Fagerstrandkirche. Schreibe an den Priester an. Was soll ich denn schreiben? Wissen Sie, habe ich Karin vor drei Jahren in eine Obhut genommen. Es ist nun jedoch wichtig geworden, die Identität ihres Vaters zu erfahren. Könnten Sie uns mit Ihrem Mitteln helfen, mehr über seinen Hintergrund abzuhören? Ah gut, ich habe einen Brief geschrieben. Das ist nett. Die Schule ist hart, die Leute dort sind nicht nett. Und Frau Hansen ist egal, ob Kinder gemein sind. Aber in Herrbergs Klasse ärgert mich niemand. Pass auf, dass du immer höflich und nett bist. Das kann ich, glaube ich. Vielleicht mögen sie mich irgendwann. Der Herr Bergmann sagt, wir schreiben unseren Test erst am Dienstag. Er sagt, es sei sehr wichtig, dass wir gut abschneiden. Kannst du mir beim Lernen helfen, wenn du zurückkommst? Natürlich, oh Gott. Wow. Könnte sogar Spaß machen. Zur Zeit zu gehen. Oh, es wird ja kälter, ne? Ich will noch was zu essen kaufen. So. Ab ins Nest. Und ich muss... Oh Mann, das ist so traurig. Brei! Ihr seid voll die Breifresser hier. So, wir gehen nach Hause. Wir müssen ja helfen beim Lernen. Willkommen zu Hause. Herr Bär sagt, es ist wichtig, dass wir den Test gut abschneiden. Kannst du mir beim Lernen helfen? Natürlich. Das wird lustig. Wir lernen etwas über Tiere. Hier ist die erste Frage. Welches der folgenden Tiere ist ein Säugetier? Ah, eine Ente. Ein Lachs. Ein Bär. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass es ein Bär sein würde. Welches ist kein Säugetier? Eine Hüsten, eine Rennmaus. Schwan. Elch. Ich wusste es auch. Du bist gut darin. In Ordnung. Die letzte. Welche der folgenden Säugetiere findet man in Norwegen? Ein Känguru. Moschusente. Berglöwe. Also eine Ente auf jeden Fall. Nicht, ne? Findet man nicht. Kängurus. Ich will es nicht drücken. Ich frage meine Community. Ich bin mir nicht sicher. Wir wissen es alle nicht. Oh, Moschus Ochse. Ach so, Ochse. Ja, das sieht man wieder. Ich lese manchmal einfach Dinge anders. Das ist das, was ich immer schon hatte, das Problem. Weswegen ich dann auch als Rechtschreibschwäche und so deklariert worden ist. Weil für mich stand da gerade Ente. Also Moschus Ochse 2. Aber es war doch die Frage C. Berglöwe, sagt sie. Dankeschön an Livestream. Das habe ich von Shein. Richtig, sie leben im... Ach so, ich habe es auch falsch gelesen. Ich habe gelesen, was es nicht gibt. Deswegen wollte ich Känguru sagen. Ich dachte, was es nicht gibt. Ich mag Tiere. Juhu, wir sind fertig. Danke für die... Wieder zwei Sachen anders gelesen. Das ist typisch mein Life. Deswegen lasse ich Verträge auch immer von jemand anderem lese. Karin vertraut dir nun mehr als zuvor. Okay, das ist gut. Karin darf jetzt erstmal noch ein bisschen fressen. So. Und ich würde sagen, wir spielen auch noch ein bisschen. Wir können auch gar nicht malen, ne? Dann abspielen. So. Welches im Norden wohnt, der habe ich falsch gelesen, ne? Okay, sie ist glücklich. Das ist auch schon mal gut. Kann ich schlafen gehen? Ja. Lernen ist schwer. Ich hoffe, ich schneide gut ab. Das wirst du. Kann ich die Geschichte vor dem Schlafen gehen? Ja. Ja, dankeschön. So. 12. September. Sie ist genau richtig, was das ist. Das war gerade das erste Mal. Ich bin so müde. Ich hatte einen schlechten Traum. Wovon hast du geträumt? Es war auch oft so bei Mathearbeiten oder so. Ich habe einfach was Falsches gelesen. Habe es eigentlich richtig ausgerechnet dafür, dass es falsch ist. Aber ich habe was anderes gesehen, als da stand. Das ist echt wieder faszinierend. Ich bin so müde. Ich hatte einen schlechten Traum. Wovon hast du geträumt? Ich hatte einen Albtraum über die Schule. Ich habe Hunger. Können wir frühstücken? Du wäscht jetzt erstmal dein Gesicht. Was passiert eigentlich, wenn ich sie durchgehend dreckig lasse? Ich muss nachher nochmal wieder Essen kaufen. So. Vielleicht doch nochmal baden. Damit sie zu 100% sauber wird. Ja. Weißt du, kein Geld haben, aber zehnmal am Tag die Wanne füllen. Bamberg, danke für drei Monate. Kannst du mich heute vielleicht zur Schule bringen? Ich muss arbeiten. Stimmt dir was nicht? Natürlich kann ich das. Du solltest in der Lage sein. Ich muss arbeiten. Stimmt dir was nicht? Einige der Kinder sind gemein zu mir. Sie warten auf den Weg zur Schule auf mich. Weißt du was? Lass uns zusammen gehen. Lass uns zusammen gehen. Und sehen, ob wir ihnen einen Schrecken einjagen können. Das macht es euch nur schlimmer. Wir gehen zusammen. Wirklich großartig. Schrecklich, ey. So schrecklich. So ein Mobbing-Arschlöcher. Danke, dass du mit mir gehst. Oh, Karins Herz erweicht. Kommst du zurecht? Hab einen schönen Tag, Schatz. Danke, dass du mich versorgst. Mach's gut. Rüchterlich, diese Arschlochkinder. Ich hasse sie nicht. So, ich geh jetzt nach Hause und kaufe Essen. Brauch wieder Brei. Oh, hey. Ich bin in meinem Zimmer. Oh Gott, ihr Oberteil ist verr... Ich muss für meinen Test lernen. Brauchst du Hilfe? Heute nicht. Ich schaffe das schon. Sag Bescheid, wenn es Zeit für Abendessen ist. Oh, ihr Oberteil ist zerrissen, ne? Die Arschlöcher haben sie wieder gemobbt. Ist das Essenszeit? Ja, komm bitte. Okay. Oh je. Okay. Will sie nicht mit mir reden? So, wir spielen jetzt. Oh, die Arme. Ich bin müde. Okay. Die Arschlöcher haben schon wieder alles kaputt gemacht, ne? Diese Säcke. Okay. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich. Es sind diese Kinder der Schule. Es sind so gemein. Einer von ihnen hat heute vors Bein getreten. Oh nein, bist du verletzt. Nicht das schon wieder. Hast du dir jemandem gesagt? Oh nein, bist du verletzt. Mein Bein geht's gut. Aber ich wünschte, sie würden aufhören. Du musst sie meiden. Du solltest jemanden der Schule erzählen. Den wem sagen. Den Lehrern ist das egal. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen? Was hat ihr Herz verhärtet? Scheiße. Es ist zu spät. Scheiße. Haben wir eigentlich überhaupt Briefe? Nee, ne? Gar nix. Es wird Zeit für die Wahrheit. Kein Druck. Morgen. Guten Morgen. Bereit für den Test? Guten Morgen, mein Schatz. Aufgerät wegen des Testes. Bist du bereit für den Test? Bin mir nicht sicher. Würdest du mir helfen, es nochmal durchzugehen? Ja, natürlich. Es gibt nur eine Frage, die ich nicht wirklich verstehe. Was ist los? Füchse. Sie sind Pflanzenfresser, Fleischfresser und Allesfresser. Sie fressen meistens Ratten, Beeren und so viel Zeug. Also Allesfresser. So, das heißt, ich glaube, sie sind Pflanzenfresser so wie Kühe. Nein. Sie fressen meistens Ratten, Beeren und so viel Zeug. Also Allesfresser. Was soll ich jetzt hier fragen? Oder was soll das heißen? Ah, ihr geht. Füchse sind ein bisschen ekliger, als ihr aussehen. Danke für deine Hilfe. Poscht. Schauen wir mal die Posch an, Leute. Okay, danke, Leute. In den Nachrichten. Unser System mit zwei verschiedenen Optionen für eine Adoption könnte für unsere Nachbarländer gewählt werden. Wir erlauben sowohl offene als auch geschlossene Adoptionen, in welchen der Kontakt zu den Eltern und die Erbrechte entweder bei den biologischen Eltern bleiben oder übertragen werden. Genau, das gibt's in dem Tagebuch. Alles Neues. Süß. Außerdem müsstest du wissen, dass du gewollt bist. Du bist mein Kind. Genau. Hier, 226.8. Deine Mutter. Du sollst nicht schlecht über deine Mutter denken. Es ist wahr, dass manche norwegische Frauen deutsche Partner hatten, weil diese ihnen besseres Essen, luxuriöse Gegenstände und Partys bieten können. Hat sich heute wohl nichts geändert. Manche waren sogar Informanten, die andere norwegische Bürger betrogen. Doch die meisten waren junge Frauen, die sich einfach nur verliebten. Während der Besetzung waren über 350.000 deutsche Soldaten in Norwegen stationiert. Einem Land mit nur drei Millionen Bürgern. Viele von ihnen lebten in den Häusern anderer. Viele von ihnen waren selbst noch Jugendliche. Wenn du älter wirst, wirst du lernen, dass du nicht kontrollieren kannst, in wen du dich verliebst. Vielleicht hatte sie Angst. Vielleicht hatte sie Angst. Alles im Jahr 1945 der Krieg und damit die fünfjährige Besetzung Norwegens endete. Wurde viele dieser Frauen als Verräterinnen dargestellt. Andere Norweger schnitten ihnen die Haare ab. Sie verloren ihre Arbeitsstellen, obwohl es nicht illegal ist. Einen deutschen Freund zu haben wurde es. Und es wird es immer noch von vielen norwegischen Bürgern als Verrat angesehen. Der Hass gegenüber dem besetzten Feind und seiner Nazi-Ideologie wurde während der Besetzung sehr stark. Nun, da wir frei sind, werden alle Dinge, die mit Deutschland in Verbindung stehen, als böse angesehen. Deswegen versuchten viele Mütter zu verheimlichen, dass sie Kinder mit deutschen Soldaten hatten. Andere empfanden es als unmöglich, ihre Kinder zu behalten. Es ist schwierig, Arbeit zu finden, einen Platz im Leben oder auch nur Respekt, wenn man als deutsche Schlampe bekannt ist. Die Nachbarn werden es einen nicht vergessen lassen. Die schreckliche Schule. Es tut mir so leid, Karin. Ich weiß, dass ich ein starker Elternteil und dein Beschützer sein wollte. Aber in Wahrheit fühle ich mich hilflos. Deine Schule ist die einzige in der Gegend und ich habe keine einzige nächtige Verbindung in dieser Stadt, sodass ich nicht nach Hilfe wegen des Direktors fragen kann. Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, aber ich werde versuchen, mir etwas einfallen zu lassen. Erziehung ist nicht einfach. Ich hoffe, es war nicht egoistisch, dich zu adoptieren, aber manchmal hinterfrage ich es. Ich kann dir so wenig bieten und oft weiß ich nicht einmal, was ich sagen soll. Ich würde es Geschwister haben sollen und Eltern, die wissen, was sie tun. Ich wollte streng sein, dich stärker und härter machen, damit du deinen Peinigern entgegenstehen kannst. Oder sollte ich dich mit Freundlichkeit überschütten, um all die negativen Dinge wegzumachen, die du durchmachen musstest? Oder sollte ich einfach so ehrlich wie möglich mit dir sein? Sie wollten es mir nicht erzählen. Es tut mir so leid, dass deine Mutter mir nicht die Idealität deines Vaters offenbaren wollte. Also werde ich versuchen, es auf einmal einen Anblick herauszufinden. Zu ängstlich, um darüber zu reden. Ich verstehe, warum deine Mutter zu ängstlich sein könnte, darüber zu reden. Junge Frauen mit Kindern und von deutschen Soldaten haben es schwer. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich mal so alles an Infos von uns bekommen. So. Dann ab in die Schule, mein Kind. So. Hoffentlich ist der Test gut gelaufen. Hmm. Oh, wieder Essen. Das Kind frisst mir alle Haare vom Kopf, Mann. Scheiße, ich hasse das so sehr. Hier gibt es auch nichts Neues. Brauchen wir vielleicht einen Kamm? Oh, jetzt neues Essen. Kaufe mal den Kamm. Hey, ich habe meinen Test wirklich gut abgeschnitten. Herr Bergmann hat mir eine 2 plus gegeben. Das sind tolle Neuigkeiten. Danke. Ich mag dieses Gefühl. Ich werde versuchen, weiter gut zu sein. So, Kind. Jetzt wird erstmal gefressen. Kaufe den Kamm. Ja, den Kamm. Kann ich sie jetzt kämmen? Ich glaube, die ist so dreckig. Die muss man aber in die Badewanne. Ey, so viel wie wir baden, ey. Das ist wirklich schrecklich. Okay, ab ins Nest. Weißt du, die Schule kann manchmal schon okay sein. Ich mag es wirklich, etwas über Zahlen und Tiere zu lernen. Du solltest das tun, was dir Spaß macht, auch wenn es andere vom Gegenteil überhautet. Das ist großartig. Ich konzentriere dich weiterhin auf die Aspekte in der Schule. Und ist es okay, wenn du mir eine gute Nachtgeschichte vorliest? Ja, natürlich. Den Kamm brauchst du später. Okay, gut. Das Game ist cool. Findet ihr es? Wir lernen heute über Fische. Herr Bergmann sagt, ich sei ein guter Schüler. Yes, gut, dass der Lehrer neu ist. Wirklich so, gell? Und Lehrer machen den Alltag der Schule komplett anders. Wenn du coolen Lehrer hast und verständnisvollen, keinen, der irgendwie gefrustet ist. Ich habe hier einen Kamm. Was war denn das gerade? Was kann ich denn machen? Oh, ich kann das kaputt und dann wieder neu machen. Es ist Zeit zu gehen. Gib dein Bestes heute. Ja. So, es geht dir besser. Das ist gut. Der Berg ist safe, deutsch. Ja, guter Punkt. Okay, wir gehen nach Hause. Oh Gott, nein. Oh nein, was mit dir passiert? Ich. Ich habe nur im Schlamm gespielt. Es lügt nicht. Es tut mir leid. Wenn was passiert ist, musst du es mir sagen. Die anderen Kinder. Oh, ich hasse die anderen Kinder. Die haben mich umgezingelt. Sie haben mich umzingelt. Einige von ihnen fingen an, mich zu schlagen. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Mobber brauchen nicht immer einen Grund. Das ist nicht deine Schuld. Du musst diese Leute meiden. Mobber brauchen nicht immer einen Grund. Warum können sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Versuch einfach dein Bestes, um dich von ihnen fernzuhalten. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Vielleicht ist ja der neue Lehrer besser. Ich möchte einen Bart. Vielleicht ist ja der neue Lehrer besser. Vielleicht kann ich mich ja dem anvertrauen. Oh, dir das blaue Flecken. Oh Gott, ey. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Schrecklich. Schrecklich, diese Arschlöcher. Und du? Was ist ein Nazi-Kind? Versuch zu erklären, was ein Nazismus ist. Schau mal, das ist so ein Erwachsenending. Diese Kinder sollten dieses Wort gar nicht benutzen. Nazismus ist schwer zu erklären. Manche Leute denken, das ist ein System oder eine Idee. Eine Idee, nach der bestimmte Leute weniger wert sind als andere. Weißt du, du wirst verstehen, wenn du älter bist. Du traut dir nun mehr als zuvor. Aber du bist keineswegs ein Nazi, Karin. Du bist sehr nett und liebevoll. Wenn also jemand als Nazi bezeichnet werden sollte, dann sind es diese Fieslinge an dieser Schule. Ja, okay. Also hör nicht auf diese Fieslinge. Sie haben keine Ahnung, wovon sie reden. Du hast versprochen, dass du mir von meinem Vater erzählst. Erzähle, was du weißt. Dein Vater war ein deutscher Soldat, der deine Mutter hier in Norwegen kennenlernte. Oh. Dann heißt es, er hat böse Soldatensachen gemacht. Ich glaube, das hat er. Ich glaube nicht, dass er das hat. Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß nicht, aber ich wette, dass er eigentlich ein guter Kerl war. Ich weiß nicht und es ist keine Möglichkeit, das mit Sicherheit zu sagen. Ich weiß es nicht. Es wäre schwer herauszufinden. Ja, sagt das ein guter Kerl. Meinst du? Ja, er war ein ganz toller. Dann war er es vielleicht. Ja, ihr Herz erweicht. Jetzt wird das Wasser kalt. Okay, Madame. So. Hallo an alle! Ich will einfach nur ins Bett. Nix essen? Ab ins Nest. Warum hassen mich alle? Sie sind ignorant und dumm. Sie denken, du bist etwas, worüber sie wütend sind und bevor sie Angst haben. Vermeide einfach jeden, der gemein ist zu dir, ohne Ausnahme. Aber ich habe nichts falsch gemacht und ich bin ein gutes Mädchen. Das ist nicht fair. Wir werden sie nicht davon kommen lassen. Mit der Zeit werden sie vielleicht verstehen und ihre Taten bereuen. Du musst darauf achten, dass sie nicht auf dich aufmerksam werden. Ich weiß es nicht. Ich will sie nicht davon kommen lassen. Gut. Kannst du mir eine schöne Geschichte vorlesen? Natürlich. Diese Arschlöcher. Kann ich bitte nicht einfach mal in die scheiß Schule gehen und die alle ermorden? Oh, Sonntag. Liv ist zu Hause. Kann ich zu ihr? Die müssen die erst mal fertig machen. Dann muss man was essen, Mann. Auf den Teller kommt dann Brot. Das ist zwar schon drei Wochen alt. So. Tschüss. War nicht irgendwas, was ich noch fixen konnte? Da war doch irgendein Kleid. Oder nicht? Oh, ich kann hier Pilze sammeln. Geil. Du hättest recht, Leute. Pilze. Wieso kann ich die Pilze nicht mitnehmen? Kann ich angeln? Yes. Können wir angeln? Komm. Rein damit! Wieso angelst du sie nicht? Kann ich nicht angeln? Kann ich nicht angeln? Ah, ich muss nach Hause, weil mein Kind da ist. Luchz. Oh je, was ist denn jetzt schon wieder los? Warum weinst du? Liv will nicht mit mir reden. Oh Gott, hat ihre beste Frau. Sie sagt, sie will nicht mit einem Troll befreundet sein. Ihr Pech, du brauchst sie nicht. Sie hat wahrscheinlich vor etwas Angst. Oder vor jemandem. Weißt du, was meinst du damit? Ich bin nicht unheimlich. Ich bin kein Troll. Nein, sie hat keine Angst vor dir. Erkläre Gruppenzwang. Die anderen Kinder denken, du bist anders. Aber das macht dich nicht zu einem Troll. Liv hat wahrscheinlich Angst, dass sie sich auch gegen sie wenden. Also versucht sie das zu tun, was sie tut, um akzeptiert zu werden. Sogar gemein zu dir zu sein. Du musst ihnen etwas Zeit geben. Du musst dich behaupten. Boah, ich würde eigentlich mal gerne sagen, dass sie... Ähm... Dass sie mal auf die Kacke haut. Oder? Ich weiß es nicht. Dann tu das. Auf die Kacke hauen. Okay. Du musst dich behaupten. Und darauf warten, dass Liv ihren Mut zurückbekommt. Und lass sie erkennen, was für ein wunderbares Mädchen bis ihnen zeigen, dass du die besserer bist als sie. Und darauf warten, dass Liv ihren Mut zurückbekommt. Okay, ich habe ihr Herz erweicht. Ich will allein sein. Ich muss mal kurz Essen kaufen. Oder vielleicht einfach mal Essen machen. Ach, kann ich gar nicht. Ich muss jetzt ins... Bitte. Es ist halt etwas Schönes zu machen. Okay. Was denn? Was machen wir denn jetzt? Wir kochen zusammen. Geil! Da habe ich doch richtig Bock. Ich habe überhaupt keinen Bock. Es tut mir leid, dass ich so wütend auf dich war. Ja, schäme dich, du dummes Kind. Friss deinen Toast. Und am besten frisst du noch einen. Wo ist eigentlich der Kamm? Wir machen dich nochmal sauber. Jetzt geht es dir doch richtig gut, Kind. So, hier, spiel ein bisschen Ball mit mir. Ich habe den Kamm gekauft. Oh, ihre heile Welt ist kaputt. Ich habe keine Freunde. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Natürlich. Oh, danke schön. Doch, du hast mich. Ah, am Waschbeckenrand. Sehr nice. Okay. Gut, dann mache ich das jetzt. Ich bin wach. Okay, Briefe, Briefe, Briefe. Was machst du überhaupt mit der Post? Gucken wir mal. In den Nachrichten. Laute Schusswaffen. Der neue Film. The last... Ah, okay, da können wir schon rein. Nimmst du uns mit nach Wild... Äh, Wild Wild West. Wenn die Tage in den Männern, Männerwahn und Frauen rar. Robert Taylor spielt den Helden mit einem teuflischen Aussehen. Kann ich wahrscheinlich ins Kino mit dir gehen, ne? So, jetzt erstmal essen. Oh, haben wir nichts zu essen, oder? Wo ist der Kampf? Hm. Es ist bald Zeit zu gehen. Warum habe ich nichts zu essen? Will nicht zu spät zur Schule kommen. Was für ein bewusstes Kind. Bei der Schüssel. Rechts am Waschbeckenrand. Okay, ich gucke gleich nochmal. Ich gehe nach Hause. Oh. Ich kann den Schal machen. Und besseres Essen macht es mehr satt. Ich finde es halt blöd, wenn ich Essen machen muss, das ich zubereiten muss. Weil es kostet halt wieder extra Zeit. Ich muss hier einen Schal machen. Willkommen zu Hause. Oh Gott. So einfach ein braussamer aus, Kind. Der Lift war so gemein. Wir können etwas zusammen machen. Lass uns da was machen. Wir könnten was malen. Lass uns da was Fröhliches machen. Wir könnten Verstecken spielen. Das ist schön. Ich werde mich verstecken. Ich will aber eigentlich, dass du dein Essen isst. Verdammt. Oh, da war noch was, oder? Oh. Es ist schon spät. Du hast mich gefunden. Oh Gott. Ich bin so gefrustet. Hab ins Nest. Kannst du mir vielleicht deine Geschichte vorlesen? Ja. Das ist so ein frustrierendes Leben, was die hat. Das macht mich total debris. Muss ich ehrlich sagen. So, wir brauchen jetzt einen Schal, Leute. Das Kind erfriert. Das ist Oktober. Morgen. So, erstmal essen jetzt. Rein damit. Rein in den Schlund. Rein in den Schlund. Was können wir wieder machen? Ach, es ist wieder kaputt. Ach, stimmt. Ist ja kaputt, ne? Oh je. Ach, jetzt muss ich wieder in die Schule. Verdammt. Und nicht wieder arbeiten. Es bleibt von nix Zeit. Schrecklich. Käm sie. Nachher. Ich muss jetzt den Schal mal aufholen. So, ich kauf jetzt den Schal. Und ich kauf noch. So. Da bist du wieder. Oh Gott. Wie siehst du denn aus? Schrecklich. So, iss einfach nur, weil ich mal voll bitte. Waschen können wir dich morgen. So. Ich will das mal noch fertig machen. So. Dann passt das auch mal wieder. Ich bin müde. Kann ich das trotzdem machen? Ah, okay. Gut. Ich vermisse meine Freundin. Möchtest du mir vielleicht eine Geschichte vorlesen? Es ist zu spät. Schlaf jetzt. Zuerst duschen, dann essen. Ah, geduscht wird jetzt morgen. So. Okay. Unbedingt ab in die Wanne. Wo ist jetzt der Kamm? Hier unten. Nee. Wo seht ihr den Kamm? Wenn ich hier drauf drücke, oder wie? Ah. Oh, sie kann neue Frisuren haben. Nice. Dann machen wir jetzt die. Halt. So. Ich hab nichts zu essen, ne? Okay, wir müssen gehen, deswegen. Ich hab keine Freunde. Ja. Willkommen in Stuttgart. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Neues Essen wäre halt auch mal nicht schlecht. Aber ich find's immer nervig, dass man das zubereiten muss. Das wisst ihr. So. Ich hasse jeden in der Schule. Ich bin mir sicher, dass die nicht alle schlecht sind. Oh nein, hattest du wieder einen schlechten Tag? Waren diese Gören wieder gemeint zu dir? Jeder Tag ist ein schlechter Tag. Oh Gott. Ich will nicht darüber reden. Dann, äh, kochen wir jetzt zusammen. Oh ja, da freut sie sich. Seht ihr, da geht ja einer ab. So, und das machen wir auch noch. Yes. Oh, ich möchte mein Bett... Wie gemein, jetzt koch ich vor ihr und sie hat nicht mehr mehr die Möglichkeit, was zu essen. So, okay, jetzt darfst du aber schlafen. Oh. Okay, wir bringen dich jetzt wirklich mal ins Bett. Cliff, war so gemein. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Leider zu spät, sorry. Danke, Maxi, für sechs Monate. Vielen, vielen Dank. Wow, so lang. Der Schal ist jetzt gleich fertig. So. Hallo. Gut. Post. Noch mehr Post. Ich musste erst mal was essen. Und zwar diesen... geilen Fisch-Eintopf. Oh ja, der bringt echt... Aber der bringt doch gar nicht mehr, oder? So. Gesicht waschen. So. Okay, kann ich ja meine Dinge in Ruhe lesen. Das ist gut, Zeitung. Im Radio erlaubt inklusive einer Szene mit einer unserer deutschen Schlampen und einem Offizier. Es ist ekelhaft besonders für uns, die den Hass der Deutschen spürten und ihn nicht vergessen werden. Uff, 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 uff. Dankeschön. Kann ich jetzt noch das hier machen? Ne, okay, sie muss zur Schule. Wie sie mir überall zugucken muss, ne? Okay, let's go. Haricam, ich finde die Frisur schön. Soll ich nach Hause oder über Stunde? Ich gehe nach Hause. Hey, wieso sieht sie immer dreckig aus? Das ist schrecklich. So, ich mache jetzt kurz das hier fertig. So, wir haben es gleich, Leute. Vermisse meine Freundin. Mein Bauch tut weh. Bist du krank? Ich weiß es nicht. Entspann dich einfach. Lass es mich wissen, wenn es schlimmer wird. Okay, hat er ihre Tage? Ne, oder? So, ihr Schal ist fertig. Geil. Ein Schal, ja, ich liebe ihn. Ich werde ihn tragen und es draußen kalt ist. Dankeschön. Okay, sehr gut. Jetzt geht es dir schon wieder viel besser. Ich werde jetzt schlafen gehen. Wird es Oktober. Reit ist schon wieder kaputt. Echt schlimm, ey. Mein armes Kind wird richtig misshandelt. Ich fühle mich nicht so gut. Du wirst dich besser fühlen, wenn du etwas frisch luchst. Ist es wieder dein Bauch? Es tut immer noch weh. Oh je, ist halt jetzt die Frage, hat sie psychosomatisch Bauchschmerzen, weil sie nicht gemobbt werden will? So was bei mir damals. Oder ist sie krank? Lass mal sie liegen, oder? Dankeschön. Ich hoffe, dass es mir bald besser geht. Oh, es hat ihr Herz erweicht. Okay. Ich muss aber die Arbeit. Kann ich mein Kind nicht waschen? Okay. Oh je, jetzt lasse ich die dreckig alleine im Bett. Ist ja schrecklich. So, jetzt gehen wir mal nach Hause. Und kaufen mal noch ein bisschen Brei. Und das war doch so gut, ne? Ich fühle mich immer noch nicht gut. Okay, du musst was essen. Okay. Oh je. Mein Kind ist auch einfach verdreckt. Können wir mehr Zeit miteinander verbringen? Hör auf, so emotional zu werden. Ich ertrage das nicht. Mein Bauch tut weh, weil es mir nicht gut geht. Und meine Brust tut weh, weil Liv gemein war. Es tut einfach überall weh. Ist ja voll arm, gell? Kinder können ja in einem gewissen Alter nicht wissen, was quasi Verletztheit angeht von innen. Und sagen, sie haben Bauchschmerzen. Ich denke nicht mehr an Liv. Wer braucht die nun? Du armes kleines Ding, du wirst bei mir wieder gesund. Es ist nicht alles schlecht. Du hast doch mich. Ich schätze das schon. Oh Gott, das ist ja voll. Ich möchte in mein Bett. Okay. Boah, ich fühle das voll. Das ist einfach grausam. Ich fühle mich besser. Danke, dass ich zu Hause bleiben durfte. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Aber natürlich! Ja, ich ziehe gleich was Neues an. Dass immer ihr Kleid kaputt ist. So unfassbar. Oh. Marmeladenbrot, echt? Hallo, ich bin wach. Okay, es ist Samstag, aber ich habe niemanden zum Spielen. Musst du heute zur Arbeit gehen? Ich wünsche nicht, aber ich muss. Ich weiß. Ich wünsche nur, wir könnten mehr Zeit miteinander verbringen. Ich würde jetzt erstmal dir aber gerne was anderes anziehen. So. Und ich möchte, dass du was isst. Und wir haben nichts mehr zu essen. Äh. Echt nichts zu essen? Doch, ich hole mal kurz was. Die nicht irgendwie weniger, oder? Bis sie mir einfach alle Haare vom Kopf. So, hier. Ist. So, und jetzt gehe ich. Musst du nicht zur Arbeit gehen? Ist echt gut, dass sie mich erinnert. Ich würde mein ganzes Leben nicht auf die Reihe kriegen. Hätte ich mein Kind nicht. Pilz sammeln. Ja, du hast recht. Ich habe nicht mehr Zeit für die Scheiße. Ich habe nicht mehr Zeit, in den Wald zu gehen und zu angeln. Es ist schon wieder vorbei. Schrecklich. Hey, wie war dein Tag? Mein Bauch geht's heute wieder viel besser. Aber ich vermisse Liv. Können wir spielen? Das ist eine tolle Idee. Klar, doch lass uns verstecken spielen. Wow. Ich werde mich verstecken. Okay, tschüss. Hm, wo ist sie wohl? Oh, du hast mich gefunden. Und dann auch noch in meinem guten Versteck. Ja, ich würde sagen, heute gibt es wieder Toast. Dein Leibgericht. Komm, nochmal rein damit. Sehr gut. Jetzt bist du vollgefressen und kannst schlafen. Es gibt nichts Geileres, als mit vollem Magen ins Bett zu gehen. So richtig schön voll gegessen. Liv und ich werden nie wieder Freunde sein. Eine Geschichte von dem Schlafengehen wäre schön. Hast du Zeit? Aber natürlich. Oh Gott, mache ich das überhaupt gut? Oder wird das ein Albtraum, was ich hier abziehe? Ich habe ja auch keine Briefe. Naturomon. Hey, hallo Napi. Guten Morgen, ich bin bereit. Ich vermisse Liv wirklich sehr. Ich weiß, sie wird sich hier einlenken. Vergiss sie. Sie ist ja nicht nutzt. Sie vermisst dich wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht, dass sie das tut. Warum gehen wir nicht ein bisschen an den See? Ehrlich? Ich hätte da irgendwie schon Lust zu. Wir können ja jetzt sofort los. Okay, geil. Weil dann kann ich nämlich angeln und mal ein bisschen... Oh, Migration. Mann, immer nur ein Stiefel. Oh nein, das ist kein Fisch. Komm, ich hole jetzt einen Fisch. Yes! Wow, du hast ihn fast erwischt. Geil. Nochmal. Geil. Eine Forelle. Eine Forelle. Können wir in den Wald? Essen holen? So, Kind. Das war doch ein toller Tag. Dankeschön, Chris, für 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Dank. Okay. Es wird spät. Aber wir sollten nach Hause gehen. Immerhin hatten wir Spaß. Hm. Was heißt denn hier? Hm. Ich bin müde. Oh Gott. Mein Kind einfach nur den ganzen Tag gezwungen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jeder hasst mich, egal was es ist. Es ist schwer, aber wir stehen das zusammen durch. Wer braucht die? Gibt dem ganzen Zeit. Gutmüdigkeit ist immer stärker als Hass. Wir stehen das zusammen durch. Ich werde versuchen, ihn aus dem Weg zu gehen. Ich hatte Angst, als die größeren Kinder angefangen haben, mich zu schubsen. Die Kratzer vom Boden tun weh. Und auch meine Brust auch. Und meine Sachen mussten schon wieder geflickt werden. Warum sollten sie mich Nazi-Kind nennen? Und ich denke nicht, dass jemand weniger wert ist. Die denken das. Ich glaube sogar... Diese Worte tun noch mehr wie als Schläge. Hm. Und? Und Liv macht das schon noch mit. So kleine Bitch. Sie sagt diese schlimmen Dinge nicht zu mir. Und sie schlägt mich nicht. Aber sie lächelt ihnen zu. Und sie ist gemein zu mir. Sie wollte nicht, dass sie sagen, sie sei arm. Sie. Ich hoffe, sie tut ihr nicht weh. Ach, die fangen jetzt an, sie auch zu mobben. Vielleicht ist mein Vater ein böser Soldat. Und wenn er schlecht ist, bin ich vielleicht auch schlecht. Aber ich denke nicht. Aber ich denke ihn... Aber ich kenne ihn nicht einmal. Wie kann man dann also schlecht sein? Ich bin müde. In zwei Monaten ist Weihnachten. Vielleicht wird es bis dahin besser. Es war schön, die Zeit miteinander zu verbringen. Ich hatte Spaß. Kannst du mir vielleicht die Geschichte vorlesen? Ja. Ich will, dass mein Kind isst. Ich will, dass du isst. Oh, Kapitel Ende. Du hast 64 Prozent. Andere haben Narzissmus erklärt. Du hast 43 Prozent. Andere sagten Karin nicht. Die soll Liz vergessen. Du und 72 Prozent. Andere bewahrten Karins Vertrauen. Yes. Digga, ich werde zähl. Oh nein. Es ist wirklich kalt geworden. Oh shit. Okay, komm. Erst mal essen, Kind. Äh, unbedingt baden. Zeit für die Schule. Reich dich bitte noch. Wie kommst du mit den Hausaufgaben voran? Bekommst du gute Rückmeldung? Hm, nun, Herr Bergmann sagt, ich mach das alles sehr gut. Aber ich mag Frau Hansen nicht. Sie ist gemein. Wenn ich ruhig bin, packt sie nicht mehr so auf mir rum. Oh, ich verstehe. Vielleicht sollten wir darüber reden. Ich sollte gehen. Vielleicht, ich will nicht zu spät kommen. Wie kann ich sie nicht mehr umziehen? Ich will nicht zu spät kommen. Kommen die paar Sekunden jetzt. Oh je. Ich bin die Einzelne, die wir seit 10 Uhr dabei. Ist das verrückt. In Nudeln. Ich soll brauche ein Essen. Oh, was ist denn das Süßes? Ein Stofftier. Oh je. Es gibt immer mehr, was wir... Oh, ein Salamibrot. Yes. Fähr damit. Willkommen zu Hause. Das Weihnachtssparschwein. Ist bald Weihnachten? Ja, bald. Bist du aufgeregt? Hm. Werde ich Geschenke bekommen? Natürlich wirst du. Das weißt du doch. Das Weihnachten. Dafür ist das Sparschwein, oder? Wir können viele Geschenke davon besorgen. Wir sparen etwas Geld für Geschenke. Ja, dafür haben wir das Sparschwein. Pass es nicht an. Okay, okay. Können wir jetzt schon etwas Geld hinlegen? Oh, ich habe nicht mal was. Ja, wir legen 20 rein. Ich habe ja nicht mal... Oh Gott, ich mache Minus. Scheiße, das Kind zockt mich richtig ab. Kannst du mit mir spielen? Nein, du frisst jetzt was. Ich denke, du sollst dich auf die Schule konzentrieren. Ja, spiel bitte allein. Und ist mir egal, ob ich dein Gehärtsitz verhärtet habe. Du isst jetzt mal endlich. So. So, friss. So, wunderbar. Und jetzt können wir immer noch spielen, Mann. So. Hier, bitteschön. Wird die irgendwie größer, oder kommt das mir nur so vor? Es ist schon spät. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen, die ich so gerne mag? Ja. Ich sollte sparen. Es ist nicht so leicht. Ich muss jetzt mal lurken. Mach mir das bald nicht selbst. Scheiße. Ich habe eh nichts zu essen. Deswegen mache ich dir jetzt dein Kleid fertig. So. Wir sehen uns in der Schule. Hab einen schönen Tag. Okay. Soll ich mal Überstunden machen? Komm, ich mache Überstunden. Und ich muss wieder Essen kaufen. Es hört nicht auf. Und ich habe nichts zu essen. Ich hasse es, allein zu sein. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Tut mir leid. Oh Gott, wir können nichts mehr machen. Ich bin... Oh Gott, wir müssen direkt schlafen. Es tut mir so leid. Ist aber nicht gut für sie, ne? Ich habe heute gute Arbeit geleistet. Es ist sogar meinen Kopf gestreichelt. Das ist toll. Ich bin stolz auf dich. Er beschimpft mich nicht wie die anderen. Könntest du mir eine gute Nachgeschichte vorlesen? Natürlich. So. Muss mal ein bisschen was kochen, ne? Aber das verbraucht auch immer Zeit. Kochen verbraucht auch Zeit. Es ist nicht einfach. Wie lebe ich eigentlich? Wer kocht mir was? Wer kümmert sich um mich? Oh Gott, das geht jetzt einfach nur durch. Als allererstes. Ein Brief. Die Posch ist da. So, als allererstes. Kind waschen. Wenn es dreckig in die Schule geht, dann war es das Mittel. Dann wird es noch mehr gemobbt. So. Dann würde ich sagen... Ja, das Kleid kann es schon anlassen. Irgendwas essen. Ich habe nichts zu essen. Es tut mir so leid. Ich muss was kochen. Oh, lecker. Und Fischbrot. Bleib für die Schule. Scheiße, hat einen schönen Tag. Ich werde es versuchen. Hunger nicht zu sehr. Mein Kind. Oh Gott. Scheiße, es tut mir so leid. Ich bleibe heute nur bis Abend, Leute. Der Berg ist sass. Ich finde den auch sass. So. Zu Hause. Ich brauche mal ein bisschen mehr. Ich muss einfach mal gucken, dass ich mehr vielleicht diese Salami-Brote hier reinfische. So. Gar nicht so einfach. Einige der Kinder der Schule sind okay. Sie haben mich heute mitspielen lassen. Ich bin so froh, dass sie ihre Meinung geändert haben. Oh Gott. Endlich, Kind. So. Riste Fisch. Riste Fisch. Und ich würde sagen... Sie geht in die Zimmer. Oh, Hausaufgaben. Wir machen mal das hier noch. Dass wir irgendwie ein bisschen was zu essen haben. Es kostet auch alles wieder so viel Zeit. So. Hm. Zeit zum Waschen. Okay. Wieso zum Waschen? Ich will eigentlich, dass sie isst. Kann die eigentlich auch mal was allein machen? Die Taten von Karins Mutter waren ein unheiler Akt. Oh. Wir helfen in dieser Kirche keinen Bastarden und der Brut des Feindes. Sei dankbar, dass das Kind überhaupt leben darf. Boah. Holy shit. Was für Bastarde. In den Nachrichten. Generell Eisenhower gab bekannt, dass Westeuropa bald so viele Soldaten haben wird, dass es leichtsinnig von der Sowjetunion wäre, einen Angriff zu versuchen. Eisenhower gab seine Erklärung in einem geschlossenen Treffen des vorübergehenden Komitees des A-Pakets am Samstag in Paris bekannt. Boah, was für Bastard. Eine andere Zeit, ein Wahnsinn. Mühe. Kannst du mir die Geschichte vorlesen? Ja, wenn... Ah, ne, ist leider zu spät. Sorry. Okay. Haben es nashed. Boah. Das ist ja brutal. Es ist schön draußen. Du musst jetzt erst mal essen, Kind. So. Was ist das? Sie will ein Teddybär. Oh Gott. Sie hängt mir immer so diese Dinger hin, ne? Anstatt mir einfach zu sagen, was sie will, wird es immer so unterschwellig mir gegeben. Ist wieder Schule? Magst du kurz spielen? Ich gehe jetzt zur Schule. Ist alles gut in der Schule? Mhm. Wir müssen gehen. Ich will nicht zu spät kommen. Volles gewissenhafte Kind, ey. Ich will den Fuchs kaufen, ja. Ich möchte aber erst mal ein bisschen Geld haben. Der kostet halt schon echt viel. Will ich den jetzt schon kaufen? Ich würde den jetzt noch nicht kaufen. Ich will ja einen Bären. Warte mal noch, oder? Willkommen zu Hause. Äh, hier gibt es wieder nur ein Salami-Brot für dich. Und ich würde die restliche Zeit mal dazu nutzen, mal zu gucken, was wir endlich mal hier noch gut getragen haben. Kauf das Stofftier, kauf das Stofftier, kauf das Stofftier! Okay, mache ich gleich. Das Kind darf jetzt noch zu gucken. Denn nur dann gibt es was zu essen. So, rein in die Kiste. Es ist leider zu spät. So. Ich muss auch noch nähen, sonst ist es zu spät. Okay. Guten Morgen! Oh Gott, du bist wieder schmutzig. Kostet das auch Geld? So, hier, friss! So. Okay, ihr geht es ja besser, ne? Es ist ja schön. Achso, ich muss nur arbeiten, ne? Okay, weil ihr es wollt. So, ab in die Arbeit. Stimmt, Sparschwein gibt es ja auch noch, ne? Oh, das Sparschwein. Bin zurück vom Spielen. Achso, da packe ich gar nichts rein. So, hier, bitteschön. Das mache ich vor ihr, damit sie zugucken kann, was es wird. Oh, ich kann nicht mehr. Ich will schlafen. Okay, Leute. Sparschwein kann ich irgendwie nichts reinpacken. So. So süß gemacht. Echt süß gemacht. Es ist toll, es ist schon fast Weihnachten. Ich werde erst, ich gehe jetzt mit meinen Freunden spielen. Viel Spaß und sei vorsichtig. Ja, das werde ich. Wir jagen heute Katzen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich kann mit Sparschwein irgendwie nichts dazu packen, oder? Nee. Ja, okay. Ich habe jetzt ja eh mal frei. Ich mache das jetzt mal fertig hier. Yes! So. Jetzt kommen Geräusche aus dem Wohnzimmer. Was ist denn das? Weißt du, was passiert? Sieh dir das Sparschwein genauer an. Ich bin zu Hause. Was ist passiert? Es ist ein Geschenk, also musst du dich noch bis zu sagen, wir Weihnachten gedulden. Ah. Meine neuen Freunde sind ziemlich cool. Was ist los? Zehn Münzen wurden zu deiner Geldbeuse hinzugefügt. Möchtest du über das fehlende Geld reden? Ich, ähm, äh. Das ganze Weihnachtsgeld ist weg. Ich wollte nicht lügen. Es tut mir leid. Ich habe nur versucht herauszufinden, wie man Freunde findet. So, und es nutzen sie aus. Ola hat den anderen Kinder Süßigkeiten gegeben und alle mögen ihn. Du möchtest, dass die Leute dich dafür mögen, wie du bist, und nicht dafür, dass du ihnen was kaufst. Es tut mir leid. Ich weiß, dass wir kein Geld haben. Aber es wäre schön. Sie waren nicht mehr so gemein zu mir. Ich bin wirklich enttäuscht mit dir. Jetzt können wir uns keine Geschenke leisten. Vielleicht können wir uns jetzt keine Geschenke leisten. Schon okay, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, komm, die wurde so gemobbt. Ich kann die jetzt nicht fertig machen. Die Sau hat das einfach geöffnet hier. Ja, sie hat es selber weggenommen. Ich gehe jetzt fischen. Aber eigentlich ist es besser, wenn wir in den Wald gehen. Finden wir halt nichts. Können wir überhaupt noch essen? Ah, nee, nicht mehr viel. Ich muss leider fischen gehen, Leute. Ich habe kein Essen mehr. Yes. Nochmal. Scheiße. Nochmal. Yes. So, wo ist sie denn jetzt? Wo ist denn mein Kind hin? Ah, da. Es tut mir leid. Du sitzt hier und denkst darüber nach, was du getan hast. Oh. Es tut mir leid. Du solltest essen kommen. Okay. Okay. Yes. Heute gibt es nicht mehr. Wir haben leider nur einen Fisch. Freude. Da spielt halt schöne Musik. Aber wirklich. Ist bald Schlafenszeit. Ich würde dir eigentlich gerne noch den Fisch reindrücken. So. Jetzt darfst du schlafen. Reines Bett. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Nein. Vielleicht morgen. Es ist Schlafenszeit. Also ich muss sagen, unter ihrem Aspekt verstehe ich das, dass sie das gemacht hat. Die wollte einfach nur, weil das alle nett sind. 17. Dezember. Hallo. Sie haben Pust. So. Erstmal waschen. Allein so eine Wanne zu füllen ist halt einfach schon unfassbar viel. Hab nix mehr zu essen? Oh shit. Ja, Kind. Und dann hole ich dir doch mal schnell das langweilige Salami-Brot. Mann, wir haben kein Geld mehr. Aber egal. Sie hat ja jetzt einen Stoff hier. Machen Überstunden, dass du dir das Geschenk leisten kannst. Okay. Ich sagte, ich würde heute Sachen für meine Freunde bringen. Ich denke, du kannst ihnen genug geben. Das solltest sie besser akzeptieren. Machen wir uns mal keine Sorgen. Vielleicht stört sie es gar nicht. Wenn du es ihnen erklärst, ist das vielleicht für sie in Ordnung. Ich denke, du hast ihnen genug gegeben. Ja. Ja, ich war wirklich nett zu ihnen. Gott. Dann werden sie jetzt wieder scheiße sein, ne? Ich wette es mit euch. Sie werden jetzt wieder asses sein. So, die ist zu 100% recovered. Ab in die Schule. Oh Gott. Ich mach jetzt mal Überstunden, ne? Tod ist die Wanne. Wird nie mehr neu mit Wasser gefüllt wahrscheinlich. Ich mach jetzt heute mal... Ach, ich kann gar keine Überstunden machen. Niemand will jetzt mehr mit mir spielen. Karin, kleines Tut mir leid. Du kannst dir keine Freunde erkaufen. Es war einfach schön, einmal lieb zu sein. Ja, aber darum geht es bei Freundschaften nicht. Ich schätze schon. Freunde sollten dich mögen, was du hast, sondern wie du bist. Wie denn? Vertraue keinen Freunden, die du dir erkaufen musst. Ich weiß es nicht. Versuche eher... Ja, das stimmt. So, ich denke schon. Gut, jetzt Kopf hoch. Weil es Weihnachten. Okay. Das wird wenigstens Spaß machen. So. Haben wir überhaupt noch irgendetwas zu essen? Bin mir gar nicht so sicher. So. Salamibrote stopfen gut. Ich würde sagen, ich spiele es mal mit ihr. So, hier, zack. So, dann machen wir mal die Post auf. In den Nachrichten. Libyens großes Weihnachtsgeschenk. Großbritannien, Frankreich werden jegliche Verwaltung von Provinzen, Kirinaika, Tripolitanien und Fessanen an Heiligabend übergeben, sodass der Staat Libyen seine Unabhängigkeit erklären kann. Die Hauptstadt des neuen Staates wird Benghazi sein. Okay. Manchmal sollte ich die Nachrichten nicht lesen, weil sie fürs Spiel nicht wichtig sind, oder? Möchtest du mir vielleicht eine Geschichte vorlesen, bevor ich einschlafe? Oh mein Gott. Das ist nett. Dankeschön. Warum sieht sie traurig aus? Weil sie jetzt wieder keine Freunde hat. So. Wie lange geht das denn, das Game? Eigentlich so drei Stunden, dreieinhalb. Ich glaube, wir haben uns auch schon über die Hälfte. Guten Morgen. Das war's mit der Schule für dieses Jahr richtig. Gestern war der letzte Tag. Ich habe ein sehr gutes Zeugnis bekommen. Ich habe gute Noten im Mathe-Naturunterricht. Herr Berg sagt sogar, ich sei unter den Besten. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ja, und vor allem unter der Tatsache, dass sie die ganze Zeit gemobbt wird, ey. Dankeschön an Maya für ein Verschenken Stufe 1 ab. Dankeschön. Ich schätze, mit Herr Berg dort, ich schätze, mit Herr Berg dort kann ich nächstes Jahr auch gut in der Schule sein. Sehr gut. Was stand da gerade? Ich glaube, das ist wichtig. Was ist das denn? Was ist das denn? Es sieht aus, als gäbe es ein paar Weihnachtsrabatte. Was heißt das? Bedeutet, dass einige Lebensmittel günstiger sind. Oh, Festessen für Weihnachten. Richtig. Mal sehen, ob wir uns was leisten können. So, mal gucken, was da so abgeht. Oh, wir haben den Brief bekommen. Siri. Oh, es tut mir sehr leid, dass meine letzte Antwort zu hart klang. Ich wünsche meinem Kind das Allerbeste, kann aber dennoch keinen Kontakt aufbauen. Du könntest es aber bei meinen Eltern in der Hammerstadt versuchen. Okay. Herr und Frau F. Felwig. Ich habe sie das letzte Mal gesehen, als ich ihr Enkelkind vor drei Jahren abholte. Ihre Tochter sagte, dass ich an ihren Anstand appelliere und Informationen über Karins deutsche Familie erfragen könnte. Bitte tun Sie Karin den Gefallen und helfen Sie ihr aus. Aus dem Brief verschicken auch was? In den Nachrichten. Deutsche hier erlauben. Deutsche hier erlauben. Zwölf Millionen Deutsche wählten Adolf Hitler, den größten Gewalttäter, der jemals mit einer Mehrheitsentscheid gewählt wurde. Nun können norwegische Arbeiter endlich ihren Lebensunterhalt verdienen und wir wollen Deutschen erlauben, hier zu arbeiten. Niemals. Ich werde niemals vergessen, was vorgebeheuert. Schwierig, ne? So, friss erst mal. Also keine Schule mehr. Muss ja voll der Urlaub für die sein. So, ich gehe jetzt mal kurz rausgucken, was hier so abgeht. Wo sind die Rabatte? Ah, hier. Wollte ich das schon mal kaufen? Ich weiß nicht, ob das so... Ich habe ja gar kein Geld. Oh, ich muss arbeiten. Ups. Kann ich jetzt Überstunden machen? Dann mache ich es. Scheiße, kann ich nicht. Das Kleid hat auch ein Loch. Oh no, schon wieder. Kind, ey. Ziehe mal was anderes an. Neue Materialien erlernt. Danke, nicer Hund. Für ein Stufe 1 ab, für drei Monate im Voraus. Vielen, vielen Dank. So. Ist wieder fertig. Boah, und sauber ist sie. Ab ins Nest. Was ist denn das? Oh, so wurde sie gemalt, oder was? Fürchterlich. Ich bin ein böser Troll, oder? Genug mit dem Trollquatsch. Du bist eindeutig kein Troll. Doch, bin ich. Nein. Dankeschön, nicer Hund. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön für fünf Stufe 1 Abs verschenkte. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Ich bin ein Troll, und ich weiß es. Trolls stehlen und tun schlimme Dinge. Ich habe das Geld genommen, und ich wusste, dass es falsch war. Aber ich habe es trotzdem getan. Jeder macht Fehler, Mann. Wirklich? Also bin ich ganz sicher kein Troll? Okay. Es fühlt sich an, wieder ein Mensch zu sein. Nein, ich lese dir jetzt keine vor. Ich will jetzt mal meine Post lesen. Oder mein Tagebuch. So. Hier. Dieser Ort. Ich denke nicht, dass dieser Ort, in dem wir leben, besser oder schlechter ist, als jede andere Kleinstadt. Es hängt von den Menschen ab. Ich habe meinen letzten Job verloren, weil sie meine Loyalität als norwegischer Bürger hinterfragt haben. Dafür, dass ich dich aufgenommen habe. Aber die Menschen auf meiner neuen Arbeit scheinen nicht so zu denken. Das ist ein Glück, denke ich. Manche Menschen sind nett. Ist dein Vater ein Nazi? Wir können nur raten. Ein Drittel der deutschen Offiziere sollen Teil der Nazi-Partei gewesen sein. Aber viele der Soldaten waren bloß Jungen gezwungen dazu, für die Nazis zu kämpfen, sobald sie zu 18 wurden. Hätten sie abgelehnt, wären sie vermutlich herhingerichtet worden. Dennoch dachten die meisten deutschen Soldaten in Norwegen, dass sie Glück hatten. Beinahe ein Drittel der Wehrmachtssoldaten wurden während des Zweiten Weltkriegs getötet. Der Tödlichste Krieg. Der Zweite Weltkrieg war der Tödlichste Krieg, der jemals erfasst wurde. Er tötete über 60 Millionen Menschen, Leute. 60 Millionen Menschen! Ein sehr kleiner Teil dieser Zahl und dennoch sehr traurig waren 10.000 Tote in Norwegen, davon viele Zivilisten. Die Besetzung war schwer. Wir hatten nur wenig zu essen. Manche beschlossen, für die Deutschen zu arbeiten. Aber viele Norweger litten, als sie sich gegen die Besitzer und ihre Nazi-Ideologie auflehnten. Es kostete die Menschen ihre Arbeitsplätze und manchmal sogar ihr Leben. Es ist kein Wunder, dass der Hass auf diejenigen wuchs, die scheinbar materielle Vorzüge über den Kampf und Freiheit und Loyalität gegenüber Familien und Freunden ihrer Nation stellten. Bestrafung norwegischer Mädchen. Es ist seltsam, dass die Frauen, welche Kinder mit deutschen Soldaten hatten, in anderen besetzten Ländern weniger hart verhandelt wurde als hier. Wir verloren weniger Mitbürger. Trotzdem ist der Hass auf diesen Frauen größer. Als der Krieg endete, wurden beinahe 5.000 der Frauen, welche mit deutschen Soldaten zusammen gewesen seien, sollen ins Lager abgeschoben. Sie hatten keine norwegischen Gesetze gebrochen. Deswegen erzählt die Mutter auch nichts. Intensiver Hass. Es ist leicht, den Hass auf die Nazis zu verstehen. Nicht nur, weil sie unsere Freiheit nahmen. Ihre Ideologie brachte den größten Genozid-Versuch der Geschichte zutage. Die Nazis erklärten einigen Menschen als besser als andere. Nur wegen der Gene. Adolf Hitler argumentierte, dass nordische aussehende Menschen, die er in arische Rasse nannte, anderen überlegen waren. So ein Scheiß, ne? Einfach unfassbar. Dankeschön an Trampelturtle für ein Prime. Dankeschön. Er schuf Tötungslager und diejenigen loszuwerden, die in seinen Augen weniger wert waren. Die Kirche wird nicht helfen. Es ist wirklich enttäuschend, dass die Kirche uns nicht helfen will. Ich habe auch das Nationalarchiv gefragt. Aus irgendeinem Grund scheinen viele relevante Archive dem Staatsgeheimnis zu unterliegen. Es lässt nichts Gutes ahnen. Es heißt, dass diese Akten für die nächsten 44 Jahre nicht zugänglich sind. So, sie hat sich umentschieden. Ich freue mich so für dich. Du solltest diese Geste im Kopf behalten. Es muss bedeuten, dass sie sich doch um dich sorgt. Sie war nicht gezwungen, das zu tun. Hoffen wir, dass deine Großeltern auch in der Weihnachtsstimmung besser drauf sind. Ja. Sehr schön. Ich möchte noch irgendwas kochen. Nee. So, Leute. Gleich ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Du musst so aufgeregt sein, schätze schon. Können wir vielleicht etwas Schönes machen? Ja, lass uns spielen. Okay. Hm. Was sollen wir tun? Wie wäre es, wenn wir zusammen malen? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Nee. Warum? Ich habe eine bessere Idee. Ich wette, du kannst mich nicht finden. Ich werde mich verstecken. Always the same. Weil die ist hier am Wald. Wer sagt, dass sie immer hier ist? Ach, hättest mich ja fast nicht gefunden. Ja, war voll schwer. Ich habe nichts zu essen. Volles, interessantes, emotionales Spiel. Ich finde es mega, dass du sowas im Stream spielst. Ich finde es auch voll geil. Danke, dass ihr mir das empfohlen habt. Meine Süßis. Äh, Kind, wir haben nichts zu fressen. Ab in den Wald. Ab an den See. Scheiße. Sehr gut. Es liegen so viel Schnee. Es sieht so aus, als wäre die ganze Welt mit Zucker bedeckt. Wir sollten in den Wald gehen und Schneemann bauen. Ja, sollten wir das? Stört euch die Kälte? Das ist eine gute Idee. Juhu, gehen wir. Es hat heute wieder nicht viel zu essen. Lass uns Schneemann bauen. Oh, wir haben einen Schneemann gebaut. Das sieht lustig aus. Ich mag es bitte draußen zu spielen. Sehr schön. Lass uns nochmal angeln gehen, Leute. Wir haben nichts zu essen. Ich finde, bei dem Spiel wird ein richtig bewusst. Weil wir ja auch nichts zu essen haben. Äh, worauf es eigentlich echt im Leben ankommt. Also wir haben so ein Luxusleben gegen die. Kann ich einkaufen. Es ist leider... Ich habe doch zwei Fische geholt. Ich habe doch zwei Fische geangelt. Oder nicht. Ist echt motivierend, ne? Da sieht man einfach, anderen geht es halt wirklich so, ne? Wir müssen leider nochmal angeln gehen, Kind. Scheiße. Das ist ja mal ein komischer Füß. Es wird spät. Ich glaube, wir sollten nach Hause. Okay. Schnee jetzt zu spielen macht richtig Spaß. Bist du... Was? Ja, ich bin ein Mann oder eine Frau. Bist du immer noch sauer auf mich, was ich gestohlen habe? Überhaupt nicht. Das war falsch, aber ich verstehe, warum du es getan hast. Ich verstehe, wie falsch es war. Ich werde es nie wieder tun, ich verspreche es. Das ist gut. Ich bin nicht sauer auf dich. Danke. Dreckig ins Bett. Ist das geil sein? Wird das Bett eigentlich schon mal überzogen? Glaubst du, glaubst du, wir werden meine Eltern jemals finden? Ich erzähle dir vom Brief der Mutter. Wir haben einen Brief von deiner Mutter erhalten. Wirklich? Was hat sie gesagt? Kommen Sie zu uns zu Weihnachten besuchen? Nein. Sie sagte, dass sie kein Bestandteil deines Lebens sein werde. Es tut mir leid. Sie sagt, dass ich dich vermisse. Sie wünschte, sie könnte bei dir sein. Das wird nicht wirklich möglich sein. Aber es ist besser so. Gott, was soll ich sagen? Scheiße, voll in die Kacke geritten. A2 ist nicht blöd, Leute. Dann würdest du sie immer sehen wollen. Ich bin ehrlich. Das bringt ja nichts. Komm, die Wahrheit. Warum? Kann sie nicht. Sie hat aber andere Verwandte erwähnt, die wir kontaktieren können. Sie war wirklich traurig, aber sie hat andere Verwandte erwähnt. Oh, okay. Ja, ich bin auch traurig. Ich schätze, das haben wir gemeinsam. Wir brauchen sie nicht. Oh je, ich weiß nicht, ob es gut war. Morgen ist Weihnachten. Nein, die Geschichte von dem Schlafen gehen wäre schön. Natürlich. Scheiße, oh Gott. Aber ich wollte nur ehrlich sein. Das bringt ja nichts zu lügen. Dann will sie die immer sehen. Aber es ist morgen Weihnachten, Sina. Ja, trotzdem muss ich ihr die Wahrheit sagen. Weihnacht, Schneidnacht. Wer braucht das schon? Schlafen gehen. So. Habe ich überhaupt jetzt... Was ist zu Weihnachten? Sie wollte doch ein Teddybär. Mach auf, Schlafmütze. Es ist Weihnachten. Oh. Es ist Weihnachten. Können wir wirklich auch ohne Geld eine schöne Zeit haben? Natürlich, Mann. So. Ich finde, gegen später, wenn man älter ist, merkt man auch eigentlich, wie unwichtig Geschenke sind. Weil wir schenken uns zu Weihnachten gar nichts mehr. Es ist einfach Geschenk, mit der Familie abzuhängen. Aber das versteht man halt dann erst, wenn man ein bisschen älter ist. Und sich Sachen selber leisten kann vor allem. Scheiße, wir haben nichts zu essen. Oh mein Gott, Kind. Wir werden so unfassbar hungern. Es tut mir so leid. Scheiße. Ich weiß, wir können uns nicht leisten, aber wir können Deko basteln aus Dingen, die wir haben. Ich kann die schwierige Deko machen. Du kannst ein schönes Bild machen, während ich versuche, etwas zu basteln. Ich werde das allerschönste Bild machen. Wir treffen uns im Wohnzimmer, wenn du fertig bist. Ah, ja, ja, ja. Ich habe nichts zu essen an Weihnachten. Toll, du hast Sachen aus Papier gemacht. Lass uns ein paar holen und dekorieren. Er sieht wirklich schön aus, besonders mit meinem Bild. Fuck, was essen wir? Lass uns... Nein, ich will... Oh Gott, Weihnachtsessen machen. Oh, wir haben nichts zum Kochen. Das ist okay. Wir haben ein paar Beeren. Vielleicht können wir Marmelade draus machen. Holy shit, no. Kind. Ich habe so versagt. Es tut mir so leid. Scheiße. Oh, lass uns essen. Ach, du Scheiße. Ich will jetzt mein Geschenk dir geben. Geschenke sind nach dem Essen da. Okay. Oh, fuck. Hier, ein Marmeladenbrot, Mann. Danke für das Essen. Oh Gott, das ist ein gutmütiges Kind. Ich kann nicht angeln. Das Spiel lässt mich nicht gehen. Wir sind in den Weihnachtsbaum. Wir haben den Baum wirklich hübsch geschmückt. Das hat Spaß gemacht. Bitte den Teddy. Zeit für Geschenke. Ich habe dir das gemacht. Oh, das ist ja süß von dir. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Das ist so ein schönes Weihnachtsfest. Wow, das ist für mich. Ich liebe Füchse. Danke, danke, danke. Er ist so süß. Wusstest du, dass Füchse alles Freuße sind? Ich werde einen schönen Platz dafür finden. Das ist das beste Weihnachten aller Zeit. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich finde es Weihnachten schrecklich. Aber schön, wenn du dich dafür begeisterst. Das war der beste Tag. Der perfekte Tag aller Zeiten. Ich bin so froh, dass es dir gefällt hat, mein Schatz. Verbringe gerne Zeit bei dir mit anderen Leuten. Macht es aber auch Spaß. Aber es ist wirklich schwer, nicht zu wissen, wem man trauen kann. Ich habe meinen Freunden vertraut, aber sie mochten mich nicht mehr, als ich ihnen keine Süßigkeiten mehr gegeben habe. Wenigstens scheint Herr Berg nett zu sein. Vielleicht kann ich ihm vertrauen. Dann wirst du und er die einzigen Menschen sein, denen ich vertraue. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen, wenn ich es so sehr mag? Dankeschön an Nebo für fünf Monate. Hallihallo, heute ist ein Grund zu feiern. Yeah, Bachelorarbeit. Glückwunsch, Glückwunsch. Und Dankeschön an Lett Rotzig für den Prime. Ja, komm, ich lese dir die Geschichte vor. Es gab heute nichts zu essen. Das Kind ist so genügsam. Da kann ich mir eine Scheibe von außen abschneiden. Ich würde, glaube ich, an Weihnachten nicht so begeistert sein, wenn es einem Marmeladentoß Scheibe geben würde. Okay, du und 63 andere erzählten Karin von der Mutter. Du und 85% andere vertrauten Karin einen neuen Freund. Du und 63 der anderen vertrauten Herrn Berg. Sehr gut. Ich bin hier. Guten Morgen. So, ich bin hier. Kann ich jetzt was zu essen kaufen? Gibt es noch? Ich hätte damals das Rabattierte kaufen sollen. So, dafür wird heute mal richtig gefressen. Oh, süß, wie es da steht. So, setz dich hin. Jetzt wird schlaboniert. Ist, Kind. Ist. Geht die Schule wieder los? Hoffe nicht. So, und Gesicht waschen. Das ist ein schrecktes Gefühl, wenn man kaum jemandem vertrauen kann. Setz live. Wo ist sie die Schule? Haben wir heute frei? Ich weiß gar nicht, was wir in meinem Leben jetzt anfangen sollen. Kann ich noch irgendwas anderes machen? Irgendwas basteln? Wie spiele ich mit ihr? Wir haben so wenig Zeit gehabt. So, in der Schule gibt es so viel Schnee, mit dem man spielen kann. Ab in die Schule. Was ist mit dem Flüschtier? Das habe ich ja schon geschenkt. Überstunden. Wir brauchen Geld. Wo warst du? Oh, das habe ich ja gar nicht gesagt, ne? Müde. Boah, ich könnte halt auch echt nur... Hau das Kind eigentlich ab, wenn ich scheiße bin? Kannst du mir eine schöne Geschichte vorlesen? Aber natürlich. Toll, danke schön. Wie sie halt auch nicht für sich selber sorgen irgendwie, ne? Das ist ja fürchterlich. Wie direkt der Spaß runter geht, wenn ich mal nicht da bin. Voll der Druck, Mann. Da hing ein Bild. Ach, wo? Wo hing ein Bild? Wo hing ein Bild? Wo? Bestimmt von den Eltern? Da ist man mal kurz ein Jahr weg und knust von 20k voller und auf über 400k gesprungen. Was da passiert? Ich bin jetzt seit einem Jahr aktiv am Streamen. Danke, Julian, für sechs Monate, beziehungsweise vier bis fünf Mal die Woche. Und wurde direkt gepartnert. Hallo, schön, dass du wieder zu uns gefunden hast. In der Küche, so. Erst mal essen. Einer mit. Einen Schlund. So, wunderbarst. Okay, dann haben wir das jetzt. Ich spiele jetzt mal mit ihr. Noch ein bisschen, damit sie noch ein bisschen besser drauf ist. So, hier, Ball. 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 Oh, das macht ja so viel Spaß. So. Ich hoffe, die machen sich nicht wirklich lustig, weil ich so schmutzig bin. Oh, scheiße. Kacke, ich hab's nicht gesehen. Warum ist die schon wieder schmutzig? Oh, mal live be like. Oh, scheiße. Oh, oh. Blöde Schule, blöder Schnee. Ich hasse sie. Ich hoffe, sie sterben. Gibt es keine Aufsicht in der Schule? Die Erwachsenen sehen es, aber es ist ihnen egal. Meine Sache ist ein klatschnass. Hmm. Oh, je. Mir ist kalt und es tut weh. Ach, du Scheiße. Fuck mal live. Dein live. Unser live. So. Oh, es hat sich schon wieder blaue Flecken. Kaum ist sie... Das ist doch so pervers. Ich fühle mich jetzt etwas besser. Jetzt doch nicht. Vielleicht, dass sie was isst. Oh, ich hab'n Brief. Hallo, ich bin Siris Schwester Anne. Es tut mir leid, dass meine Eltern Ihnen nicht auf ihren Brief geantwortet haben. Ich denke, dass sie kein Recht haben, Karin ihr Geburtsrecht vorzuenthalten. Die Wahrheit über ihren Vater zu erfahren. Sein Name war Heinz Fleischer. Er war 19 Jahre alt und schien ernste Gefühle für Siri zu haben. Hallo Anne, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Antwort. Es bedeutet uns wirklich viel. Könnte ich Sie um einen weiteren Gefallen bitten, wissen Sie, woher aus Deutschland Heinz kam? Können Sie uns helfen, ihn zu finden? So. Magst du noch was essen? Ich bin müde. Okay. Arme Kind kann doch nicht sein, dass es so verprügelt wird und keiner macht was. Seufz! Ein neuer Eintrag. Okay, sie ist direkt weggeratzt. Kann ich noch irgendwas kochen? Ich hab ja nicht mehr was zu essen. Ich bin so eine schlechte Mutter. Oder Vater. Ich habe das auch erlebt, dass es den Erwachsenen egal war. Ich auch. Morgen! So, jetzt wird erst mal gefressen. Scheiße, wir haben ja gar nichts. Oh nein. Warte, kann ich nicht schnell was kaufen gehen, doch, oder? Yes. Okay. Vielleicht sollte ich auch mal so ein bisschen was Neues machen. So, Kind. Jetzt wird erst mal gefressen. Ab an den Tisch. So. Rein damit. Rein in den Schlund. Rein in den Schlund. Rein in den Schlund. So. Nochmal rein in den Schlund. Sehr schön. Und jetzt spielen wir nochmal. So. Hier, nimm den Ball. So. Oh, der Fuchs liegt über ihrem Bett voll süß, gell? Musik ist so hart. So, jetzt geht sie doch. Ich glaube, ich hab's. Was hast du? Ich denke, ich hab einen Weg gefunden, sie zu überlisten. Danke, Gaming-Know-Fanstufe 1. Wie süß. Weißt du, welche Füchse schlau sind? Sie werden mich nicht wieder so nass machen. Das ist großartig. Zeig ihnen, dass du ein leichtes Ziel bist. Hm, passt nur auf, dass du kein Ärger bekommst. Okay. Jap. Geh jetzt. Oh Gott, was macht sie jetzt? Will sie alle umbringen? Okay. Ab in die Schule und ich geh ab in die Arbeit. So. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nope. Hi, wie war dein Tag? Es hat funktioniert. Ich hab sie ausgetrickst. Dieses Mal, als sie hinter mir waren. Ich bin nicht weggerannt, so wie es normalerweise tue. Sie dachten, sie hätten mich erwischt, aber ich tat mir nicht weh. Ich bin auch fast trocken geblieben. Oh nein, das klingt nicht gut. Was haben sie getan? Ich habe meine Hände vor meinem Gesicht gehalten. Und so getan, als wäre ich eine Schildkröte. Als sie anfingen, mich mit Schnee zu bewerfen, habe ich meine Augen ganz fest zugemacht. Es war gar nicht kalt. Nein, das klingt ja überhaupt nicht gut. Vielleicht nicht. Aber es ist besser, als ständig verletzt zu werden. Oh shit. Ja, Kind, wir machen das jetzt mal. Das gibt es heute wenigstens mal. Boah, geil. Ja, da geht dir einer ab. Das darfst du dir jetzt reinverleiben. Hier. Geil. Ist. Boah, geil. Lecker. Dieses Gericht sollt ihr öfter machen. Da werde ich auch ganz nuddisch. Geil, Mann. So, das sollten wir wirklich öfter machen. Bis morgen. Oh Gott, dir hat gar kein Spaß am Leben. Das ist fürchterlich. Kann ich auch mal Rache an den Scheißkindern nehmen? Schrecklich, dass du keinen Einfluss hast, irgendwie die zu survive und ihr zu helfen. Hallo, ich bin wach. Du musst erst mal baden gehen. Schon wieder eine Wanne mit 100 Dollar gefüllt, Mann. Ich will wie die baden. So, dann kannst du hier nochmal essen. Keinen Schlund. Heute keine Schule. Gehst du zur Arbeit? Ja. Ja, viel Spaß heute. Bleib nicht zu lang aus der Kälte. Ja, ist alles in Ordnung. Die anderen Kinder werfen immer den Schnee. Macht keinen Spaß. Wie wäre es, wenn wir Zeit miteinander verbringen draußen morgen? Das würde mir gefallen. Ich bin echt voll die aufopferungsvolle Mutter. Vielleicht mal wieder Gänschen spielen magst. Bestimmt. Nächsten Donnerstag. Aber jetzt mache ich Überstunden, weil morgen habe ich den Tag zu sehen. So. Du warst nicht hier, als ich nach Hause kam. Ja, mei. Einmal jetzt. Stell ihn jetzt so an. Ja, jetzt geh ins Bett. Jetzt mach mir keine Vorwürfe, Mann. Dafür gibt es auch eine gute Nachtgeschichte. Ich kann auch niemanden zuheulen. Ich kann echt niemanden vollheulen. Ich habe auch voll das krasse Leben. Ich bin nur am Arbeiten und am Problemen von dem Kind anhören. Ich habe keinen Partner und nichts seit Jahren. Seit Jahren schuft ich hier für dich. Guten Morgen. Wir sind jetzt schon wieder. Oh, wir haben nichts zu essen. Verdammt, es ist Sonntag. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir wieder was zu essen kaufen müssen. Verdammt, mein Kind verhungert. Was tue ich jetzt? Du warst auch uns. Süß. Ist da ein Fisch gefangen? Ist da ein richtig schöner Tag? Ja, ist das wirklich? Die Sonne ist warm. Mein Gott, du siehst so unglücklich aus. So, jetzt haben wir zwei Fische. Ihr habt es gesehen. So. Oh Gott, du siehst ja so. Ich glaube, warum musst du es so dreckig machen? Komm, lass uns mal bitte schnell kochen. So, ich habe doch jetzt zwei Fische gehabt. Wo ist der andere? Ah, hier. So, wir haben den ganzen Tag mit Kochen und Angeln verbracht. So wie ich es dir verbracht habe, was ich versprochen habe. Bäääää. So, bitte ist das einfach. So. Ich möchte dich gerne... Warum ist ich denn so frustriert? Ich verstehe dein Problem, dich Kind. Ich bringe wirklich gerne den ganzen Tag mit dir. Boah, siehst aber nicht gerade glücklich aus. Müde. Warum ist die denn so unhappy? Möchtest du vielleicht deine Geschichte vorlesen? Der Tag war aber nicht gut, ne? Ich würde mich daran erinnern, dass ich mal mehr Essen kaufe. Ich vergesse es die ganze Zeit. Das Spiel kommt auf OnCut auf YouTube, ja. Hallo. Mir schreibt nie jemand, oh mein Gott. Wir können mal ein bisschen... Das war ja mega... Boah, das sieht richtig geil aus. Und dann gibt es noch ein Toastbrot. Davon kann die zehren. So, du Flashbostes jetzt bitte erstmal. Während ich das hier schon mal koche. Boah, episch. Ich sollte los. Halte durch, wir machen später was Schönes. Ich versuche es. Halte durch, ey. Ich fürchte. Boah, jetzt hat es wieder blaue Flecken. Die anderen Kinder haben mich wieder geärgert. Sie haben mich immer wieder ausgelacht und geschubst. Aber dann sah einer von ihnen richtig wütend aus und hat meinen Kopf in den Schnee gedrückt. Er wollte mich loslassen. Sie konnten nicht atmen. Es war schrecklich. Aber dann ist Herr Berg aufgetaucht und hat mich gerettet. Er hat die Fieslinge angeschrien und sie sind abgehauen. Ich bin direkt nach Hause gelaufen. Ich hatte solche Angst. Belasse dich nicht darauf, dass diese Lehrer dich immer retten wird. Das war echt nett von deinem Lehrer. Wenn Herr Berg nicht aufgetaucht wäre, dann hätten die Fieslinge nie aufgehört. Hm, ist dein Lehrer immer so nett zu dir? Hm, er ist nicht wie die anderen Erwachsenen. Er schreit mich nicht an oder beschimpft mich nicht. Herr Berg macht auch wirklich guten Unterricht. Bestehe. Ich weiß nicht. Wir lassen... Ich würde halt gerne... Gefällt dir sein Unterricht? Liebe ihn. Er lässt mich sogar Fragen beantworten. Es ist toll, dass sich jemand in der Schule um dich kümmert. Wie schön. Solltest du dich besonders stark auf seinen Unterricht konzentrieren. Hm. Ja, es hat mich ein wenig aufgemuntert. Vielleicht sollten wir den Lehrer einfach nochmal schreiben. Warum machen wir das nicht? Wäre doch voll die gute... Kann ja nicht sein, dass ich meinem Kind den ganzen Tag Pflaster ins Gesicht kleben muss. Warum war der Fiesling so sauer auf mich? Hätte mein Lehrer nicht eingreifen können? Ich hatte wirklich Angst. Ich bin froh, dass der Lehrer in dem Moment vorbeigekommen ist. Ja. Abartig. Oh, wo ist denn... Achso, ich habe das andere noch gar nicht gekocht. Wir machen mal die Klamotten schön. Ich wäre einfach fast gestorben. Also ich... Da glaube ich... Ich würde da glaube ich zum Täter werden, wenn es jemand mit meinem Kind macht. Oh, es ist okay, wenn du mir eine gute Nachtgeschichte vorliest. Es ist zu spät. Es tut mir leid. Aber ich finde den Herr Berg... Ich hoffe, dass es nicht... Also was jetzt für mich ganz schrecklich war, wenn der Herr Berg ein Lehrer wäre, der sich... Der nur nett zu mir ist aus einem ganz bestimmten Grund. Aber ich glaube nicht, dass das Game das macht. Das wäre zu grausig. Ich fühle mich nicht so gut. Es ist wahrscheinlich eine kleine Erkälte und fühlst du dich gut genug, um die Schule zu gehen? Nein, ich fühle mich wirklich nicht gut. Du solltest wirklich zu Hause bleiben. Ich habe keine Angst alleine. Ich bin ja schon fast ein großes Mädchen. Mir geht es nicht gut. Du kannst ja zur Arbeit gehen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht schwänzt. Aber soll ich sie nicht davor mal fieten? Du bist wieder da. Ich habe so viel geschlafen. Ich fühle mich etwas besser. Was wäre schön, etwas Lustiges zu machen? Wäre es, wenn wir etwas Lustiges unternehmen. Okay, aber Unternehmen? Erstmal ist so, dass es lustig genug hier ist. Oh, wie lustig. Du bist doch krank. Auf einmal kannst du essen, oder was? Okay, lassen Sie den Ball spielen. Das macht ja so viel Spaß. Gedanken hatte ich auch schon mit dem Herr Berg. Ich hoffe nicht, ne? Ihr Blei ist kaputt schon wieder. Hust, hust. Ja, ja. Ich möchte mein Bett. Würde ich aber gerne kurz umziehen, wenn es geht. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Es ist leider wieder zu spät. Oh nein, es ist immer noch krank. Ich fühle mich heute etwas besser. Du solltest versuchen, zur Schule zu gehen. Willst du versuchen, zur Schule zu gehen? Nicht wirklich. Du solltest wirklich versuchen, zur Schule zu gehen. Ich möchte wirklich nicht. Kein Problem. Ja, aber du musst. Mein Gesicht. Oh, es hat ihr Herz verhärtet. Ich weiß, aber sie ist ja nicht krank, oder? Sie ist ja nicht krank, oder? Sie will ja nur nicht gehen, weil sie gemobbt wird. Oh, jetzt habe ich voll schlechtes Gewissen, Mann. Ich bin erst mal die Schule gestoppt. Oh nein, fühlst du dich besser? Das tue ich. Danke, dass ich zu Hause bleiben durfte, dass ich krank war. Können wir uns waschen gehen? Du warst doch... Hä? Hä? War das doch ein Bug? Ich habe doch gesagt, sie soll... I don't know. Isst erst mal... ...dein langweiliges Salami-Brot. Und ich... ...präpariert dein Kleid. Oder ich lasse sie jetzt mal ins Bett gehen. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen, aber natürlich. Oh je, ey. Der Fuchs da oben ist echt süß, gell? Wie der da liegt. Uiuiuiui. So. Jeder, der hier spoilert, wird sofort gebannt. Der Erste bekommt einen unfassbar langen Timeout. Und wer es nochmal macht, wird hier gebannt und nicht mehr wieder entbannt. So. Also sind meine Mods am Start. So, ich dachte auch, sie wären in der Schule. Es war irgendwie ein Bug. Jetzt hat sie schon wieder was. Ich glaube, ich bin immer noch... Ich glaube, immer noch krank. Mir ist ein wenig Unwohl. Vielleicht muss ich zur Schule gehen? Ja, jetzt reicht's. Aber ja, du musst halt zur Schule gehen. Okay, okay, ich stehe auf. Jetzt reicht's. Also, damit fangen wir gar nicht erst an. Oh, ein Brief. Ja, theoretisch könnte man auch nähen, wenn sie schläft, ja. Okay, Briefe, 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 Briefe. Ah, hi, ich werde sehen von der Anne. Ob ich irgendwelche Dokumente finde mit den Informationen, nach denen sie fragen. Außerdem würde ich sie gerne einladen, uns in Hammerstadt zu besuchen. Ich finde es sehr traurig, dass meine Eltern Karin nicht sehen oder über sie reden wollen. Vielleicht könnte ein Treffen helfen. Oh, das ist ja nett. Vielen Dank, Anne. Es wäre wundervoll, wenn Karin ihre Großeltern treffen könnte. Es wäre außerdem schön für sie zu sehen, woher sie kommt und ihre Tante zu treffen. Ich kann mir Samstage freinehmen. Liebe Grüße. Von Tage wohl. In den Nachrichten. Der Preis für Wolle erhöht sich womöglich. Es gibt nach wie vor einige Einweinigungen, um die... Oh Gott, nein, Wolle wird teurer. Ist das für mich schlimm? In den Nachrichten. Versuch, den Eintopf zu kochen. Schneide 400 Gramm Hammelfleisch in... Oh, es gibt ein neues Rezept. Geil. So, warum wird mir angezeigt, dass ich raus soll? Wenn ich zu spät zur Schule komme. Diese Augen lassen so traurig aussehen. Voll schlimm, ne? Oh je. Oh, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Was ist denn? Oh, scheiße, ich habe es nicht gelesen. Ähm, ist das was aus der Schule? Scheiße, was war das? Du warst nicht im Unterricht? Ah, okay. Es tut mir leid, ich mag die Schule nicht. Die Leute sind so gemein zu mir. Es war ein Brief vom Herr Berg, der gesagt hat, sie war nicht in der Schule. Das ist rechtfertigt nicht, mich anzulügen. Das stimmt. Dein Lehrer macht sich Sorgen um dich. Wirklich? Danke. Swatje für fünf Monate. Es ist so schön. No. Ich all wieder euch fetscht, dir beim Schibble zuzugucken. Oh Gott. Spiele. Ich all wieder fetscht, dir beim Spiele zuzugucken. Die Schule zu schwänzen könnte deiner Zukunft schaden. Oh nein, das will ich nicht. Okay, ich werde besonders viel lernen, um keinen Stoff mehr zu verpassen. Das sage ich auch immer. Das habe ich mir irgendwann auch gesagt bei den ganzen Arschlöchern, die mich gemobbt haben. Kann nicht sein, dass nur wegen denen ich meine Zukunft verkacke, weil ich Angst habe, in die Schule zu gehen wegen den Spastis. Das würde ich mir nämlich nie verzeihen. So, iss dein Salami-Brot. Muss nochmal schnell was kaufen gehen. Die Frau mit den Salami-Broten. So. Hey, wie oft ich der ihre Kleidung schneiden muss, weil die immer wieder von den Arschlöchern gemobbt wird. So. Mach keine Nachtgeschichte heute. Okay, dann halt nicht. Kann ich dann vielleicht noch irgendwas kochen? Ah ja, dann mache ich das mal fertig, das Zeug. Endlich lächelt sie mal. Ja, aber nur ganz kurz. So. Es ist sehr schön draußen. Na, du siehst ja heute auch schon wieder besser aus, als im Glück. So. Oh. Iss. Iss. So, das reicht erst mal. Dann mache ich, würde ich noch was kochen, dass das auch mal fertig ist. Das sieht einfach nur geil aus. Da geht ihr Herz auf. Meins auch. Ja, sehr schön. Um Herr Berg stolz zu machen. Das ist die richtige Einstellung. Bitte verliebt sich nicht in einen Lehrer. Bitte Lehrer, mach keine Scheiße mit dem Kind. Bin ich die Einzige, die so dumm denkt? Oder ist das in der heutigen Zeit normal, dass man so dumm denkt? Oder was ist hier los? Oh, eine Puppe. Die will sie bestimmt. Dann spare ich mal. Gibt's heute nichts zu essen, Kind? Hey, wie war dein Tag? Sie schreiben einen Test, Montag, Herr Berg. Sagt er, erwarte, dass ich gut abschneide. Denn heute hat mich auch niemand geärgert. Voll schlimm, dass es für sie so ein Highlight ist. Hier, dafür gibt's heute nochmal extra geiles Essen. Das war richtig lecker. Ich glaube, ich geh jetzt lernen. Lecker. Das war richtig lecker. So, dann kann ich ihr eigentlich nochmal was kochen. Während sie lernt. Oder muss ich ihr helfen? Bam. Ich hoffe, du hast gut gelernt. Herr Berg sagte, wenn ich den Test gut schreibe, würde mir eine super Aufgabe für Vordrissschritte geben. Die fragen mich, was es ist. Eine Geschichte von dem Schlafengehen, wenn du Zeit hast. Oh Gott, hoffentlich war das nicht schlimm, dass ich ihr jetzt nicht geholfen habe. Okay. Ich hatte auch die Bedenken, die du gerade geäußert hast mit dem Lehrer, aber vielleicht ist das leider normal. Ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet. Das wäre zu grausam. Das würden die nicht machen, oder? Morgen. So, jetzt muss der erst mal erst mal ab in die Wanne mit dir. Ich muss jetzt Hausaufgaben machen. Was? Ich muss den Test gut schreiben. Großartig, geh nur lernen. Ich kann dir helfen. Okay. Äh, Kind hat mir keinen Hunger. Puh, ich arbeite, habe eine Menge geschafft. Ich bin froh, dass du so hart arbeitest. Ja. Ich bin wirklich stolz. Oh, 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 ist er ja süß. Er hat ihn gemalt. Oh Gott, verlieb dich nicht in den. Ich würde eigentlich gerne noch, dass mein Kind was isst, bevor ich gehe. Hier, friss mich. Am besten, dass du voll gegessen bist, weil ich komme und ich mache heute eine Nachtschicht. Auch voll brutal, dass ich meinem Kind nicht sage, dass ich mal eine Nachtschicht mache, oder? Ich bin einfach weg. Ich komme einfach, wann ich Bock habe. So, Überstunden, los. Du sagtest, du würdest mir bei meinen Hausaufgaben helfen, aber du hast gelogen. Du bist nicht nach Hause gekommen. Es interessiert dich gar nicht. Boah, das juckt doch nicht. Es tut mir leid. Die wollten, dass ich länger arbeite. Du hättest deine Hilfe bei den Hausaufgaben gebraucht. Du sorgst dich mehr um sie als um mich. Jetzt übertreib mal nicht, du kleine Zicke. Da helfe ich dir einmal nicht. Zu voll zickig. Ähm. Oh nein, du fühlst dich nicht wieder krank, oder? Oh Gott, sie ist verliebt, oder? Nein. Als ich vorhin draußen gespielt habe, hat ein Nachbar etwas gesagt. Es klang sehr gemein. Er sagt, ich sei eine Hure wie meine Mutter. Holy shit. Was ist eine Hure? Oh Gott. Du hast wirklich nicht nett. Verwenden wir keine negative Zeit. Erkläre das Wort. Was bedeutet das? Also eine Hure ist ein böses Wort. Es ist... Du bist so jung. Eine Hure ist jemand, der... Nein, das Erklärende ist unpassend. Du bist so jung, um das zu verstehen. Aber... Zolf, ist okay. Ich möchte etwas Zeit mit dir verbringen. Ich verstehe, dass du sau auf mich bist. Aber ich tue es für dich. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen, die ich so gern mag? Mach mal nicht so einen aufs Mitleid, Mann. Ich arbeite mir mein Ass ab. Ich beschäftige dich mal mit dir selber, Mann. Ich kenne mir ihre Arme. Sie trägt immer dieselbe Frisur. Na gut. Ich finde es ganz schön undankbar. Ich dachte nicht, dass das Spiel so krass ist. Ich auch nicht. Ist ja auch gar nicht für Kinder, oder? Ist ja eigentlich voll... ...diebescheiß. So, wir machen wieder die Alltagsfrisur. So. Ist! Friss! Ich gehe mal in Zimmer Hausaufgaben machen. So, dann helfe ich dir halt jetzt. Ja. Zeit, etwas Schönes zu machen. Okay. So. Mach ruhig. Äh. Ach so, es ist jetzt Wochenende. Haben wir wieder nichts zu essen? Wie schnell geht denn das alles immer weg? Oder werden die Sachen schlecht? Oder wie? Oder was? Sicht um Kinder geht ja auch um das echte Leben der Lebensbornkinder. Ja, voll schrecklich. Hat man gar nicht auf den Kopf und gar nicht bedacht, ne? Und jetzt sieht man mal, wie beschissen das ist. Ich muss leider einen Fisch angeln gehen. Mein Kind hat nichts zu essen. Ich habe meinen Fisch nicht. Wo ist denn jetzt meinen Fisch? Spiel es im Buggy? Kann das sein? Ist das Spiel Leggy? So, jetzt lass uns mal... Nee, lern ruhig weiter. Du hast hier das Teil... Ich hoffe bald die Puppe, ja. Wow, der war... Wo kommst du denn her? Oh, ich habe viel gelernt. Es wäre schön, etwas Essen zu essen. Ja, deswegen machen wir das jetzt mal. Natürlich nur für dich. Ich habe viel über meine Schularbeit nachgedacht. Aber ich bin mir bei einigen Dingen immer noch nicht sicher. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich kann mich nie an den Namen des Vogels erinnern. Welcher der folgenden Vögel in Norwegen hat einen bunten Schnabel? Blaukehlchen? Papagei-Taucher? Blaufuß-Tölper! So, Community. Jetzt seid ihr gefragt. Haut raus. Ich warte. Bitte nur, wenn ihr es auch gegoogelt habt. Zwei? Okay. Oh, ist ja klasse. Oh, Papagei-Taucher. Papagei-Taucher. Ja. Papagei-Taucher. Papagei-Taucher. Werdet ihr mir merken. Oh, da ist ja mein Essen. Das ist schon buggy. Guck mal, mein Essen ist auf einmal wieder da. Vorhin war es nicht da. Ich möchte in mein Bett. Okay. Wo ist da jetzt noch was? Lecker. Äh, lecker! Voll Hunger. Ich merke das gerade auch, wie ich Hunger habe. Der Test ist morgen. Ich schaffe das schon. Mein Kopf ist voller Wörter. Vogelwörter, um genau zu sein. Eine Geschichte vor dem Schlafengehen? Natürlich. Boah. Hat sich von deinen damaligen Mobbern eigentlich jemand gemeldet, nachdem sie dich gesehen haben? Nö, ich habe nur einmal so eine dumme Sau getroffen. Die ist mir dann mit der Rolltreppe entgegengefahren. Das war eigentlich auch meine Freundin. Dann hat sie nur so ihren Freund so dumm ins Ohr gelästert, dass ich da jetzt bin. Hat sich so dumm weggedreht. Er hat mich angeschaut und ich habe einfach nur einen Kopf geschüttelt und Mittelfinger gezeigt. Und beide haben es gesehen. Da wussten sie nämlich auch, dass ich... Sie hat gedacht, ich habe sie nicht gesehen. Weil es war so eine richtig unangenehme Situation. Weil eigentlich haben wir uns ausgesprochen gehabt. Dann hat sie sich trotzdem noch so eklig benommen. Und ich muss euch sagen, ich weiß, Mittelfinger zeigen ist auch nicht die feinste Art. Aber in dem Moment hat es mir einfach genug Turen gegeben, weil die so lange so kacke war. Und ich weiß gar nicht, ob die wissen, wie es bei mir läuft. Ist mir eigentlich auch egal. Aber in dem Moment, das fand ich wieder so unhöflich. Anstatt mir einfach Hallo zu sagen, sich so bewusst von mir wegzudrehen. Und dann in dem Moment, während sie an mir vorbeigefahren ist, an der Rolltreppe, ihm ins Ohr zu lästern. Und er guckt mich noch so dumm an, wo ich mir einfach dachte, ihr zwei, er kann ja nichts dafür, er kennt mich ja nicht. Ich dachte mir einfach, du mieses Stück. Die war immer so gefrustet. Ja, schrecklich. Aber naja, ich bin, ich stehe drüber. Wenn sie zufrieden, unzufrieden mit ihrem Leben ist, kann ich nichts dafür. Ist das für mich? Sie ist so schön. Danke, ich lege sie ins Schlafzimmer. So, das hat sie ja vollgebracht. Very sad. Ich verstehe das nicht. Ich finde dich mega sympathisch. Ja, die war halt eifersüchtig. Die war gefrustet, weil ein Typ, den sie toll fand, nichts von ihr wollte. So, ihr kennt ja die Storys. Das war schon Grund genug, mich zu hassen. So. In den Nachrichten, die Arbeiten um die Bergung des gesunkenen Kriegsschiffes Blücher schreiten voran. Einer der zwei Propeller wurden gestern geborgen, wodurch zwölf Tonnen Kupfer gewonnen werden konnte. Okay, whatever. Es ist soweit, heute ist der Test. Du bekommst die beste Not, ich glaube an dich. Danke. Ich hätte dir eigentlich gerne noch was zu essen gegeben, geht das nicht? Nee. Habe ich wieder nichts? Okay. Ach, ich wurde früher ganz oft wegen meinem Aussehen gemobbt. Dann, als ich älter war, hat einfach einer Scheiße erzählt und die haben es irgendwie alle geglaubt. Ich habe mit denen auch später dann geredet. Es kam auch alles raus, dass es nicht stimmt. Aber ich war einfach enttäuscht, weil es teilweise Freunde waren und die einfach irgendeinem, der Kacke erzählt hat, mehr geglaubt haben. Weil dieser Typ damals was von mir wollte und ich nicht von ihm. Es war einer, der immer gemobbt worden ist. Und dadurch, dass ich nichts von ihm wollte, hat er mich dann irgendwie schlecht geredet. Das war voll mies, weil ich habe dafür gesorgt, dass den alle in Ruhe gelassen haben. Und nur, also seine Dankbarkeit war im Prinzip, ich wollte nichts von ihm und deswegen hat er mich überall schlecht geredet. Er hat sich dann auch Jahre später bei mir entschuldigt. Ist jetzt auch okay. Aber ich war einfach enttäuscht von den ganzen Leuten, dass die sich haben von ihm so einwickeln lassen und mich nicht mit mir drüber geredet haben. Deswegen sage ich immer, redet mit den Leuten, bevor ihr anderen irgendeine Scheiße glaubt. Wir kommen zu Hause. Es tut mir leid, der Test, der Test. Es lief wirklich gut. Yes. Ich habe alle Antworten richtig. Yes. Du hast es mir abgenommen, oder? Glückwunsch, ich wusste, dass du es schaffst. Lass uns spielen. Okay, wir können malen. Klar, verstecken. Wow. Ich verstecke mich. Ja, aber ich muss erst mal was kaufen, während du dich versteckst. Kann jetzt ein bisschen dauern. Stimmt, ist sie wieder im Schrank. Oh, scheiße. Oh, du siehst diesmal hier, ja. Oh, du hast mich gefunden. Was hat sie für einen riesen Schädel gerade gehabt? So, jetzt wird erst mal gegessen. Oh, es ist bald Schlafenszeit. Ich muss mich hier erst reinprügeln, das Essen, obwohl sie gar keinen Bock hat. Ich bin wirklich froh, dass Herr Bergmann mich mag. Es stört, wenn die anderen Kinder so laut sind. Sie verdienen es, wenn er ihnen schimpft. Er ist nicht gemein. Er denkt nur, dass die Schule wichtig ist. Er schimpft nicht mit mir, aber ich bin auch nicht laut. Ich glaube, wir sind Freunde. Wer, wenn er ohne Grund wütend wird, lasst es mich wissen, ja. Nun, er hat recht. Die Schule ist wichtig. Die Themen, das Lernen macht Spaß. Aber die anderen Kinder und die anderen Erwachsenen, die machen keinen Spaß. Es ist wichtig, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Aber natürlich. Hier spielst du traurig, aber es ist sehr toll. Finde ich auch. Kann ich irgendwie meine Briefe lesen? Ist ja gar nichts da. Kann ich was kochen? Nö, ich hab ja nichts. Hier. Kapitel Ende. Du und 43 andere stärken Karin nicht in ihrem Bewältigungsmechanismus. Du und 62 andere rieten Karin nicht zu Hause zu bleiben. Du und 29 andere hielten Informationen über Karins Vater geheim. Oh, hab ich das? Oh, es ist Mai. Ich hoffe, heute wird ein schöner Tag. Es ist Frühling. Ich würde mir kurz noch ein Knäcke-Büro zubereiten. Dann bin ich gleich wieder da. Es ist Frühling. Hey Karin, wie geht's dir? Mir geht's großartig. Herr Berg lässt mich 10, 15 Minuten vor allen anderen nach Hause gehen. So kann ich den Mobbern aus dem Weg gehen. Voll die gute Idee. Wir tricksen diese Fieslinge aus. Das ist ja nett von ihm. Ja, wir verstehen uns so gut. Das ist voll die gute Idee von einem Lehrer, ne? Echt eine gute Idee. Was machst du überhaupt mit der Post? Kommt, da gucken wir mal nach, wie sie mich immer wieder daran erinnert. Hallo nochmal. Bitte besucht uns am 10. Mai. Ich habe Zugtickets beigelegt und freue mich, euch beide bald zu sehen. Ach, geil. Nice. Oh. Um die Menge an gehackten Holz bis zum Winter zu erhöhen, haben die schwedischen Behörden entschieden, dass jeder, der in seiner Freizeit mehr als 15 Kubikmeter Holz hackt, 250 Gramm mehr Kaffee kaufen kann. Geil. Kaffee, da bin ich dabei. So, Kind, ich muss mal kurz raus, wieder was zu essen kaufen. Es gibt nämlich wieder unser heiß geliebtes Schinkenbrot und Käsebrot. Oh, ich habe nicht genug Geld. Wo ist mein Geld hin, Mann? Da ist. Der Lehrer ist viel zu nett. Ich will nicht zu spät zur Schule kommen. Oh, okay, scheiße. Dann gehe ich schmutzig. Wie alles ist Wischersinn. Danke, Leon, für elf Monate. Ich kaufe nur das, weil alles andere muss ich zubereiten. Das nimmt wieder Zeit weg. Willkommen zu Hause. Sie haben sich heute auf den 17. Mai vorbereitet, unseren Tag der Verfassung. Bald werden alle feiern und in der Parade mitlaufen. Die Schule hat ihren eigenen Platz in der Parade. Vielleicht sollten wir mal ein paar Flaggen besorgen. Das sollten wir. Da freue ich wirklich auf die Parade. Solange es hier kein Arschloch mehr kaputt macht, ist wieder nichts zu essen. Dann gibt es halt mal nur Käsebrot. Tatsächlich mache ich gerade sehr wenig Sport. Ich mache Montag immer mit euch im Stream-Sport. Und Donnerstagabend ist mal Bauchtanz-Drehen. Ansonsten bin ich leider sehr faul momentan. Aber danke für diese netten Worte. Das freut mich sehr. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe das hier im Plus gefangen. Vielleicht könnten wir was draus machen. Ist erstmal jetzt. Dankeschön an Kaddi für einen Stufe 1-Sup. Vielen, vielen Dank. Schön zu hören. Wie immer eine Geschichte. Dankeschön an Opa-Bieberberater für einen Prime. Vielen Dank. So. Bam. Guten Morgen. Du musst sofort gewaschen werden. Willst du nicht sehen, was in der Post zu haben ist? Ich will dich einfach nur waschen. Oh Mann, du sitzt doch schon in der Wanne. Was für eine Verschwendung. Nachbarschaftsrat. Wir müssen dich warnen, dass wir das Verräterkind nicht an unserem kostbaren Nationalfeiertag sehen wollen. Bleibt weg, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oh meine Güte, ey. Solche Bastarde. So, jetzt nochmal extra Wasser dafür einlassen. Und solche Schweine. So ekelhaft. Will ich zu spät zur Schule kommen? Welcher Schule geht das Mädchen? Auf die rote. Ich weiß tatsächlich nicht. Okay, das ist wieder wichtig. Dieser Van. Jetzt wird es nur diesen Laden geben. In unserer Dimension. Kann ich sparen gerade irgendwie? Oh, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Alle in der Schule reden von der Parade. So zitmei. Es wird zu aufregend. Haben wir irgendwelche Flaggen? Bist du sicher, dass wir zur Parade gehen? Ja, das tue ich. Ich werde meine neuen Sachen anziehen und Flaggen schwenken. Vielleicht kann ich ein Band tragen. Wir werden nicht an der Parade teilnehmen, Karin. Warum können wir nicht zur Parade gehen? Ich will zur Parade. Ich will, ich will, ich will. Nun, wir werden sehen. Bis zur Parade tausend erinnerst du dich an die gemeinen Leute, mit denen wir gesprochen haben? Ich erinnere mich. Dort gibt es einige von ihnen denken, es ist einfach sie zu meiden, wenn wir nicht hingehen. Ich darf das tun, was ich will. Ja, gut, dann mach das. Dann kriegst du aber nur du aufs Maul. Ich geh nicht hin. So, hier ist. So, ich darf mal wieder mit dir spielen. Hier, Ball. Macht ja so Spaß. Ja, man nimmt ihr irgendwie alles, worüber sie sich freut. Das ist echt krank. Ich weiß, es ist schon spät. Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Vielleicht morgen. Okay. Okay. Ich möchte nämlich gern noch. Hier weitermachen an dem. Was auch immer das werden soll. So. Ist das eine Nazi-Parade? Nee, aber die Norweger hassen die Nazis. Hallo, ich bin wach. Hallo, ich bin wach. Das ist schön. So, ich würde gern noch hier dran arbeiten. Was soll das werden? Ab in die Schule. Aber ein Bild. Okay, sehr gut. Guck ich mir gleich an. Ich bin froh, 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 dass du zu Hause bist. Was soll ich machen? Eigentlich sollten wir drauf scheißen, wir gehen. Fuck auf die alle. Fuck auf die Haters, Mann. So, wo war hier an der Küche? Wo war ein Zettel? Ist er nicht mehr da, oder wie? Scheißer. Oh, ein Segelbötchen. Süß. Oh, hast du das gemacht? Das ist ja so ein cooles Boot. Ich werde damit auf dem See spielen. Sehr schön. Gehen. Könntest du mir eine gute Nachgeschichte vorlesen? Natürlich. Schade, nicht mehr da. Ich habe es verpasst. Maybe wird der Herr Bergmann unser neuer Freund. Vielleicht bin ich ja eine Frau und komme mit ihm zusammen. Weil gut, auch wenn ich ein Mann wäre, könnte ich mit ihm zusammenkommen. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Mutter oder einen Vater spiele. Hallo. So, du musst erst mal gewaschen werden, Kind. Schauen wir, wir haben noch mehr Post. Aber nichts Interessantes. In den Nachrichten. So, ab ins Bad. Kann ich eine Flagge bekommen? Ich weiß sie nicht. Klar. Wenn du lieb bist. Wow, danke schön. Okay. Mein Vater hat immer verdrückt, sich zu drücken, wenn ich mit ihm Ball spielen wollte, weil er Angst hatte, den Ball ins Gesicht zu bekommen. Ey, fühle ich. Okay, wir machen mal eine Überstunde, auch wenn sie pisst ist. Aber hey, das Geld verdient sich nicht von alleine. Oh, jetzt bist du endlich zu Hause. Oh, jetzt bist du endlich zu Hause. Ah, sie ist ja auch nett. Wir spielen mal mit ihr. Oh Gott, sie will schlafen. Sie hat überhaupt keinen Spaß. Sie kann sich auch nicht alleine beschäftigen. Ich habe ihr doch voll viel gekauft. Ein Segelboot, eine Puppe, die kann auch mit genug Sachen irgendwie meinen ganzen Tag lieb. Äh, ist so beleid. Ich habe es vergessen. Ich verstehe. Eine Geschichte von dem Schlafengehen wäre schön. Ja, natürlich. So. Ich weiß, wie sie immer so happy ist, aber trotzdem noch so ihre absolute Enttäuschtheit im Gesicht hat, ne? Das ist echt geil. So. Nix zu essen, Leute. Wir haben nix zu essen. Das ist fürchterlich. Ich will so nicht mehr. Ja, dann können wir ja nur schlafen. Freitag. Guten Morgen. Du musst auf jeden Fall waschen. Ich muss kurz gucken, was ich hier noch erst zu essen kaufe. Das Auto oder die Puppe? Ah, da ist die Flagge. Die kann ich ihr doch jetzt noch kaufen. Oder ist es jetzt zu spät? Du hast mir eine Flagge gekauft. Hier, mein Schatz. Danke. Na, geht doch. Wie glücklich sie ist. Hier ist sie. So. Und spielen wäre eigentlich noch nicht schlecht. Ich will nicht zu spät zur Schule kommen. Okay. Dann ab in die Schule. Ich denke, am Morgen. Was ist morgen? Hat die Geburtstag? Nee, oder? Gibt ja nicht nur das Auto, was interessant ist. Gibt es halt mal ein bisschen weniger zu essen jetzt. Hey, wie war dein Tag? Wir werden morgen ein... Ah, wir machen morgen eine Reise. Stimmt. Euch. Tun wir? Wohin? Wir werden deine Großeltern und deine Tante besuchen. Toll, ich habe Großeltern. Sind die nett? Dann besuchen wir sie. Wir besuchen sie morgen mit dem Zug. Super. Ich darf in meinen Zug fahren. Das ist ja fantastisch. Ich kann es kaum erwarten. Ja, siehst du? Jetzt spielen wir erst mal ein bisschen, wenn du wieder glücklich bist. Wie mich alle daran erinnern, ich habe es voll vergessen, Mann. So, nochmal. Ich bin sehr aufgeregt, wenn der Zug gefällt. Wie schnell kann der Zug fahren? Ey, ziemlich schnell. Sitzen wir dann ganz vorne? Ich glaube nicht. Okay. Das ist in Ordnung. Wir sitzen, wo du möchtest. Fahren wir ein paar Minuten, Stunden, Tage? Ein paar Stunden. Es wird toll werden. Warte. Fahren wir auch mit dem Zug nach Hause? Ja, das werden wir. Doppelte Zugfahrt. Zack, zack. Wir werden mit super Geschwindigkeit fahren. Hey, wie viel Räder hat ein Zug? Ich wette, er hat eine Menge. Ich bin mir nicht sicher. Das ist in Ordnung. Wir können sie morgen zählen. Ich werde einen Zug malen. Ich frage mich, wie viel Räder ich malen soll. Oh Gott, hauptsächlich geht dein Spaß jetzt auch wieder hoch, Kind. Äh, wo ist sie denn? Kann ich mitmalen? Hm. Zeit mit ein bisschen übereinander verbringen. Ja, okay. Hast wieder ein Bild, die hat ein Zug gemalt. Ich würde sagen, wir spielen nochmal so ein bisschen Alibi-mäßig. Damit du glücklich bist. Vorne andere Frisur, bitte. Was ist denn dann, der Frisur auszusetzen? Oh, es fällt sie wieder direkt ins Koma, ne? Wenn das Passiere schwer sind, ist es wegen allen Passagieren. Manchmal haben sie große Fracht. Was soll Fracht heißen? Verschiedene Dinge zu transportieren, wie Essen und so. Ja, Essen, Werkzeuge, alles. Jetzt leg dich hin und hör auf, so viel zu fragen. Kannst du mir diese Geschichte vorlesen? So, hab ich noch Briefe? Nö. Morgen ist der große Tag. Es ist sehr schön draus, sonst müssen wir dich aber richtig rausputzen, ne? Hey, bist du nicht aufgeregt mit der Zugfahrt? Der Zug wird super viel Spaß machen. Aber was, wenn die mich nicht mögen? Wenn sie mich nicht mögen, sind sie unsere Zeit nicht wert. Oh, ich bin nervös. Wir werden mit ihnen reden und dann sehen wir weiter. Es wird alles gut, ich bin mir sicher. Okay. So, erstmal muss ich dich richtig herpuffen, sie mal waschen. Die Leute wollten eine neue Frise. So, auf jeden Fall. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin bereit. Nein, wir müssen essen, du verhungerst gleich. So. Oh, jetzt aber. Let's go. Besser kann es uns nicht gehen. Auf geht's. Yes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war noch nie in einem Zug. Das ist der Wahnsinn. Zieh dir die Bäume an. Oh, Gertrud, siehst du, wer das ist? Zieh dir die Gebäude an. Ich glaube, das ist das deutsche Balk und der Nazi-Sympathisant. Oh, wirklich? Jetzt, wo du sagst, kommen sie mir bekannt vor. Die fliegen einfach vorbei. Dass sie überhaupt in diesem Zug lassen, zusammen mit all den anständigen Leuten. Dass sie überhaupt in diesem Land bleiben lassen. Was glaubst du, was diese Nazi-Ratten tun, wenn sie einmal erwachsen sind? Oh ja, es ist erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. Im schlimmsten Falle werden sie sich verschwören und das Land wieder übernehmen wollen. Oh nein. Wir werden im Hand und Drehen da sein. Und im besten Fall werden sie zu Kriminellen. Ich habe gelesen, dass sie wegen ihrer Gene mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% geistig behindert sind. Holy shit. Hm, ja. Der Bericht wurde auch von einem renommierten Psychologen verfasst, nicht wahr? Hm, unmöglich vorstellbar, dass diese behinderten Kinder überhaupt etwas werden können. Außer Kriminellen. Oh Gott, ich glaube, sie können uns hören. Wen interessiert es? Lass sie es hören. Ich würde sie anspucken, aber das ist meine kostbare Zeit nicht wert. Reden wir über etwas Angenehmeres. Hast du schon gehört, der König könnte tatsächlich zu Besuch kommen? Ja, und ich habe gehört, dass die Königin... Tratsch, 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 tratsch. Wir sollten immer mit dem Zug fahren. Wusch. Züge sind so toll. Achso, es habe nur ich gehört. Oh, ihr seid da. Kommt rein. Wir sind hier. Darf ich vorstellen? Euer Enkelkind. Es ist schön, dass wir alle mal zusammenkommen. Oh Gott, sie reden nicht mit mir. Ähm, also nun. Ach, das bin ich. Ne, das bin ich. Ihr habt ein schönes Haus. Das ist das Mädchen. Sie wirkt irgendwie schäbig. Bist du faul, Mädchen? Die ist völlig normal. Hört mal zu. Die ist völlig normal. Bist du gut in der Schule, Mädchen? Du hängst doch nicht hinterher, oder? Norweger sind sehr fleißig. Wir sind keine einfältigen Leute. Nicht so wie deinesgleichen. Mutter, bitte sag sowas nicht. Karin geht es großartig. Sie kommt zu Sonderaufgaben. Karin ist intelligent und fleißig. Ich habe sie eingeladen und ihr habt gesagt, ihr würdet versuchen, nett zu sein. Karin, weißt du, du hast die Augen deiner Mutter. Oh. Weißt du, sie lebt nicht allzu weit weg von. Denkt nicht einmal dran, dort hinzugehen. Wenn diese Göre dort auftauchen würde, würden sie ihr den Kopf abhacken. Sehr wahnsinnig. Sie ist doch noch ein Kind. Seid ihr wahnsinnig, bitte. Seid ihr wahnsinnig, sie ist ja noch ein Kind, dann verschwindet. Wir wollen euch hier nicht haben. Warum haben sie mich denn eingeladen? Kommt nie mehr zurück. Ich bin... Es tut mir leid. Sie können manchmal so schwierig sein. Sie sind normalerweise sehr nett. Aber sie waren so nervös deswegen. Ich dachte, sie würden sich beruhigen, sobald sie die kleine Karin gesehen haben. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Schau, ich habe diese Papiere im Schreibtisch meines Vaters gefunden. Hier, nimm sie bitte. Es tut mir leid, wie sie sich verhalten haben. Was für Penner. Danke, dass du gut zu uns warst. Nicht der Rede wert. Gute Heimreise. War sehr nett, dich kennenzulernen, Karin. Oh, die Arme ist voll fertig mit den Nerven. Oh je. Oh Gott, die Augen, die... Ach, sei nicht traurig. Wir brauchen diese Leute nicht. Es tut mir so leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Hey, Karin. Wie wäre es, wenn mir morgen etwas... Tut mir leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Untersuchen. Es gibt Informationen zu Karins deutscher Familie im Arbeitszimmer. Drücke auf den Knopf. Ah, okay, alles klar. Okay, ich mach das jetzt mal. Okay. Till Hammersad. Jek er nomet. Okay, ich kann es gerade auch gar nicht lesen. Das ist aber gar nicht meine Sprache. Ah. Ich bin die Mutter des Kindes, das am 18.08.1944 geboren wurde. Der Vater ist der deutsche, obergefreite Heinz Fleischer. Ich gebe zu, dass ich nicht in der Lage bin, mich so gut um das Kind zu kümmern, wie ich sollte. Vor einiger Zeit schickte ich das Kind ins Lebensburg-Kinderheim. WhatsApp. Wo nur Deutsche gesprochen wird. Wo nur Deutsch gesprochen wird. Ich hoffe, dass die Behörden es einrichten können, dass das Kind in ein norwegisches Kinderheim kommt, damit es norwegisch lernen kann. Ich war nicht in der Lage, mich um das Kind zu kümmern, weil ich immer den ganzen Tag arbeite. Ich akzeptiere, dass mir das Kind weggenommen wird und an einen Ort gebracht wird, der für Kinder am meisten und am wichtigsten ist. Abteilung Lebensborn. Der höhere SS- und Polizeiführer. Dankeschön an Gruenis für dein Prime. Wenn Kinder für die Sünden der Eltern beherhalten müssen, absolut krass, ne? Abteilung Lebensborn an der Kirchenamt Oslo. Ich danke Ihnen für Ihren Brief betreffend des Kindes, das von Siri 1849 geboren wurde. Da der Vater ein deutscher Soldat ist, hat das Reichskommissar für das besetzte Norwegen alle Kosten für das Kind übernommen und wird die zukünftige Unterbringung des Kindes auf bestmögliche Art arrangieren. Wir werden versuchen, das Kind bei Verwandten in Deutschland unterzubringen. Von der norwegischen Militärmission Berlin an das norwegische Auswärtige Amt. Norwegische Kinder in Deutschland. Ich lege den Brief des UNRRAS-Nachfolgungsamtes bei, in dem den 250 Lebensborn-Kinder gefragt wird, die sich immer in Deutschland befinden. Die Kinder wurden unehelich von norwegischen Müttern und deutschen Vätern gezeugt. Die Fragen, ob Norwegen daran interessiert ist, dieses Kind zurückzunehmen. Soweit ich es von unseren bisherigen Briefen bestanden habe, unternimmt Norwegen nichts, um diese Kinder zurück nach Norwegen zu nehmen, wenn es keine Verwandten gibt, die das Kind aufnehmen wollen. Ich möchte überdies anmerken, dass die Franzosen alle Kinder französische Mütter zurücknehmen, ungeachtet dessen, ob es Verwandte gibt, die das Kind aufnehmen wollen. Uiuiui. So, Anvika in Skossand. Siri, geboren 1927. Wir suchen nach der Mutter von K. Geboren am 1889 in Hammerstadt. Wir haben gehört, dass sie jetzt in Skossand lebt. Und wären dankbar für jede Information, die sie uns bezüglich jeder jetzigen Adresse geben können. Mit freundlichen Grüßen. Das norwegische Rote Kreuz. Hier, wir wurden informiert, dass ein norwegisches Kind aufgenommen haben und würden sie bitten, folgende Formulare auszufüllen. Name, Geburtsort, Hammerstadt, Norwegen, Mutter, Vater, Heinz Fleischer, Freital, Dresden. Wann nahmen sie das Kind auf? Da habe ich doch die Adresse jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, die norwegische Regierung hat entschieden, dass nicht-eheliche Kinder von norwegischen Müttern und deutschen Vätern, die während der deutschen Besetzung nach Deutschland geschickt wurden, nun nach Norwegen zurückgeholt werden. Ah, ich wollte sie eigentlich nach Deutschland unterkriegen. Herr William Fleischer. Die norwegische Regierung hat entschieden, dass alle Kinder norwegischer Mütter nach Norwegen zurückgeschickt werden müssen. Bringen sie das Kind, äh, Karin, vor dem 10. Januar nach Berlin, Zellendorf, Zweckstransporte nach Norwegen. Wir werden die Transportkosten für das Kind und einen Erwachsenen übernehmen. Auch wenn wir nachvollziehen können, dass viele Erziehungsberechtigten es schwierig finden, diese Kinder abzugeben, müssen wir sie darauf hinweisen, dass sie norwegische Bürger sind und dass sie an die Zukunft des Kindes denken sollen. Ach krass, es wurde dann weggenommen. Ih. Ehe, ihr Brief vom 27.09. Ich freue mich zu hören, dass sie wegen meines Kindes nach mir suchen. Wir würden es liebend gerne aufnehmen, können uns aber die Reisekosten leider nicht leisten, da wir gerade erst geheiratet haben. Das Kind lebt, soweit mir bekannt ist, in Hannelore und Wilhelm Fleischers in Freital und das letzte Mal hörte ich von ihnen Frühling 1945. Liebe Grüße, Gunnar. So, das kann ich jetzt alles meinem Kind erzählen, ne? Oder willst du das gar nicht wissen? Ich hab nix zu essen, du armes Ding. Oh je, da gibt's jetzt wieder das gleiche Fleischbrot, was es jeden Tag gibt. So. Heute gibt's mal, ich hab nicht genug Geld für ein Festmahl, oh Gott, wir sind so arm. Okay, Kind. Ist einfach, so schlimm war's gar nicht. Ich weiß nicht, was ich meinem Kind sagen soll. Äh. Wollen wir an den See? Oder an den Wald? Oder spielen? Sind beide so richtig ratlos irgendwie, so. Äh. So ein bisschen Ball spielen und versuchen es zu überstehen. Oh je, die ist richtig am Ass. Magst du malen? Oh je. Fotoalbum hinzugefügt. Hier ist doch noch was. Oh je. So müde. Oh je. Kannst du mir vielleicht deine Geschichte vorlesen? Ja. Rechts ist noch ne Akte, die du lesen musst. Guck ich gleich mal. Ne, die hab ich, die kann ich nicht lesen. Ich kann nur das lesen. Das hab ich ja alles gelesen. Ah hier, warte, da war noch was. Hier. Ah ne, das hab ich schon. Kind wurde vom Sonnenwiese Kinderheim Deutschland abgeholt. Ne, das hab ich alles schon gelesen. Das kann ich nicht lesen, tatsächlich. Das Zeug hier. Das. Das Tagebuch. Das sind meine Tagebucheinträge. Aber das ist im Prinzip die Story. Hier sind noch die Bücher. Süß hat ne Zweite. Oh my bad. Jetzt kommt ja auch noch... Also ich würde niemals jetzt auf dieses Fest gehen. Es ist morgen. Ich würde niemals auf dieses dumme Fest jetzt gehen, ne. Ich hab noch nicht mal Mörs so... Also definitiv nicht. Ich kann auch nix mehr machen, um sie glücklich zu machen, ne. Hartes Leben. Toll. Ich wasch dir nochmal das Gesicht. Okay, jetzt bitte einfach in die Schule, verdammt. So. Ich mag Pilze. Oh, Pilze. So richtig emotionslos und tot. Ich mag Pilze. Ja. Ach stimmt, wir haben jetzt ja gar keine Arbeit und Schule mehr, oder? Aber ich muss doch eigentlich auch... Muss ich nicht auch in die Arbeit? Heute ist Sonntag, also keine Schule, oder? Wir können vielleicht ein bisschen zusammen spielen. Verstecken magst du doch. Das ist schön. Ich werde mich verstecken. Gut, so lange werde ich... Nicht die Pilze schneiden, weil ich nicht darf. Hier bin ich. Gut gemacht. Warum bist du schon wieder dreckig, Kind? So. Ich darf es jetzt... Oh nein, sie ist schon müde. Okay, komm, ohne Essen ins Bett war ja ein toller Tag. Ich will eigentlich nicht dieses dumme Fest machen. Das wird schrecklich. Die Parade ist diese Woche. Oh Gott, Kind, da willst du doch nicht ernsthaft hin, ey. Die Post ist da. Du gehst dich jetzt erstmal waschen. Ich kann das Kind nicht mal Kassette hören zum Einschlafen, aber wirklich, ne? Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay, sieht doch ganz ordentlich aus. So, jetzt gibt es halt wieder nochmal Freie, aber das ist okay. So, dann spiele ich jetzt noch mit der. Sie lächelt endlich wieder. Ja, endlich, Mann. Ah, ist voll hart, ne? Deswegen so eine Scheiße, so fertig gemacht wirst. So, jetzt geht es aber ab ins Nest. Ich möchte in mein Bett. Kannst du bitte auch mal einen Tag alleine gehen? Eine Geschichte vor dem Schlafen gehen. Ja, ich glaube, es passiert am Ende nochmal was richtig Ekliges. Dieses Gequiche, Marie. Heute, guten Morgen. Post haben wir ja, stimmt. Oh, okay, hier die Parade findet statt. Der Brief von wem? Schreibe den Großeltern. Die Dokumente von Tante Anne zeigen folgende Adresse. Hallo, ich richte mich aus Norwegen an sie. Ich habe ihre Enkelin Karin adoptiert. Ich habe erfahren, dass sie für ein paar Jahre bei ihnen lebte. Wir erinnern sich noch immer an ihre Omi und wünschen sich etwas über den Vater zu erfahren. Können sie helfen? Oh je, ich würde denen gar nicht mehr schreiben, den Arschlöchern. Warum bist du schon wieder dreckig, Kind? Ich glaube, Essen haben wir nichts mehr. Oh, hier ist. So, wir sollten los. Werde ich nicht. Ah. Du spielst aber auch immer die moralisch belastenden Spiele. Martin, danke für ein Stufe 1. Das hat mir die Community empfohlen. Ich... Wir haben immer noch diesen Wagen. Oh, wir haben wieder das. Oh nein, warum bläst du Trübsal? Ich blase kein Trübsal. Oh nein. Ich habe ein paar Kinder aus meiner Klasse gesehen, die mich geärgert haben. Sie haben einige Dinge gesagt. Sie sagten, dass ich nicht an der Parade teilnehmen kann. Können sie uns etwas antun? Natürlich nicht. Okay, das ist gut. Sie haben mir irgendwie Angst gemacht. Oh, oh. Schon wieder alles kaputt. Ey, diese Arschlöcher, ne? Willst du mit mir malen? Ja, natürlich. Voll gern. Nicht. Oh Gott, was ist denn das? Ach, das ist ihr Lehrer, oder? Oh Gott. Bitte sei nicht in Love mit deinem Lehrer. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Dass die immer die Sachen kaputt machen, ne? Das ist so asozial. Gleich ist mal wieder gut, ne? Ich dachte, das sollte sie als treu sein, aber sie hat ja schwarze Haare. Würdest du, wusstest du das Igel Winterschlaf halten? Das wusste ich nicht. Dass du nicht alles weißt. So, äh, essen. Essen. Und ich richte nochmal schnell deine Lamotten mal wieder her. Ich hoffe, dass ich heute was Tolles lerne. Hab einen schönen Tag in der Schule. Zack, zack. Wie ich uns einfach so zack, zack, zack schnell alles hier manage. Machen wir keine Überstunden. Wir kommen zu Hause, Herr Berg, hat sich heute etwas merkwürdig verhalten. Soll ich mit ihm reden? Hm, nein, nein, ist schon okay. Oh je, warum hat er gemacht? Ich muss es gar nicht wissen, mein Kind. Vielleicht soll ich mein Kind mal fragen, was Sache ist? Freutzt ihr überhaupt, wenn ich ihre Sachen mache? Ich lebe einfach nur fürs Kind, aber so ist es halt, ne? Oh Gott. So. So, ab in die Wanne, Alde. So schnell mal wieder rüber rennen und was zu essen kaufen. Gerade ist echt schwer zu sparen. Muss ich sagen. Sollte jetzt los. Wir werden uns, äh, wir sehen uns nachher. Okay, kann ich sie nicht nochmal essen? Doch. So. Deswegen, ich hoffe, dass der Lehrer kein Äh-Bär ist. Ich sollte mal eine Überstunde machen. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Warum habe ich es irgendwie morin, das ist mein Kind. Ah gut, das ist endlich mal glücklich. Was ist passiert? Herr Bergmann hat heute gesagt, dass er nicht länger unser Lehrer sein wird. Oh Gott, no. Wir bekommen einen fremden. Herr Solheim. Er hat heute, aber er war heute auch da. Ach, vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Er war gemein. Schimpfte mit mir, weil ich wilde Worte gegeben habe, haben soll. Dabei habe ich gar nichts gesagt. Oh no. Non-binary human in love. Danke für drei Monate. Was? Für mich gewesen. Unfassbar. Parade ist doch am 18., ne? Guten Morgen, Karin. Ich spreche nicht mit dir. Nicht in diesem Ton. Du machst mir keine Angst. Du bist nicht mal richtig mit mir verwandt. Ach, jetzt komme ich mit der popotären Scheiße jetzt. Jetzt gar kein Bock drauf. So. Du kriegst erst mal wieder das lieblose Salami-Brot, was ich jeden Tag für dich kaufe. Ist. So, jetzt wirst du nur mal gewaschen. So. Äh. Was gibt es denn eigentlich noch so zu kaufen? Ich sollte vielleicht doch einfach mal wieder ein Gericht machen. Das war es dann auch mit der Kohle, Kind. So, heute gibt es noch was Warmes. Was soll ich jetzt tun? Versuch einfach den Tag zu bestehen. Das wird schon, ey. Das ist so schrecklich und du es deinem Kind sagen musst. Morgen ist die Parade schon. Oh Gott, fürchterlich. Hey. Komm, heute gibt es wenigstens was Geiles zu essen. Hm. Ich brauche noch mal was. So, Kind. Wir kochen jetzt zusammen. Wir haben sonst nichts zu essen morgen. Das lieblose Salami-Brot halt, ne? Wirklich. So, morgen ist die Parade. Morgen ist die Parade. Ja, das stimmt. Ich kann es kaum erwarten. Echt geil, wie schnell begeisterungsfähig sie immer direkt ist. So, jetzt kann ich wenigstens mal meine Sachen lesen. Vorbereitung für die bevorstehende Normal-National-Parade. Oh Gott. Und du wirst nicht daran teilnehmen, Kind. Das ist einfach so sad. Oder der Lehrer hilft uns. Jetzt muss ein Wunder geschehen, Leute. Oh, das ist bestimmt voll die süße Mutter. Oh, ich glaube nicht. Karin ist nicht hier. Wo ist denn das? Oh nein, ist nicht auf die Parade gegangen. Kann ich in die Schule gehen? Oh, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich so früh gegangen bin. Ich war so aufgeregt, um zu warten. Die Leute sehen wirklich glücklich aus. Oh no. Aber ich sehe Herrn Berg nirgendwo. Karin, du kannst nicht einfach so gehen. Warte nächstes Mal auf mich. Okay, Entschuldigung. Aber du warst so langsam. Ich konnte mich nicht erwarten. Ich werde es nie wieder tun, versprochen. Oh, die Kinder stehen Schlange. Ich muss da rüber. Oh je. Bleib da, wo ich dich sehen kann. Karin, warte. Oh Gott, scheiße. Jetzt wird es richtig irre. Mein Band. Sie sagt, ich dürfte nicht hier sein. Uns sind auf mein Band rumgetrampelt. Ich will nach Hause. Jetzt, wo wir hier sind, sollten wir bleiben. Ich will nicht. Karin. Hallo. Es tut mir so leid. Ich konnte dich nicht finden. Ich habe gesehen, dass die anderen Kinder mit deinem schönen Band gemacht haben. Oh, Herr Berg. Zum Glück bin ich geblieben. Wäre ich jetzt gegangen, hätten wir Herr Berg nicht getroffen. Ich habe ein ernstes Gespräch mit Ihnen geführt. Herr Berg, oh, haben Sie das? Sich so zu verhalten und das an unserem Verfassungstag. Ich sorge dafür, dass Sie nachsitzen werden. Bitte nicht, dann werden Sie es wieder mir auslassen. Ich werde darüber nachdenken, aber natürlich will ich dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Ah, hallo, Sie müssen Karins Elternteil sein. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Sie haben so ein wunderbares Mädchen hier. Sie müssen der Lehrer sein, von dem Karin immer spricht. Sie ist sehr intelligent für ihr Alter. Sie verdient es nicht, wie man sie behandelt, aber keine Sorge. Ich tue, was ich kann, um Sie so gut wie möglich zu beschützen. Danke für alles, was Sie getan haben. Ich sollte Ihnen danken, dass Sie so ein nettes Kind großgezogen haben. Nicht alle Eltern schaffen das. Und vielleicht nicht genügend. Also Karin, sollen wir uns der Parade anschließen? Ja, bitte. Keine Sorge, ich werde mich gut um Sie kümmern. Hier, Karin, du kannst mein Band haben. Und vergiss nicht, deine Flagge zu schwenken. No. Gut, dass wir geblieben sind. Wären wir gegangen, hätten wir ihn bestimmt nicht getroffen. Süß. Das war unglaublich. Hast du all die Leute gesehen? Und all die Flaggen? Ich habe die Parade wirklich genossen. Du hast recht, der Lehrer ist sehr nett. Ich sagte doch, er ist nett. Wir hatten eine Menge Spaß. Ich bin froh, dass du Spaß hattest. Und du hast Herr Bergmann kennengelernt. Herr Berg, sorry. Again. Ja, ab ins Nest. Okay, er ist doch nicht sass. War ein toller Tag. Ich wünschte, es gäbe mehr wie ein Herr Berg. Die meisten Leute sind dumm. Konzentriere ich auf die Netten. Wir müssen nicht gemein sein. Ich würde mich nie dafür entscheiden, gemein zu sein. Die anderen Kinder hassen mich. Aber Kinder sind dumm, oder? Aber warum hassen mich alle Nachbarn? Und meine Großeltern hassen mich. Sie sind erwachsen. Erwachsen sollten klug sein. Ich verstehe es nicht. Sie kennen mich eigentlich einmal. Du und Herr Berg, seid die einzigen netten Erwachsenen. Und Herr Berg geht weg. Und meine Eltern haben mich auch verlassen. Ich bin froh, dass ich dich habe. Bitte verlass mich nicht. Oh Gott. Ich werde dich nicht verlassen, Karin. Okay. Kannst du mir die Geschichte vorlesen, die ich so gerne mache? Ja, die mit dem Schloss. Meinst du die, wo dreimal das Schloss vorkam? Okay, du und 68% andere tadelten die Großeltern. Du und 79% andere kauften die Flagge. Du und 64% erlaubten Karin, die Parade zu gehen. Yes. Sie sind gut, Leute. Oh. Sonntag. Ich hoffe, dass heute ein schöner Tag wird. Lass uns spielen. Nein, du frisst jetzt erstmal was. Ja, okay. Dann halt Ball. Obwohl es dir eigentlich gut geht. Mein Ausbilder ist auch Berg. Ich kann auch bestätigen, dass er netter ist wie Witzig. So, hier. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Endlich geht es dir mal wieder gut. Ich bin jetzt gespannt, wenn sie jetzt in die Schule geht, ob das vom Herr Berg funktioniert hat. Dass die jetzt nett sind zu ihr. Ist es Mai? Haben wir irgendwie Wochentag? Ich weiß es gar nicht. Oh nein, du musst die doch wieder hergeben. So stand das im Brief. Bin jetzt schon ein bisschen traurig. Hoffe, dass es ein Happy End gibt. Oh. Ja. Ja. Ich glaube nicht, oder? Glaubst du? Hoffentlich wäre es schrecklich. Wäre es schrecklich. Könntest du mir eine Givno-Kunsch-Nacht-Geschichte vorlesen? Die Frage ist immer noch, wäre sie weniger schmutzig, wenn du ihr am Anfang gesagt hättest, dass sie darauf achten soll? Das ist eine geile Frage, ne? Ich befürchte fast ja. Ich glaube, ich muss sie deswegen so oft waschen. Kann es sein, dass ich sie jetzt zurückgeben muss? Morgen, ich bin bereit. Oh je, das bestimmt der Brief, oder? Yes, wie wir das zersmaschen. Will ich nicht so spät zur Schule kommen? Das Toastbrot kannst du auch mit zur Schule gehen, verdammt. Sieht auch, äh, sieht man auch, wie sie erwachsen wird im Game? Weiß es gar nicht. Ich glaube, das Game geht gar nicht so lange. Ich glaube, wir sind bald am Ende. Oh, der arme Herr Solheim ist so streng. Er lässt niemand in der Klasse reden. Er hasst Lärm. Wir müssen alle super leise sein. Du bist sowieso ein ruhiges Kind. Ja, wir schreiben morgen einen Test. Ich werde ihm zeigen, wie schlau ich bin und dann wird er mich mögen. Äh, magst du nicht mal was essen? Ich habe wieder tollen Toast für dich, Kind. Ja. Äh. Ich würde eigentlich gerne, dass du esst. Ja. Isst. Priss. Und. Und jetzt bitte einmal baden gehen. Du siehst wieder schrecklich aus. Niemand wagt es, mich in der Klasse von Herr Solheim zu schikanieren. Die Pausen vom Unterricht sind genauso wie vorher. Aber wenigstens ist es einfach aufzupassen, wenn ich in der Klasse bin. Eine Geschichte vom Schlafen gehen, das hat sich nichts geändert, ne? Eine Neuigkeit, die sie sicherlich viele Besucher anziehen. Der König höchstpersönlich wird diesen Sommer in unsere Stadt verweilen. Oh je, da haben wir eh nichts zu suchen, ne? Es ist schön draußen, was es denn jetzt schon will. Ich bin bereit für meinen Test. Ich hoffe, ich stelle mich gut an. Natürlich wirst du das. Ich hoffe es. Wir sollten mich fertig machen. Oh je. Wieso sieht die jetzt wieder so Debris aus? Wir spielen noch ein bisschen was. Der König ist schon der Vater. I don't think so. Ich wünsche mir Glück. Du brauchst kein Glück. Du schaffst es. Okay. Oh je, die Arme, ey. Ich komme mal nach Hause. Ich glaube, dass der jetzt nicht gut geht, oder? Oh doch. Wie lief der Test? Oh Gott. Der Test war einfach. Aber das war heute nichts Gutes. Herr Solheim dachte, ich würde betrügen. Ich habe nicht betrogen. Er hat nicht geglaubt, dass ein Deutschkind so schlau sein könnte. Er hat sogar mein Lineal auf die Hände gehauen. Was hat er getan? Was bringt es überhaupt, viel zu lernen, wenn der Lehrer mich dafür schlägt? Dann war es das wohl. Wir meiden ab jetzt jeden. Vielleicht solltest du ein wenig zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich vermisse Herrn Berg. Vielleicht solltest du eine Weile zu Hause bleiben. Was soll ich denn da machen? Also ich würde da hingehen und den Lehrer einer reinhauen. Was macht man da am besten? Vielleicht solltest du eine Weile zu Hause bleiben. Ich kann nicht zu Hause bleiben. Alle hassen Herrn Solheim. Aber sie gehen trotzdem noch zur Schule. Ich kann nicht als einziges von daheim wegbleiben. Für die Einfelsamilie ist ihnen nicht einmal an, okay? Werde ich nicht. Ich will nicht wieder geschlagen werden. Deshalb solltest du eine Weile passend im Unterricht auf. Und er lauft direkt nach Hause. Was bringt es noch, irgendwas zu lernen? Oh Gott, ey. Gibst erst mal diesen wunderbaren Mix an Salami-Brot. Und dann koch mit deiner Mutter. Ich bin müde. Ich werde keine Hausaufgaben mehr machen. Das hat keinen Sinn. Mach wie du meinst. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Du musst trotzdem lernen. Nein, ich werde geschlagen und ich lerne. Ich werde nur noch Sachen malen. Nacht. Hört man nicht. Frech jetzt, Kind. Scheiße. Was bringt die Schule überhaupt? Ich dachte, du wolltest lernen. Ich will nicht mehr. Wenigstens hasst jeder den neuen Lehrer. Hört sich so an, als ob ihr euch da alle einig seid. Ja. Vermeide Augenkontakt, um beeiligt nach Hause zu kommen. Ja, das werde ich. Das ist ja schrecklich, wenn du deinem Kind so was sagen musst. Schau den Lehrer nie in die Augen. Okay, Zeit zu gehen. Du hast auch richtig Bock, ne? Also wenn, ey. Also heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Früher war das ja eigentlich schon öfter so, dass Kinder geschlagen werden von Lehrern. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich bin zu Hause. Dieser schreckliche Mann hat dir nicht wehgetan, oder? Nein, ich bleib still. Er hat mich ignoriert. Gut. Ich verstehe diese Schule einfach nicht. Hier, Salami-Bron. Du konsumierst genauso viel Salami wie Wasser am Tag. Ja, dann spielen wir. Gar nicht arm. Marmeladenbrot ist geil. Jan, uns jetzt schon wieder kaputte Klamotten. Kannst du mir eine schöne Geschichte vorlesen? Ich will auch eine Geschichte vorgelesen bekommen. Hallo. Post, post. Post, post. Hm. Ich wünschte, ich würde nicht gehen. Versuch, den Tag zu bestehen. Ey, wie oft sage ich meinem Kind, versuch, den Tag zu überleben. Das ist doch grausam. Warum steigen wir eigentlich so viel durchs Fenster? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache mal keine Überstunden und drehe die wieder durch. Die braucht ja voll ihre Mama. Warum sind in der Schule alle gemein zu mir und nein, ich schon wieder. Ich kann es dir nicht sagen, Mann. Ich will die Klamotten fixen hier. Müde, egal. Ich muss das jetzt fertig machen. So, keine gute Nachtgeschichte. Zeufzt. Sie hat Depression, I guess. Würde ich auch kriegen, ganz ehrlich. Jetzt ist sie müde. Ne, ist nicht gut. Was macht man, wenn das Kind einfach nur traurig ist und es zurecht. Ich will nicht gehen. Ich weiß, es tut mir so leid, Kind, aber du musst. Oh Gott, ich muss mein Kind so richtig die Schule prügeln. Fürchterlich, fürchterlich. Einfach nur. Zu Hause. Oh je. Karin ist noch nicht zu Hause. Dann kann ich ja noch in Ruhe was Gescheites kaufen. Und im besten Fall mal kochen. So. Sehen wir noch nicht. Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Oh. Was ist das für eine Musik? Das amerikanische Passageschiff. United States. Das ist ja nichts interessantes. Oh, mein Kind ist immer noch nicht da. Oh shit. Äh, hallo? Wo ist mein Kind? Hallo? Der König kommt. Ja, wen juckt's? Äh, where is my Kind? Where is my Kind? Oh, da ist das Schiffchen von ihr. Schaut mal. Äh. Bitte hilf mir, holt mich hier raus. Ich will hier nicht sein. Oh, mein armes Kind. Das ist ja grausam. Du hast mich gefunden. Shit. Es tut mir leid, dass ich sie nicht aufhalten konnte. So kalt. Bringt. Bringt ich mich nach Hause. Bitte. So kalt. Ich will mein Bett. Danke, dass du mich von diesem Baum befreit hast. Ich hatte wirklich Angst. Können wir darüber reden, wenn du willst? Nicht wirklich. Oh Gott, wir müssen aber darüber reden, Kind. Ich hätte wirklich, wirklich Angst. Kannst du bleiben, mir eine Geschichte vorlesen? Natürlich kann ich das. Holy shit, ey, das arme Kind. Ich verhungereifach, ne? Ich muss ja mal was zu essen geben. Äh, Kind, es wird Zeit, dass du mal was isst, ey. Ich würde diese Kinder so verprügeln, ne? Ich würde mein Kind, glaube ich, ich würde extra einen Job annehmen, dass ich mein Kind abholen kann und zur Schule bringen kann. Man, gestern war wirklich schrecklich. Ich bin ja froh, dass heute Samstag ist. Oh Gott, stimmt, dann musst du ja nicht in die Schule, ne? Also, es macht doch einfach keinen Spaß mehr, oder? Die wird doch mal gestört werden. Kann das ja gar nicht verhindern. Ich bin traurig, dass du zur Arbeit musst. Oh, es muss auch in die Arbeit. Möchtest du, dass ich heute zu Hause bleibe? Wirklich? Ja, bitte. Okay, dann bleibe ich. Du bist klasse. Bleib heute daheim. Du hast halt heute mal kein Geld. So, und das Oberteil ist auch schon wieder kaputt, verdammt. So. Heute gibt es wieder ganz viel Salami-Brot für dich. So, spiel damit. Schau mal, wie schön das ist. So, guck, wie toll. Schön. Brote sind okay. Oh Gott, ich kann dich für nichts mehr begeistern irgendwie, ne? Komm, lass uns Salami-Brot essen. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Ach komm, wir spielen ein bisschen gezwungen Ball. Ich hätte einen anderen Job kriegen können, echt. Ich finde meinen Job aber nicht schlecht. Hm, okay. Ich finde mir eine gute Nachtschicht. Oh Gott, das Kind sieht einfach so unfassbar traurig aus. Ich ertrage das nicht. Das Auto im Laden, ja, das kann ich jetzt mal kaufen. Das sieht doch heute wieder besser aus. So, wir müssen heute leider angeln gehen. Oh, verdammt, wir haben nur einen Schuh. Vielleicht gibt es hier auch mal wieder irgendwas im Wald. Ich will was Lustiges machen. Lass uns was zusammen machen. Ich wollte nicht malen. Oh nein, ich wollte doch einfach nur Bären, damit wir was zu essen haben, Kind. Oh, nochmal raus in den Wald. Oh, geiles Mann, wir drei sogar. Viele Blaubeeren. Ja, Kind, wir müssen jetzt leider was kochen, sonst wirst du verhungern. Oh my gosh. Okay, heute leider ohne Essen ins Bett, I'm sorry. Gute Nacht. Oh, es war nicht gut. Wie lange geht das Spiel noch? Ich habe keine Einigung, weiß es jemand? Ich hoffe, dass heute ein schöner Tag ist. Und ja, heute haben wir nämlich auch endlich mal Essen. Ein Brief. Post, Post. So, das ist doch mal was. Ich wünsche, ich hätte vor der Schule noch Zeit zu baden. Haben wir doch. Hab einen schönen Tag in der Schule, werde ich. So, ich bin ja einfach nicht zur Arbeit gegangen. So lange, bis das Kind erwachsen ist, ist es glaube ich nicht, oder? Salami-Brot. So, dann spare ich jetzt mal aufs Auto. Wir kommen zu Hause. Können wir was zusammen machen? Och, wie immer verstecken, weil ich so liebe, dass du mir die gleichen drei Verstecke nimmst seit zehn Jahren. Och, wer hätte es gedacht? So, lass mal hier gucken. Wir haben Briefe. Da von jemandem. Heinz Fleischer. Oh, der Vater, oder? Nee, das ist der Vater von unserem Vater. Danke für den Brief. Ich bin Heinz, Karins Mutter. Ey, Vater. Oh doch. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass meine Eltern tot sind. Ich lebe nun in Ihrem Haus und leite die Familienbäckerei. Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne hier in Deutschland. Ich bin froh zu hören, dass Karin gut geht. Kann ich den nicht zurückschreiben? Kann ich den nicht zurückschreiben? Du brauchst Salami-Brot. Kann ich schlafen gehen? Ja. Das muss ich ja aber jetzt erzählen, oder? Schau mal, ich habe einen Brief von deinem Vater bekommen. Toll, wirklich. Er ist in Deutschland und arbeitet als Bäcker. Wirklich, das ist toll. Und er hat zwei Söhne. Oh, ich stelle mir das voll toll vor, Brüder zu haben. Weißt du, wie sie heißen? Nein, das hat er im Brief nicht erwähnt. Okay. Das werden wir bald herausfinden. Ganz ehrlich, ich glaube, das Kind lebt einfach in Deutschland besser. Ich glaube, dass das Kind einfach in Deutschland besser aufgehoben wäre, weil es dort akzeptiert wird. Und hier nicht. Hier wird es ja nur fertig gemacht. Klingt ja nichts, das hier zu verhalten, oder? Ich glaube, dass wir es abgeben. Tatsächlich glaube ich, dass wir es abgeben werden. Morgen, ich bin bereit. Ich glaube, dass irgendwas Schlimmes passiert, sodass wir sagen werden, wir müssen es leider weggeben, weil es die Menschen hier nicht tolerieren. Wir können dem Kind hier es leider nicht bieten, weil die anderen Arschlöcher untolerante Bastarde sind. Ich will dann ungefähr Überstunden machen, weil das Kind dann wieder völlig am Ende ist. Dieses blöde Ding ist so teuer. Ich war das nicht. Ihr Kleidung riecht nach Urin. Oh nein. Krank. Karin, bist du okay? Karin, antworte mir. Oh nein. Sie wurde angepinkelt von den Bastarden. Warum hassen sie mich? Ich bin... Sie sagen alle, dass ich... Es heult sie das erste Mal. Diese... Ich könnte... Wir könnten weit weg laufen. Ich auch. Was für Schweine. Und dann... Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Wir haben auch nichts zu essen. Es wird wirklich immer schlimmer. Es tut mir so leid. Was ist mit dir passiert? Lehrer war wütend. Er hat sie dazu gebracht. Aber er war derjenige, der angefangen hat. Ich habe nur gesagt. Aber dann hat er sie zurückgebracht. Er hat sie alle zurückgebracht. Er hat es sogar auch getan. Ich verstehe nicht, warum. Wer was? Sie haben mich beschimpft. Ich bin eine misslungene Brut. Nein, das ist nicht wahr. Eine Geschichte vor dem Schlafengehen wäre schön. Hast du Zeit? Ja. Holy shit. Der Lehrer hat sie angepinkelt. Dazu gebracht. Sie anzupinkeln. Wahnsinn, ne? Also die muss weg hier. Es hört sich so hart an. Wir müssen so leider nach Deutschland. Oh, sie ist ja nicht mehr aufgestanden, ne? Oh, sie ist... Ich gehe nicht dahin zurück. Sie sagen ihnen einfach, dass du krank bist. Holen wir dir was zu essen. Dann bleibst du. Aber du musst etwas essen. Ich werde dich nicht zwingen, dorthin zurückzugehen. Du kannst bleiben. Ich habe keinen Hunger. Aber du sollst dich ausruhen. Okay. Es ist fürchterlich, dass sie das überhaupt aushält. Aber du musst trotzdem was essen, Mann. Kind, wo ist sie denn jetzt? Hä? Blauwerden nehme ich mir aber mit. Oh, Bären. Ja, können wir. Scheiß Schule. Komm, du musst jetzt mal was essen. Das hat ja nichts. Ich bin voll nicht begeistert, aber sie versucht es zumindest. So lange braucht die Scheiß. Das ist fürchterlich. Oh, hier ist sie. Und schon ist der schreckliche Tag vorbei. Boah, sie haben sie angepisst. Fürchterlich. Also ich kann mein Kind eigentlich... Ich habe ihn einen Brief bekommen. Schreibe Heinz. Heinz Fischer, Deutschland. Ruhig schreibe ihn, lieber Heinz. Ich bin so froh zu hören, dass sie leben und es ihnen gut geht. Wir brauchen ihre Hilfe. Karin hat wegen ihrer deutschen Herkunft große Schwierigkeiten. Können sie uns helfen, auf diese Situation herauszukommen? Wir müssen Karin von diesem Ort wegschaffen. Jetzt sage ich es. Jetzt bringe ich sie weg. Ja, ich habe es eingesehen. Du wirst das Salami-Brot sicherlich vermissen. Soll ich dir eine Geschichte vorlesen? Nein, mir geht es gut. Ich habe jetzt nicht mal mehr Bock. Ich muss sie wirklich wegbringen. Bis morgen. Boah, das macht mich so traurig und sauer. Das ist fürchterlich. Sie hat auch keinen Bock mehr aufzustehen. Ich will hierbleiben. Sehe auf, wenn du im Bett verkrümmelst, haben sie schon gewonnen. Ich denke, es ist wichtig, dass du versuchst aufzustehen. Das ist okay, ruhe dich aus. Danke, ich lasse sie jetzt zu Hause. Zwingen sie nicht mehr in die Schule zu gehen. Das ist ja fürchterlich, wirklich. So, ich habe einen Brief bekommen. Ich werde heute voraussichtlich einer unglaublich geringen Menge an Orangen eintreffen. Ach, wen juckt denn sowas? Ich würde eigentlich ihr gerne... Ich mache jetzt mal was zu essen, weil dann kann ich ihr auch das Auto kaufen. Ich bin so traurig. Ein bisschen finde ich doof. Ah, ich kann nicht zur Schule gehen oder wie sieht es aus? Kann ich nicht zur Arbeit gehen? Oder ist wieder Sonntag? Oder ist wieder Sonntag? Nee, ist ja eigentlich nicht, ne? Heiße. Oh, das ist kein Fisch. Was machst du denn jetzt hier? So, ich möchte jetzt, dass du erstmal was isst. Das ist in unserer Zeit leider auch noch normal passiert. Absolut. Und da wird noch alles gefilmt. Ich schicke dir gar nicht mehr die Schule. Möchtest du mir vielleicht die Geschichte vorlesen? Ja, das ist aber nett. Ich bin so unfassbar fassungslos. Das ist schrecklich. Einfach, wenn man weiß, dass es irgendwo gibt. Morgen. Ich muss zur Arbeit. Ich sollte wirklich zur Arbeit gehen. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Du bist stark. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Das können wir nicht, wenn wir hier bleiben. Oh je. Du weißt, dass ich heute zur Arbeit muss. Und du musst wieder zur Schule gehen. Also sei brav, wenn ich weg bin. Aber wenn du mich wirklich brauchst, werde ich bleiben. Ja. Aber bleib brav. Okay, ich lasse hier. Ich lasse hier, aber ich muss arbeiten. Ethnisch anders. Wir haben noch nichts mehr zu essen, Mann. Okay, ich muss in die Arbeit. Sorry, Kido. Aber ich bringe was mit. Ein rotes Spielzeug und deine geliebten Salami-Brote. Du bist wieder da. Ist das für mich? Das ist ja cool. Dann lege ich gleich ins Schlafzimmer. Es ist Liv. Was passiert ist, tut mir so leid. Ach, Freunde, Liv. Herr Sohlen ist so böse. Können wir wieder Freunde sein? Bitte. Ich verspreche dir, mit mir zu spielen, wenn niemand in der Nähe ist. PS, ich wünschte, Herr Sohlen würde sterben. Liv! Sie will mit mir wieder befreundet sein. Ist das eine Falle? Oh Gott, ja. Ja. Ich würde dir nicht trauen, oder? Liv ist die ganz alte Freundin, die mit ihr nichts mehr zu tun haben wollte, weil sie gemobbt worden ist. Ist das eine tolle Idee, während wir Verstecken spielen? Ja, aber du isst es. Ich werde mich verstecken. Nein, du sollst erst essen, Kind. Vielleicht ist es Verstecken überhaupt, Mann. Dafür soll ich dich eigentlich bestrafen? So, und schlafen gehen, Leute. Nächster Tag. Hi, hier bin ich. Guten Morgen. Haben wir aber was zu essen? Ja. Lecker. Wie emotionslos. Lecker. Wir haben überhaupt kein Geld. Ich kann dir nichts mehr kaufen. Komm, wir spielen Ball. Ich dachte schon, das wäre es. Nein, nein. Also, das lassen wir nicht mit uns machen hier, ne? Ich werde jetzt mit Liv reden. Sei vorsichtig. Es ist okay, du kannst zur Arbeit gehen. Werde ich, aber sei vorsichtig. Ich traue ihr nicht. Ich werde vorsichtig sein. Ich bin mir aber sicher. Oh Gott, ich traue ihr auch nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen, ne? Das wird nicht gut ausgehen, Leute. Ich glaube, jetzt kommt das Drama. Ist noch irgendwas Neues für mich zu kaufen? Ne. Ich hatte eine Menge Spaß mit Liv. Wie gesagt, wir können heimlich Freunde sein. Ich habe sie wirklich vermisst. Auch glücklich zu sein. Heimlich Freunde ist ja voll schrecklich. Du bist voll die Affäre für die. Hey, ich bin verheiratet, aber wir können heimlich eine Beziehung haben. Hey. Super. Eine Geschichte vor dem Schlafen gehen? Natürlich. A Plague Tale, A Plague Tale auf YouTube gesucht wird jetzt live. Süß. Der Stream ist gerade ausgefallen. Sorry, Leute. Oh, mein Geburtstag. Da muss ja was Tolles passieren. Ich kümmere mich jetzt eigentlich schon seit drei oder vier Stunden um sie, aber mein Stil ist gerade ausgefallen. Liv kann heute nicht mit mir spielen. Sie spielt mit anderen Freunden. Und wir sind heimlich befreundet. Also ja. Oh Gott, ich ertrage das nicht. Aber ich habe dich. Wir können spielen. Was ist, wenn ich mal keinen Bock habe und Ruhe will? Ab in den Wald. Kann ich in den Wald? Okay, komm, dann spielen wir Ball. So, können wir jetzt in den Wald? Lass uns Verstecken spielen. Ich werde mich verstecken, wie sie mich einfach nötigt. Oh nein, sie ist rausgegangen. Oder warum hat das gerade so komisch geleuchtet? Immer die gleichen schlechte Verstecke, mein Kind. Kann ich in den Wald? Kann ich nichts zu essen holen? Ah, doch, wir haben Fisch. Hm, was jetzt? Essen. Oh, ich weiß. Ich will malen. Komm schon. Ich habe gestern mit Liffa ein paar wilde Blüben gepflückt. Wir sollten sie benutzen, um etwas Leckeres zu kochen. Oh je, jetzt hast du wieder für mich... Oh je. Sieht lecker aus. Wie sie wieder für mich Essen geholt hat, ne? Warum ist denn jetzt Peter Parker gelöscht worden? Als Kommentar. Morgen Schule, ich werde es einfach durchziehen. Müde. Trotzdem isst du das jetzt. Könntest du mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Natürlich. Toll, danke. Danke an Sillin Skellon für ein Stufe 1-Sapp. Vielen, vielen Dank. Ich gehe heute zur Schule, bist du sicher? Ich denke schon, ich bekomme keine guten Noten, weil die Erwachsenen mich hassen. Sehr gutes Kind. Ich will etwas lernen. Wenn ich bleibe, werde ich nicht so schlau wie alle anderen. Bleib wachsam, lass dich von niemandem überrumpeln. Und du solltest dich von Liff fernhalten. Zeit zu gehen, ich vertraue Liff auch nicht. Gut, dass die Mutter das sagt. Wir haben Post. Ja, aber nichts Spannendes. Oh, ich sollte dich mal waschen. Ab in die Arbeit! Wie geil, die Leute einfach nicht checken, dass ich wieder da bin. Rabenschein, danke für deinen Prime! Okay, gibt es denn irgendwas Neues? Oh, ich bin froh, dass du zu Hause bist. Es ist cool zu wissen, dass Liff meine Freundin ist. Lass uns spielen. Lass uns was zusammen machen. Wir könnten malen. Juhu! Einmal F5 drücken und den Stream neu laden lassen. Hallo, Sarah! Der Rest sieht mich an. Wir müssen halt die, die es jetzt nicht sehen, nachgucken. Liff und ich haben uns heute im Unterricht geheime Nachrichten geschickt. Worüber habt ihr gesprochen? Ich hätte nur Hi geschrieben und dann habe ich Hi zurückgeschrieben. Es hat Spaß gemacht. Wie schön. Oh mein Gott, das ist einfach so... Kannst du mir eine Geschichte vorlesen? Einfach so falsch. Danke, Crazy Unicorn. Hallo, Gnu, du bist so perfekt, so wie du bist. Du hilfst mir, mich zu akzeptieren, wie ich bin. Auch wenn ich schon 31 bin und du heiterst mich immer auf, wenn es mir immer schlecht geht. Der Chat ist auch einfach toll. Crazy Unicorn, Dankeschön. Süß. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Herr Solheim, wir werden den exzellenten Ruf der Fragestrandschule nicht von faulen und ignoranten Kinder ruinieren lassen. Karin muss nachsitzen, um zu lernen, nicht die Schule zu schwänzen. Herr Solheim, oh Gott. War das ein Brief für mich? Was steht da drin? Da habe ich dich zu Hause bleiben lassen, musst du die Schularbeit nachholen. Die lassen dich nachsitzen, weil du ein paar Tage zu Hause geblieben bist. Was ist denn? Du musst nach der Schule noch bleiben und lernen. Ich will nicht in der Schule bleiben. Mach einfach deine Arbeit und komm direkt nach Hause. Okay. Oh Gott, das hat so richtig Panik. Kann das sein, dass das Fenster so ein bisschen ihre Stimmung widerspiegelt? Weil jetzt, wo ich ihr das gesagt habe, hat sie voll die Panik und es ist so hässlich geworden. Danke, Kilian, für 13 Monate. Vielen Dank. Oh, oh. Muss sie jetzt? Ich weiß es nicht. Ich wasche dich mal. Ich wasche dir mal den Angstschweiß vom Gesicht, mein Kind. So, ich sollte jetzt los. Gib dein Bestes. Ja. Oh je. Vor allem mit dem Lehrer, ne? Alleine. Salami Brot geht auf meinen Nacken. Oh je, sie ist wieder nicht daheim. Aber sie muss ja nachsitzen, ne? Karin ist noch nicht zu Hause, ja. Sie muss ja nachsitzen, die Arme. So unnötig. Okay, was mach ich dann jetzt? Kann ich da noch Fischern gehen? Ne. Ich hab gar keine Möglichkeit, meine Zeit irgendwie zu vertreiben, oder? Dankeschön, ein Melenisch für drei Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Kilian, oh no, hab noch vor zwei Wochen oder so gesuppt, aber vergessen, diese Nachricht dir zu verschicken. Egal. Naja, 13 Monate. Dankeschön, Kilian. Vielen Dank. Ich kann auch nix nähen. Hm. Kann halt echt nix machen, ne? Kind ist nicht im Wald, ne? Wochen kann ich auch nix. Naja, mein Kind ist ja nicht da, ich kann nix waschen. Dankeschön. Prost, Spera, für dein Prime. Vielen, vielen Dank. Ich kann auch nicht fischen. Ich kann irgendwie grad gar nix machen. Oh, nö. Kann ich sie vielleicht abholen? Das wäre doch wenigstens mal nett, wenn ich schon daheim bin. Schrecklich, was ich da im Album alles aufbewahr. Nö, ich kann hier höchstens nochmal mein letztes Geld ausgeben, aber das war's. Nee, kann nicht. Wie über Stunden? Dankeschön an der Allerechte. Dankeschön. Vielen Dank für fünf Stufe 1-Saps. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hm, wie bringe ich denn jetzt meine Zeit? Ich habe ja ohne mein Kind gar keine Zeit, meine Zeit zu verschwenden. Sehr fürchterlich. Nachsitzen war unangenehm. Ah, da war ich nur als einzige Kind. Herr Solheim, wir saßen da in völliger Stille. Ich war nervös und langweilt zugleich. Hast du die Schularbeit nachgeholt? Ich denke schon. Ich habe nicht so viel verpasst. Hier, endlich ist es wieder da. Direkt wieder müde. Kannst du mir bitte eine Geschichte vorlesen? Wir alle wieder gleich. Sie ist im Wald, sie ist im Wald. Guten Morgen. Du musst essen. Nur eine Salami draufgeklappt. Wir müssen dich waschen. Wir sollten los. Pass auf dich auf. Werde ich. Ich brauche mal was zu essen. Karin ist noch nicht so. Ach, die muss jetzt ja nachsitzen. Wellen, danke für elf Monate. Vielen Dank. Fast ein Jahr. Wahnsinn. Dankeschön. Ich bin zu Hause. Bleib nicht gern länger. Ich weiß. Jetzt gibt es erst mal Essen, Mann. Es ist schon spät. Egal, iss. So, keine Nachtgeschichte mehr heute. Es reicht. Ich will sie auch gar nicht. Lohnerhöhung wäre echt mal nett. Ich bin wach. Ich will jetzt endlich den Brief von dem Vater bekommen. Was machst du überhaupt mit dieser Post? Die Zeitung ist echt öde. Ruhige Zeiten in Berlin. Die Lage entspannt sich. Ja, es spricht alles dafür, dass ich mein Kind abgeben muss. Dass es ihm besser geht. Weil es hier wird nicht besser werden. Ich versuche auf dich aufzupassen. Ich versuche. Sie hatte zwei Monate Geburtstag. Ich mache mal Überstunden jetzt, auch wenn es ihr nicht passt. Weil sie kommt ja eh erst spät heim. Heißt aber auch wieder im Umkehrschluss, Leute. Es gibt nichts zu essen hier. Willst du keine Zeit mehr verbringen? Ich mag nachsitzen nicht. Oh mein Gott, so richtig verdrecklich. Schlafen ist mein Scheiße. Da geht es ja richtig dreckig, Mann. Ich habe auch nichts irgendwie hier zum Essen jetzt kaufen können. Oh mein Gott, Kind. Ich bin so eine schlechte Mutter. Ab ins Bett. Ich bitte nicht. Pass mir nicht an. Sag mir, was los ist. Nichts. Bist du sicher? Es ist nichts. Hör einfach auf mich anzufassen. Holy shit. Meine Geschichte vom Schlau... Bitte sag nicht, dass er die mir so braucht. Das ist toll. Dankeschön, Rammerio für 71, Leute. Vielen, vielen Dank für deinen Rage. Dankeschön und herzlich willkommen. Das Spiel kann ich euch nur empfehlen. Es ist super traurig und schrecklich. Hey. Was zieht denn jetzt? Warum darf ich es hier nicht an? Ich möchte nicht baden. Wieso nicht? Ich brauche kein Bad. Oh nein, bitte nicht meine Theorie. Sag mir, was los ist. Nein, lass mich einfach in Ruhe. Bin ich zu erwachsen? Bin ich zu alt? Man sagt ja, dass Kinder sich nicht waschen wollen, wenn sie etwas tun mussten, was sie nicht wollten. Wasch dich trotzdem, Kind. Oh, bitte nicht. Sag bitte nicht, dass der die... Ich brauche kein Bad. Ey, das wäre ja absolut schrecklich jetzt. Also das lassen die nicht zu. Das machen die nicht, oder? Das machen die nicht. Boah, das bringt nicht mal was. Ich mag das nicht. Oh, scheiße. Äh, ich brauche schnell Salami-Brot. Hier ist Schmatz. Das macht sie noch. Oh Gott. Aber ich konnte sie jetzt... Kann ich sie wenigstens anders ankleiden? Ja. Äh. Ich will nicht zu spät zur Schule kommen. Oh Gott. Boah, wehe. Das passiert. Zuhause auf jeden Fall. I don't like this. So, Karin ist natürlich mal wieder nicht zu Hause. Dann koche ich was. Sag nicht, dass mein Kind wieder... Ich bin zu Hause. Ich vermisse dich, wenn du so lange wegbleibst. Äh. Du bist doch die, die wegbleibt. Nacht. Keine Geschichte heute. Oh je. Mein Kind redet nicht mehr mit mir. Das ist nicht gut. Oh je, sie will wieder nicht aufstehen, ne? Karin, was machst du noch im Bett? Tut mir leid, ich stehe auf. Oh je. Können wir bitte mal reden? Ich will nicht. Oh nein, 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 nein. Sie will nicht baden. Ich möchte nicht mich waschen. I'm so sure about that. Oh Gott, das wäre so bitter. Neue Materialien zum Werkeln. Ich will aber nicht eigentlich. Ich hab keinen Hunger. Du musst aber was essen. Aber ich möchte nicht essen. Ich hab gesagt, ich hab keinen Hunger. Ohne Essen geht's nicht. Doch, es geht. Ich brauche kein Essen. Ich möchte nichts essen. Ach du Scheiße. Ich hab so... Ey, das können die nicht bringen, oder? Das wäre ja... Wird ja nicht gehen, oder? Willst du, dass ich heute hier bleibe? Wirklich? Musst du nicht. Würde dir das gefallen, wenn wir heute zu Hause bleiben und spannen? Vermutlich. So, du sollst gehen, wenn du musst. Keine Sorge, ich bin hier. Okay, so wir bleiben jetzt zu Hause. Danke. Das kann doch nicht sein, oder? Du kannst dich waschen. Du bleibst bei mir zu Hause. Es gibt's doch nicht, oder? Aber essen tut sie auch nix. Oh Gott, Leute. I don't know. Ich will nichts spielen. Isst irgendwas? Es ist nichts. Ich möchte nur nichts spielen. Was bedeutet, dass etwas mit dir isst? Das sieht dir nicht ähnlich. Jetzt schon. Lass mich in Ruhe. Spielen ist was für Kinder. Nichts. Oh no, Leute. Ich will... Mir ist nicht das spielen. Ich will nichts spielen. Ich möchte nichts spielen. Oh Gott. Bade dich jetzt. Ich möchte nicht nicht waschen. Ich möchte nichts essen. So, dann ab zum Arzt. Guck mal, wie toll. Schön. Blödes Boot. Ich meine... Ich gehe eine Weile malen. Was ist los, Carl? Mir geht es gut. Ich werde alleine malen. Du bist so neugierig. Dann hole ich mir die Bären. Es wird spät. Wir sollten zurück. Simon, hatten wir doch viel Spaß. Ja, du musst jetzt was essen, Kind. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt red mal mit mir. Was ist los? Bist du verärgert? Ich bin verärgert. Ja, du willst nicht essen, nicht waschen und nicht mehr spielen. Ich will nur wissen, was los ist. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Du bist so gut zu mir. Mach dir keine Sorge um mich. Kannst du mir sagen, was... Ich muss wissen, was mit dir passiert ist. Soll es niemand erzählen. Karin, was... Was sagst du da? Ich gehe schlafen. Oh nein, es ist wie ich dachte, Leute. Nein! Nein! Bis morgen. Oh Gott, nein! Nein, bitte nicht. Das ist so grausam. Oh nein, es ist genauso, wie wir es dachten. Oh Gott, die wird missbraucht. Was ist denn das für ein Schlimmes? Das ist ja fürchterlich. Deswegen muss sie nachsitzen. Sie hat sie nur nachsitzen lassen, um sie zu missbrauchen. Wir schnallen es nicht. Hast du jetzt Hunger? Nein, nicht wirklich. Ich denke, du solltest essen. Okay, wenn es sein muss. Ja, bitte iss, aber bitte geh nie wieder in die Schule. Das ist ja wirklich schrecklich. Tut mir leid, wie ich dich verärgert habe. Sag mir, wer dir wehgetan hat. Oh Gott, sie wissen, es ist nichts passiert. Lüg nicht. Es ist alles okay, wirklich. Du kannst mit mir reden, wann immer du willst. Ich verspreche dir, nicht böse zu sein. Okay. Es spricht doch alles dafür. Es ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Ich werde dich nicht beunruhigen. Was möchtest du machen? Wir könnten mit dem Ball spielen, wenn du magst. Schmatz, schmatz, schmatz. Ich brauche kein Bad. Okay, möchtest du darüber reden? Schätzchen, ich denke, du solltest versuchen. Okay, für mich. Okay, ich werde es versuchen. Oh no, Kid. Oh, Schreck. Hey, Ballspiel macht Spaß. Spiel zur Polizei gehen. Ich glaube, das sind Zeiten, wo niemand einem geholfen hat. Wie hieß es dann wahrscheinlich noch? Sie sind selber schuld oder so. Scheiße. Oh, das ist fürchterlich, das Game. Hey, wir haben einen Fisch. Fang ist schön, ne? Oh, so ein grausames Spiel. Ja, da kann ich schlafen gehen, dass sie überhaupt noch schlafen kann. Oh Gott, ey. Meine Güte, ist ja fürchterlich. Hallo, ich bin wach. Ich gehe jetzt zur Schule. Nein, du bleibst hier. Ich muss gehen, ich muss. Schule ist wichtig. Ich muss lernen. Nein, sonst bekomme ich Ärger. Auf keinen Fall vergiss die Schule. Wir finden einen Weg hier raus. Sie werden sauer auf mich sein. Was ist mit meiner Schule? Und mit meinem Lehrer? Wenn überhaupt, dann sollten sie sich Sorgen machen über was, was ich mit ihnen machen werde. Du bleibst hier, bis ich einen Ausweg gefunden habe. Bist du sicher? Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Okay, alles okay. Also muss ich nicht gehen und Herrn Sollheim treffen. Nein, du musst ihn nie wieder sehen. Okay, ich werde, ich werde bleiben. Kann es sein, dass die es nie aussprechen, wir es aber wissen, was passiert ist? Oder wie ist das? Einen Brief bekommen. Oh, ich habe einen Brief bekommen von dem Vater. Also es wird nie angesprochen, wir wissen aber, was passiert ist, ne? Es tut mir sehr leid, dass Karin solche Probleme hat. Ich kann ihnen das Geld senden, das meine Eltern für Karin hinterlassen haben. Im Gegensatz, im Zug müssten sie mir versprechen, nicht hierher zu kommen oder Kindergeld einzufordern. Meine neue Familie weiß nichts von dem Kind. Meine Frau darf es nicht erfahren. Das wird helfen. Okay, gut, dann können wir mit dem Geld nämlich abhauen. Geil. Was ist denn los? Ist das die Schule? Was hältst du davon, diesen Ort zu verlassen für immer? Wirklich? Das würde mir gefallen. Wir können an einen anderen wunderschönen Ort ziehen und neu anfangen. Oh. Also suchen wir uns ein anderes Haus? Weg von der Schule? Aber was ist mit Liv? Scheiß auf die. Sie ist eine schlechte Freundin. Es ist besser, wenn wir jetzt einfach zu verschwinden. Das ist mir egal. Ich bin ein guter Freund. Ich werde ihr jeden Tag schreiben und ihr Bilder schicken. Ich werde Liv vermissen. Ähm. Also wir gehen wirklich, oder? Ja. Lass uns anfangen. Wir haben viel zu tun. Okay. Ich werde meine Sachen packen. Ich will meinen Ball nicht zurücklassen. Wir packen dich jetzt einen Ball. Hab keine Angst. Wir gehen an einen sicheren Ort. Ich habe auch viele Sachen in meinem Zimmer, die ich einpacken muss. Wir müssen alle meine vier Sachen und Sachen vorwarnen, damit sie sich keine Sorgen machen. Kleiner Fuchs, hab keine Angst. Wir packen dich jetzt ein. Wir gehen an einen sicheren Ort. Ich würde erst mal warten, bis der mir das Geld geschickt hat. Mann, oh Mann. Wir hatten eine Menge Sachen. So. Wir haben alles gepackt. Es ist jetzt Zeit für Abendessen. Das Essen haben wir auch eingepackt, oder? Ich hab nicht mal was. Und ich mag nicht mal arbeiten. Mann. Ich bin so. Ja, wir haben ein leckeres, blödes Brot. Magst du vielleicht nochmal baden gehen? Ich weiß. Wir gehen woanders hin und ich sollte glücklich sein. Es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. Die Leute sind schuld. Nicht du. Es ist schon spät. Gehen wir morgen wirklich weg? Ja, ich bringe dich von diesen ekligen, schrecklichen Leuten weg. Ziehen wir zu meinem Vater? Nein, wir ziehen jetzt noch nicht. Nein, es tut mir leid, wenn dein Vater sagt, das ginge nicht. Nein, wir ziehen woanders hin. Oh, okay, dann. Wo gehen wir hin? Das spielt keine Rolle. Überall, nur nicht hier. Bitte lass mich nicht zurück. Natürlich nicht. Würde dich niemals zurücklassen. Okay. Weißt du, der König wird morgen zu Besuch sein. Ich so wollte ihn mir ansehen. Warum alles in der Welt solltest du das tun wollen? Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Aber wenn wir in den Wald gehen, können wir ihn sehen und dass jemand merkt, wir werden sicher sein. Gut, aber gleich im Anschluss gehen wir. Wirklich? Oh, okay, ich hoffe, niemand sieht uns. Oh Gott. Gute Nacht. Das arme Kind, ey. Es ist so schrecklich, dieses verdammte Spiel. Gut, wir haben wieder einen Brief bekommen. Oh, Kündigung schreiben. Ich schreibe jetzt eine Kündigung. Ich möchte ihm mit meiner Kündigung einreichen. Ich möchte ihn für die Möglichkeit bedanken, die sie mir gaben. Die Fabrik war einer der wenigen Orte, die nett und rücksichtsvoll waren. Wir ziehen um, um einen schöneren Platz zu finden, an dem Karin aufwachsen kann. Liebe Grüße. Oh, ich mache jetzt echt Nägel mit Köpfen, ne? Geil. Wie schnell das geht. So, zack, zack. Nächster Tag. Weg. Das kommt auf YouTube, ja. Wir müssen uns beeilen, sonst passen wir den König. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal. Wir gehen in den Wald. Ich bin etwas nervös, aber du wirst mich beschützen. Pisst die Kinder alle an, die dich angepisst haben. Siehst du, wir können ja alles sehen vom Wald heran. Hier ist es sicher. Das ist der richtige Ort für Trolle wie mich. Hör auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin fast acht. Ich war so naiv zu denken, die Schule würde Spaß machen. Bevor ich mit der Schule anfing, wollte ich mit mehr Leuten reden. Viele Freunde finden zum Beispiel, aber die meisten Kinder und Erwachsenen sind schrecklich. Du wolltest, dass ich den Leuten vertraue, aber ich denke, ich sollte das nicht. Sogar Herr Berg ist gegangen. Vielleicht kann ich Liv vertrauen. Ich vertraue dir. Ich könnte immer vertrauen. Du hast ein paar Dinge über meine Eltern herausgefunden. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr erfahren konnte. Und naja, es fühlt sich an, als gäbe es ein paar Dinge, die du mir nicht erzählt hast. Jetzt rechnet sie ab. Wir gehen bald. Ich will nicht zurückkommen. Niemals. Der andere Ort wird besser sein, oder? Wir werden niemals aufgeben. Wir hatten nur unglaubliches Pech. Der nächste Ort wird besser sein. Vermutlich. Lächle um die Welt. Lächle zurück. Uns wird es gut gehen. Ich habe immer noch Angst. Du warst zu oft weg. Es war beängstigt, allein zu sein. Ich hoffe, es gibt genug Essen an einem neuen Ort. Ich war nicht oft weg. Ich muss vielleicht mehr arbeiten. Wir haben vielleicht nicht viel Geld, aber ich werde immer für dich da sein. Okay. Er ist hier. Ich kann sie hören. Wir müssen nachsehen. Ich sehe den König da drüben. Oh, ich wünschte, die würden näher rankommen. Aber sie würden alle sauer auf uns werden und auf mich. Jeder liebt ihn. Ich möchte jetzt gehen. Okay, Karin. Lass uns gehen. Du und Karin zogen in eine andere Region von Norwegen, in der Hoffnung, dass der eine Ort besser sein wird. Wir wissen nicht, was dort geschah. Wenn ihr Glück hattet, konnte Karin eine bessere Kindheit haben. Wenn nicht, würde sie die Vergangenheit wiederholen. Es gibt viele schreckliche Schicksale unter diesen Kindern. Die meisten von ihnen verloren allen Glauben in Mensch, in Gott und in die norwegische Regierung. Oh, das glaube ich. Novell. Leila, geboren 1941. Meine Mutter schlug mich. Als mein Stiefvater versuchte, mich zu erwürgen und mich zu missbrauchen, rannte ich weg zu ein paar netten Nachbarn. Sie hatten gesehen, wie ich lebte und beschlossen, mich zu beschützen. Ach, krass, sind jetzt die Storys von denen. Thorlife, geboren 1942. Ich hatte meine Mutter, obwohl sie mich für eine Weile in ein Kinderheim schicken musste, da sie neu heiratete. Es war in Ordnung für mich. Gerd. Meine Kindheit war sehr schwierig. Ich verstand früh, dass ich aus Norwegen fort musste, um dem Stigma zu entgehen. Ach, das sind alles Kinder, Erwachsene, die die Erfahrung gemacht haben. Jurun, wir, die noch am Leben sind, sind die Glücklichen. Es endete schlecht für so viele. Ich hatte meine Großtante. Jedes Kind sollte jemanden wie sie haben. No, traurig. Krass. Richtig krass, vor allem auch mal eine Story mitzubekommen, die ich nie auf dem Schirm hatte. Wahnsinn. Sad. Sad. Super krass. Super krasses Thema. Was glaubt ihr vielen Leuten so ergangen ist. Und wir hollen wegen Kleinigkeiten rum. Ich finde, so Spiele erden einen einfach wieder extrem. Und da sieht man auch wieder, wie schlimm es war. Und das auch Mobbing, wie scheiße Mobbing ist. Wie wichtig es ist, mit Leuten zu reden. Also ein ganz, ganz starkes, tolles Game. Vor allem auch, um einen nochmal zu zeigen, wie schrecklich das damals war. Wie assi eigentlich Rassismus ist. Leute nicht zu tolerieren, weil sie woanders herkommen. Und zu mobben. Also krasse Themen. Missbrauch. Fürchterlich. Also wirklich. Ja, wir wissen nicht, wie es ausgeht, ne? Wir wissen es nicht, wie es ausgeht. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn Leute zu euch in die Schule kommen, die anders sind und komisch sind. Wenn ihr so eine als neue Schülerin hättet, werdet ihr auch zurückgezogen und komisch. Ihr wisst nicht, was die Leute zu Hause erleben, was die Leute erlebt haben. Ob die in anderen Schulen gemobbt wurden, ob die zu Hause geschlagen, misshandelt oder sonst irgendwas wert. Das wisst ihr alles nicht. Deswegen finde ich es umso schlimmer, wenn man auf Leute, die sich komisch verhalten, noch drauf geht. Weil ihr wisst nicht, was sie durchgemacht haben. Statt den Leuten mal eine Hand zu reichen. Also krasses Game. Sehr, sehr krass. Ist auch gut, dass sie eine Triggerwarnung eben ausgesprochen haben. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt. Und mir gerne die verschiedenen Möglichkeiten in die Kommentare schreibt. Wie kann das Game ausgehen? Was passiert euch nicht ums Kindkümmer? Was gibt's für Enden? Wie viele Enden gibt's? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Aber ein krasses, krasses Game. Wirklich. Hammer. Also, ja. Und voll süß, dass meine Community so lange dabei war, mitgefiebert hat. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Deswegen, ich warte mal ab, ob es noch nach dem Abspann was gibt. Aber ein krasses Game. Wie viele Leute an diesem Game wieder mitgespielt haben, ne? Auch wenn man Leute nicht kennt, sollte man sie nicht anders behandeln. Absolut. Wenn du sie nicht fütterst, äh, dann rennt sie irgendwann weg. Und dann kommt sie nicht für sein Spiel aus. Danke, Epic, Theo. Für fünf Monate. Vielen Dank. Ja, ich habe schon gespielt. Ist wirklich traurig und hart. Einen krassen Hintergrund. Ja. Das Spiel basiert leider auf wahren Begebenheiten. Ja. Nicht gut, dass du da berät. Das war ein sehr tolles Team. Danke, dass ihr das tolle Spiel empfohlen habt, Leute. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, ist ganz viel Daumen nach oben. Dann empfehlt mir weitere Games, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Kommt auf www.twitch.tv slash unterstrich live. Und falls es noch einen Abspann gibt, werdet ihr den sehen. Wenn nicht, sage ich danke fürs Zuschauen. Und es war ein sehr, sehr trauriges Game mit einer sehr, sehr deepen Message. Die aber, äh, wichtig ist. Und dass man einfach auch nicht vergisst, wie teilweise gut es einem hier geht. Weil wir starke Konsum, Konsum, äh, Menschen geworden sind und Konsumenten. Und auch vergessen, wie ich es auch jetzt gerade beim Spiel gemerkt habe, ich hatte nicht mal was zu essen. Ich hatte nicht mal was zu essen. Ich habe das vergessen. Also das ist krass. So diese Situation hat man ja heutzutage nicht. Oder selten hier in Deutschland. Es gibt bestimmt Leute, die nichts zu essen haben. Du kriegst immer irgendwo was eigentlich. Aber es gibt trotzdem noch Leute, die hungern. Aber ich meine jetzt im Vergleich zu mir, das war schon hart. Ja, Leute. Das ist dann nach oben da. Das ist dann nach oben da.